Ich bin schüchtern. Viech, Viech mit Hut, Viech. Viech mit Hut, Viech. Grrrr. Viech testen, Viech. Geht nicht, hä, aber warum? Warum geht nicht Viech im Chat? Wie cool ist das bitte? Jetzt sag ich Fortnite und trinke Ola. Geht kein Viech? Viech. Geht nicht, ich hab angeklickt, aber funktioniert nicht, keine Ahnung warum. Scheiß Viech geht nicht, hallo meine geliebten Kinder. Recht bin's. Güdis. Kebabzocker, vielen lieben Dank für den Prime Sub im fünften. Enttäuschend, Sub wird nicht gelängert. Why? Ich hab angeklickt, aber der zeigt kein Viech, Alter. Der blöde Penner, der. Scheiß Shed, hallo. Wo ist schreib ich mir in WhatsApp? Mein Bruder, der kleine Fucker. Hallo, Chef von Twitch und Streiter, Joshua Weezy, no name. Goji, Borat. Andy, hallo. Bucky, Sven, hallo. Simstone, hallo. Venom, hab ich gelesen. Kingbrood, Benny, hallo. Namen, weil nervt, hallo. Gino Casino, hallo. Horkiv, Bolze, Bumpali. Der übrigens nicht eingereist ist, der Trottel, Alter. Bauer, Pyro, Dirk. Firmekes, was soll das hier? Oh mein, ich hab schlechte Gewissen, Alter, ehrlich. Deshalb bin ich hier, nur für euch heute noch. Ich hab extra Schmerztablette genommen. Das wird schon funktionieren. Lolle und Colone Hattie, loko. Pussy, Desandy. Ah, ich bin auch gar nix bisher gestrickt. Lügner, Alter. Hallo, Zack. Juiceless, hallo. Goldnik als Wallpaper, ja, Mann. Der ist richtig fresh, Alter. Hallo, Bauer, Nightlight, hallo. Ich hab Harry Potter gekauft, Alter. Aber ich hab meine Keys noch nicht bekommen. Also Mila und mein Key. Ich denk mir, die kommen erst Dienstag. Ich hoffe, dass ich das dann noch schaffe, 85 GB runterzuladen. Weil ich weiß ja nicht, wann man die bekommt. Pfff. Hat mir jetzt schon... Geht's dir besser? Nee, eigentlich nicht, Passi. Eigentlich nicht. Ich hab irgendwie Zahnfleisch entzündet und irgendwann am Zahn, obwohl das nicht mehr weh tut. Und dadurch sind die... Ist der linken Lymphknoten so voll angeschwollen. Jedes Mal, wenn ich rede... Und auch Kauer so beim Essen und so, tut das weh. Aber ich hab Schmerzen da drin genommen. Castello, vielen lieben Dank für die Wii-Star beim 13. Schon aufgeregt? Zwecks Potter? Nö. Ich seh dat... Ich seh dat eigentlich ganz chillig. Ich mach mir da keinen Kopf. Scheiß auf die Twitter-Bubble. Und Lukas Kate? Dankeschön für die Wii-Star beim 30. Oh, schon lang nicht mehr gelesen den Namen. Für 85 GB sitz ich drei Tage? Naja, ich schaff das schon nur ein, zwei Stunden. Du hast die Keys bestellt. Ja, ich hab mich leider überreden lassen, durch Crack, die bei MMOGR zu bestellen. Und da stand Lieferbar, Alter. Und dann bestelle ich die und dann steht da, Jo, noch nicht verfügbar. Hätte ich das mal nicht gemacht, Alter. Hab mich gestern auch schon wieder aufgeregt darüber. Warum höre ich doch immer auf den Troll? Oder allgemein auf die Idioten? Hallo, LB, du bist zwei, das ist klar. Liali, hallo, Wimmer, hallo. Direkt store nur, ja, das werde ich nachher auch machen. Gib ich halt die 40 Euro mehr aus für beide Keys und hol das direkt über Steam, Alter. Ich halte von solchen Seiten sowieso nix. Wie cool ist das, bitte? Schande, Schande. Hallo Schattenbund, Doktor, bitte. Vielen lieben Dank für den Crime-Summer am 38. Hab bei Instant Gaming Gold, hatte die gleichen Sorgen. Key ist heute gekommen, GG. Ach, Mikey. Ich hab geguckt, es ist bei mir nur nix. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Entweder storniere ich das, oder ich warte halt bis Dienstag. Ich kann die auf Dienstag ja auch schnell immer noch super schnell auf Steam kaufen. Dann sind die ja instant da. Erst sagen, sie können liefern und dann Out-of-Stock-Betrüger. Ist auch so, Alter. Hat Varios One-Dank-Schöpfe der Wieser am 16. Krägliche Scam-Scheiße, Alter. Aber können Privatpersonen bei MMOGA Kies verkaufen? Joshua? Kommen die nicht direkt von der Seite? Ich weiß das nicht. Ich meide eigentlich solche Seiten so oder so immer. Baba Crack wieder. Ich hab meinen da gekauft. Ist 20 Euro billiger. Der Penner, Alter. Hallo, Corporal. Haben einen Teefrosch? Alle Kieser der Kacke. Du hast recht. Ey, ich mach nachher einfach Charge-Ming. Stornieren. Brauch ja kein Charge-Ming machen. Stornieren einfach. Hallo, Hohnrunzen und Filzer. Hallo. Bagger. Hallo. Ey, verzeiht mir, wenn ich ein bisschen am rumgehen bin, Alter. Aber... Ich muss... Ich darf Dienstag nicht ausfallen. Ich will unbedingt spielen. Wann hast du den geholt? Gestern. Gestern Mittag, irgendwann. Aber ich hab direkt nach Bezahlen die Nachricht bekommen. Ist, äh... Nicht verfügbar, Alter. Hallo, OnlyDNL. Ich hab gesehen, du bist aus Sektor, ne? Also, du hast auf jeden Fall an der Whitelist teilgenommen in Discord. Hallo, Boom. Und Yoko, hallo. Warte bis Montag Mittag. Meinst du Schattenbund? Hab's jetzt auch gekauft. Super. Oh, da werden wir gleich gecancelt und gehatet, Alter. Und richtig heftig beleidigt. Hallo, Abbasantes, Kanush. Hallo, Bigs. Hallo, hallo. Daniel Diehauer. Was geht? Was geht? Mein Bruder. Wunderschönen guten Abend durch allen. Ich war übrigens gestern kurz 40 Minuten im RP. Abends. Mir war so langweilig, Alter. Ich bin mittlerweile richtig am verzweifeln, wenn ich nicht streame. Dann fühl ich mich so unproduktiv und so. Ich weiß nicht, was mit mir anzufangen ist, wenn ich nicht am Abend streame. Oh boy, oh boy. Oh boy, oh boy. Und vorgestern war ich auch sogar eine Stunde oder so drinne. Hab aber nur mit den Palettis abgegangen, weil ich bei denen normal reden konnte. Mit Körtelstimme war vorgestern und gestern nicht so viel. Damit ihr Bescheid wisst. Ist aber nichts passiert. Außer, dass ich 100.000 von Bobby Banks bekommen hab. Das ist mein Cut wegen den Autos. Von Roxy bekomm ich das auch noch. Heute kam schon wieder auf Sektor ein Update, Alter. Neue Tuning-Felgen und so ein Shit drin. Läuft, Alter. Sektor gibt Gas, jemals. Ja, kann gut möglich sein, aber wir keine falsche Hoffnung machen. Bei großen Games kommt manchmal das System hinterher und dann besorgen die so schnell wie es geht. Okay, ich warte noch bis Montag, dann storniere ich den Scheiß. Ich brauche euch nach sechs Jahren ohne PC, neuen PC zusammenstellen und wieder rein in den Lachs. Hey, Naitler, let's go, Alter. Ja, genau, wir haben Autos getestet vorgestern, aber gestern nicht. Da sind auch wieder ein paar neue Autos hinzugekommen, Kommoda, Breitbau und so. Aber werdet alles im Stream sehen. Warum denn nicht Nightlight? Doch, ihr seid, da habe ich gerade. Ich habe da doch angeklickt, aber funktioniert immer noch nicht. Mein Chat läuft über Streamlabs, wenn man den da besser einstellen kann. Hallo, Hati. Hallo, Matti. Überall noch kein neuen PD. Warum ist doch ein neues PD schon länger da. Was geht ab? X Get X. Was geht? Ich habe angeklickt, die Sade, Bruder. Ging nicht. Ich habe das gerade dreimal gemacht. Jetzt zeigte ich immer noch nicht an. Ich weiß nicht, warum. Neues Mic oder sind das meine Kopfhörer? Warum war das mit dem Mikrofon? Hallo? Nö, kein neues Mic. Hallo, Bergy. Bin ich anglasst? Oh, wow. Hallo, Fluse. Mr. Pony, hallo. Warte, ich mache mal hier ein Kabel ein bisschen. Okay. Nö. Ich habe auch kein Knacken oder so. Ah, jetzt. Hallo? Also, ich habe nichts umgestellt. Ne, klingt so sexuell wie immer. Ich habe den Chat schon neu geladen in OBS. Ich mache das nochmal. Das wird aber trotzdem nicht gehen. Nö. I don't know why. Bei mir alles kaputt immer, ja. Was ist das? Kann sein, dass ich manchmal daneben reinkoche. Schalt besser. Lass dich einfach anglasern. Ist dann bei mir. Lass den Chat entscheiden, ob ich mich anglasern höre. Glück auf, Ursas. Glück auf. Weshalb es hervorgerät ist, habe ich dich gesehen bei Mr. Morales. Jo. Da könnt ihr vor allem eh mal reingucken, wenn euch die Paletti-Stories so interessieren. Der Morales streamt sehr häufig. Imagine mal ein Stream, wobei Credit Sides läuft. Ey, das liegt nicht an mir. Das liegt in Schalb seine, seine Mickey Mouse Kopfhörer oder so. Ja, ich gucke später mal, Isade. Ich weiß auch nicht, wie lange ich heute durchhalte, trotz Schmerzdaulette. Aber ich habe schlechte Gewissen gehabt und ich wollte wenigstens Bescheid sagen. Weil es gibt super viele, die noch nicht im Discord sind und auch nicht Twitter haben. Die wissen ja nicht, was da abgeht. Jo, ich habe links. Ein bisschen Aua. Ich wollte mich eigentlich schon für Harry Potter. Aber ich bin trotzdem jetzt da. Scheiß drauf. Vielleicht komme ich auch im Stimmbruch. Wie cool ist das, bitte? Das ist ja noch ICQ. Ne, Moran, danke schön für den WeSup am 11. Und hallo. Und Lars, danke für den Primes am 68. Einfach mal im Discord joinen, Alter. Dann verpasst er nichts. Ehrlich. Hi, Unicor, Alter. Dankeschön für den Shoutout. Ich weiß gar nicht, ob der schon online ist. Guck mal. Geht das überhaupt mit? Nein, ist nicht online. Danke, Schöpflose. Hallo, Tobi. Wir müssen den Discord eh ein bisschen wiederbeleben. Ich werde, sobald der Juri Zeit hat, werde ich mal ein paar GTA-Klamotten-Packs, äh, nicht Packs, so vereinzelte Sachen mal fertig machen und überarbeiten mit anderen Texten. Dann werde ich die mal im Discord hochladen. Ich habe bestimmt der eine oder andere Server Interesse daran. Kriegen wir wenigstens ein paar Leute mal da drauf. Da muss ich nicht immer wieder für Discord Nitro, äh, battlen gehen, Alter. Und wieder Paddlehut. Hallo Nitro. Ja, habe ich jetzt gespeichert, ich bin kein Anfänger, wie der Pinsel. Geht Ben so. Discord-Bester für Fortnite, ja, Mann. Ich denke auch, jetzt wo du in eine Pubertät kommst, machen sich die Veränderungen, weil du mir merkst, boah, halt's im Ohr, Alter. Äh, ähm. Geht so, Todi, aber ich hoffe, dir geht's gut. Hallo Platte, die BF, hallo. Kannst du doch alles vor der Steuer absetzen? Mann, Alter. Hallo Schlappi. Du machst das Licht vom Pipeline Inc. gestern gesehen, bei Roy X. Wer ist denn Roy X, Junge? Jay Corner, boah. Äh, ja, ja. Der Herr Juri wird mir natürlich ein bisschen dabei helfen. Ich bin dann, ich bin dann nicht so krass da drin, aber machen wir. Warum nicht, wenn wir dem Joe ein bisschen Arbeit abnehmen können? Why not, Alter? Zum Absatz von Steuern müssen wir erst mal Steuern bezahlen. Boah, Junge, wenn du wüsstest, wie viel ich Steuern zahle, Alter. Ich glaub, das wird, glaub ich, auffallen, wenn ich keine Steuern zahlen würde. Ich bin kaputt irgendwie. Weiß nicht. Aber das wird gleich weggehen, sobald ich eine Pommes bin, Alter. Platte canceln. Plus eins. Hallo Joker. Ich hab nix zu erzählen. Ich war die letzten zwei Tage, war ich entweder im Bett oder hab irgendwas, oder hab Rust oder so auf dem PvE-Seyer gespielt oder war ganz kurz in der Pommes und hab mir Warm- und Kaltwege gemacht für den Hals und Tee getrunken. Platte nie TS, ich schwöre, ist so. Ist doch nix Großartiges in mir P passiert, glaub ich. Außer, dass Macaroni tot ist. Das hab ich gestern nur mitbekommen, Sandra. Aber das wissen wir ja nicht. Yo-Yo. Rust? Jo? Bisschen Rust gezockt. Wollte eigentlich den Pinsel snipen gehen und die wegfetzen, Alter, aber auf zu gehen, nein, Mann. Ja, ihr sollt ja auch müde werden, Unicorn. Und Dom, vielen lieben Dank für den Weezer beim 16. Und hallo. Oh, das ging ja flott. Womit? Und beim Pinsel hab ich ein bisschen zugeguckt, Rust. Aber da bin ich eingepennt, Alter. Ja, genau, ihr seid. Ich hab im Pinsel vor ein paar Tagen drüber geredet. Da meinte der so, yo, am Freitag zock ich Rust. Da hatte ich auch mal wieder Bock, so einfach mal so ein bisschen reinzugucken, ob sich irgendwas verändert hat. Ja, Macaroni, das weiß ich. Sandro, der Penner. Hallo, Bodo. Hallo, Bodo. und so. Ein bisschen. Hallo, Dr. Bubatz. Als die gekillt hätte ich gefeiert, dann wäre ich wenigstens ein bisschen Action gewesen. Sind die überhaupt nicht schießen gegangen oder so? Gar nichts. Haben die Monumente gemacht? Wahrscheinlich nicht, ne? Verstehst du sowieso nicht, warum er sagt, yo, ein, zwei Tage Rust. Oder du brauchst zwei, drei Wochen dafür, damit da losgeht. Hallo, Holy Coase. Ich muss schon wieder gehen. Boah, Junge. Mann, oh Meter. Jetzt geht's aber los, ja. Hallo, Boah, Daddy. Ich hoffe wenigstens, ihr hattet schöne Tage und könntet euch irgendwo anders unterhalten lassen. Grüße aus Österreich. Ey, Grüße aus der Schweiz, man. Ich wohne im Poolhaus bei Stay. Wie ist denn das Wetter in Österreich, Tommy? Schön da. Hallo, Headcrash. Oh ja, und dann stundenlang Böden in der Höhle placen, weil der nicht perfekt... Ja, das klingt nach mir. Hallo, Too Strong. Nö, seit vier Jahren krank geworden hast du das Jahr, man. Ehrlich, ich bin auch am heulen. Ich will nicht krank werden, Alter. Ich hab gar keinen Bock da drauf. Arbeit, Arbeit. Ja, ja. Absolut null. Flying Star, vielen lieben Dank für die Weezer im 35. Monat. Zwei, ich bin uncool. Egal, passt. Hast du glaubt, K.K. King? Jetzt wissen wir, wer bei Stay im Keller sitzt und die Hunde bürstet. Nee, ich wohne im Poolhaus. Wie cool ist das, bitte? Dizzy wohnt, wohnt, äh, im, äh, im, äh, im Nordding. Gar nicht im Westflügel. Und Stay in der Main Villa. Wir treffen uns abends immer so, wenn jeder den Streamhouse hat, im Garten. Bei der goldenen Statue. Hast du mal CSGO? Bruder, ich bin, glaube ich, in CSGO gewesen, Alter. Ich hab da aber schon Jahre nicht mehr gespielt. Ich hab ein gutes Video von Moonlight 7, wo wir CSGO spielen. Da hast du gesehen, wie ich abgegangen bin, Junge. Übel reingecheatet. Dienstag ist der Hogwarts-Tag. Ja, Mann, ich muss fit bleiben. Genau, Stay won't in Duisburg. Das glaubst du aber selber nicht, Junge. In der Schweiz. No Name. Dankeschön für den Prime-Sub. Im 24. Zwei Jahre Support. Biss mich, du Stinke-Tunfisch. Dankeschön. Zwei Jahre, Mann. So Games wie Rust und Kurs sind für mich Brainkiller. Da bekomme ich immer Ärger mit Frau, weil ich halb ausflippe. So beim Placen, was nicht passt und der innere Monk durchkommt. Hä, aber das ist Bauen in Rust ist doch super easy. Rust ist ein ziemlich krankes, gutes Spiel, Alter. Aber ich bin super schlecht da drin. Also im AIM. Du bist vergisst die Schweiz in NRW. Ready or not, was ist das? Ohne eine Papier-Tonne. Wir gehen jetzt rein, sonst penne ich gleich ein. Hat gesagt, Karim, Crime-Time. Hallo, Rust ist mir zu Fuß. Zeitfressen, sonst würde ich es auch mal wieder anfassen. Rust ist mir zu... Achso, zu... Ich hab Fuß gelesen, Junge. Zu, Zeit... Ja, geht. Es gibt ja Server mit hohen Raten, ne? Mit Fünffachraten oder so. Da geht schneller alles. Ach, das SWAT-Game. Ja, das Factory finde ich bezüglich Bauen viel schlimmer. Penne ich nicht. Hallo, Schwester Kusch. Ja, ja, der Karim lebt nur. Der ist nur bei anderen Streamern unterwegs und macht die ganze Zeit immer so eine Prime-Werbung für die. Dann kriegt der Mod und dann bildet er sich was drauf ein. Ich starte jetzt die Pommes, Junge. Hallo, Spoon. Hallo, Hanna. Dankeschön, Loco. Du bist nur ein Hater. Warum hate ich denn? Wie, aber ich spreche doch die Wahrheit, oder nicht, Karim? Oder bin ich ein Lugner? Du Fanboy, von wem? Von dir? Mach dir nur Spaß, Karim. Wir wissen alle, dass du einen Pfeil im Kopf hast. Komm schon, Funktioniere. Den Schleppen werfe ich auf dich safe. Genau, Bruder. Ich habe Venom. Ich habe Venom-Rücken, ja. Arabische Großfamilie-Rücken. Erster Streamer. Der das braucht. Warum wechselt der nicht? Was ist denn hier kaputt jetzt, Junge? So, kam Rage-Update. Ja, jetzt. Hallo, Hescher. Den Schleppensgelände, Schwester Kusch. Hallo, Diamond Blue. So, holt euch eure Schnüffeldeckor. Es wird langweilig, Alter. Ich kann nicht ausrasten. Ja. 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 Oh, bitte, Mila. Bitte nicht. Ja. Nimm mal was Geld ab. Ich habe eins, aber. Okay. Du darfst mich also nicht auseinandernehmen, okay? Ja. Ja. Ja, Juck, kommst du raus? Raus. Ja, ich komm raus. Okay. Wissen du. Raus. Boah. Ja, ich kann dich sehen. Ich kann, 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 ich kann dich auch sehen. Ist doch den Surano gefahren? Ja. Soll mal deinen Rad da verkaufen gehen? Ja. Na, willst du auch so eine dicke Karre oder was? Ja. Welchen dann? Weißt du schon? Ja. Hast du gesehen im Weenert? Ja. Warte. Ich will. Warte. 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 Warte, okay. Ich habe übrigens 200.000 Dollar bekommen. Warte. Ja. Jeder will nicht reden. Warte. Warte. Ja. Bisschen nervt. Da und da ist der für 150.000 der dünke Jester R-R-R-R-Sportwagen. Der Jester, oh? Ja. Okay. R-R-R. Wie cool ist das bitte? Dann ruf du mal den Herr Muller an. Ich habe Fortnite und trinke Cola. Um ehrlich zu sein, habe ich seine Nummer gar nicht gespeichert. Glaube ich. Was? Ja, super. Ja komm, wir fahren einfach hin. Wohin? Nein, zum Zughafen. Äh. Ja, wie, oh wo? Ja, wo, oh wie? Ja, fahren wir mit meiner Karre? Äh, nee. Ja, wie? Ja, wie? Thanks, vielen lieben Dank für den Prime-Subscribe und herzlich willkommen. Ich komme einfach los, ein bisschen auf Gas zu töten. Weißt du, ich möchte auf Gas töten. Weil, dann kann ich auf Gas töten. Ein bisschen cruisen, you know. You feel my worries. Last night I thought... Ich kann nicht lachen. Last night I thought I was peeing in the toilet. But it landed in the bathtub. Last night I thought I was peeing in the toilet. Nein. I don't understand. How can I get to shippen? Oh nein. Okay, fuck. Mann ey, das ist so schlimm, wenn man das zurückhalten muss. Wenn ich am Dienstag nicht fett bin, ne? Dann bist du das schuld, okay? Ja, oui. Ja, oui. Wofür fett? Na, Dienstag. ich gehe wieder rein wir müssen flughafen ich habe gps gemacht das ist ein schwein oh gott dass wir dann stehen sollte ja was denn ja was denn was hast du im hals oh gott ein pfrock ein pfrock ein pfrock in der haus was für einen soundpop muss ich machen du redest in engländerin hui hui oma bama den karen bitte also karen kommen nie wieder bitte kommen einfach nie wieder verschwinden einfach ja bye have a beautiful time wenn du überhaupt schon am arbeiten ja wenn ja wenn ja wenn wenn ja we das das sag ich so hier lang ich geh hier lang man meter au 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 du bist ein mann meter du bist ein mann meter dann hättste besser eingeben sollen hättste besser machen sollen ich habe mila mal lauter gemacht bye bye du fährst falsch nein doch wir müssen hier auf den parkplatz ja aber das sag ich doch hier hin da steht doch der herr müller glaube ich wir müssen nach hin in ja schön wir wollten zu ihnen aber das sagt wir müssen hier hin da vorne einfach also ich würde jetzt rückwärts fahren und einfach dann nach links fahren ganz vorne okay mache ich weißt du am besten solltest du an den autos verkaufen so wie du mit denen umgehst du schlamm blut so das klärst du jetzt du sagst du hast ein reaktor mit zum verkaufen vielleicht zwingen hast du was machst weißt du mach einfach worauf du lust hallo wie geht's euch nicht so gut wie ich hab heizweiß oh gott dann musst du und husten saft trinken oder eine warme milch mit honig ich habe eine art den ich verkaufen möchte weil der schoss nicht richtig funktioniert und manchmal da habe ich manchmal da bin ich eine frau die sehr wütend ist okay und dann kann ich das nicht so gut für mich verbrauchen und ich glaube warum würde ich den gern loswerden okay um was handelt sich denn ein rater ein riater ist das überteuerte kackauto da dürfte ich dir 90.000 dafür geben das sind 30.000 weniger zu bezahlt das ich meine ich bezahlt habe aber ich müsste jetzt kurz zu einem termin ja wir können ja später noch mal wieder kommen wie war denn die nummer ich habe die gar nicht gespeichert 24 24 24 wie lange dauert das ungefähr ich hoffe nicht so vielleicht eine halbe stunde dreiviertel stunde maximal okay dann melden wir uns dann nochmal bis später macht's gut bis später viel spaß ebenso ich kann den bobby anrufen dann können wir die dings fahren den den jester test fahren wir können ja ein bisschen mal test fahren weil warum nicht immer right immer right oder okay ich ruf den an immer right oder immer left jo jo mr bangs nicht viel bei dir das klingt gut die mila wird gerne mal den jester probe fahren wenn es geht nicht mehr fast die rampe hochgefahren die hier ist warm und fahren wir rechts gibt es hier neue autos beim flug haben du bist schon 500 kilometer vorbei ich weiß ja nicht mehr da ist ja aber ist das dieser breite neue ja dann fahren wir mal dann fahr ich noch okay danke aber kein fahr nachdings der nookia dauern der lässt sich bestimmt fahren warte mal fahr nur bitte zurück ich will mir das mal angucken das war das wahnsinn jdm kauf hat sektor von juri die halle gekauft im flughafen und star vielen dank für die we start mit dem prime im 23 dankeschön du machst das extra was denn so fährst du hin ich weiß nicht nach zurück ich hab aber warum hast du denn was in dink hier ja weil das teilen ab war du machst das extra willst mich nur herrn ist überhaupt ja gar nicht wahr ist ja wohl wahr ja die ralle die ralle mann du bringst mich komplett aus konzert genau du bist einfach auf einmal dumm geworden ich mein problem das ist doch juri ist nicht juri ja da habe ich aber schon mal schönere hallen gesehen ich wollte nur gucken ach schon kalt und trinke kohle oh du gott da hat das wohl irgendeiner nachgebaut vom juri oder der juri hat das nachgebaut keine ahnung wo das herkommt ist auf homestead bennies die halle aber woher querter der melo gemacht so netz nach thailand okay ananas dita vielen dank für den primes ab dem 40 guten abend ich habe mein schild vorgestern bekommen ich habe die halle noch nie gesehen ich kenne die nur vom juri bei der juri ist eine ähnliche gebaut hat er findet da sowieso keiner hat rad neu ich habe schon wieder namen vergesst von dem mitarbeiter jürgen nee die ist nicht jürgen was keine kappe was du bist nur mehr dann schulde wie meinst du na dich ich höre den wind so laut ja weil du cabro fährst in 300 juhu ansonsten fahren wir nach bennys bevor wir kaufen fahren wir nach bennys da kannst du ein paar testfahrten machen bennys okay weil da kriegen wir zum eker eker warum kaufen wir das denn nicht da bei die die nicht verkaufen die du nur haben willst doch mela was machst du warum ärgerst du mich die ganze zeit ich ich fahr nur nach navi nee 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 will ich jetzt gar nicht hören ich fahr wie das navi mich das sagt du machst mich dafür fertig nee also wirklich also mal echt oh pang im vorher ja ja das ist ja absolut wahnsinnig mit dir warte ich hab verrückt warte warte mal warte mal wie ist dein name nochmal aua man ich hab den grad vergessen na ok genau ich hab grad mit bengs gequatscht du hast einen jester r und einen breitbau mhm dürften wir den mal probefahren sicher das nen dankeschön noken was bedeutet breitbau dass der breit gebaut ist wie ich was sagst du wie fährt er sich geil gut probier aus camilla du komm erst ich ganz kurz nur dankeschön kein Problem kein Problem du bist ein Opfer Opfer boah ok der fährt sich richtig gut ok der sieht richtig schick aus mila kannst du mir einen gefallen tun kannst du mir einen gefallen tun kannst du bitte die karne nicht schrotten wie meinst du das na bitte fahr jetzt nicht gegen die wand oder so hä du tust als mach ich das immer als mach ich das immer abs absichtlich das ist nicht unser auto ich will nix zahlen ich weiß es auch wohl ok nix ich hab nur angst weil du bist doch eigentlich ein pulchfahrer rein nein fahr den ruhig aus oh gott jui nix alles ok und was sagst du ich weiß nicht also man hat ein gutes Gefühl auf der Straße ne ja oh gott oh gott nein oh gott siehst du das meine ich man rettet sich schnell aber will ich mich schnell retten ja oui das ist doch gut ja oui na das ist doch gut wenn du schnell retten kannst in welcher welt ist das gut na sonst baust du ein umfeld ich baue hier keine unfälle ne ne du doch nicht nein du doch nicht nein du doch nicht man das ist mein umfeld du bist einfach die tochter von win diesel du bist du bist Mila Benzin oh gott könnte ich sein aber weiß ich hätte gerne eine Auswahl was sind denn noch zu tuner Autos ja dann müssen wir nach Bennys fahren die haben noch mehr stehen ok aber der ist schon mal sehr sicher ok sehr fest aber vielleicht ein bisschen zu fest in meiner Meinung was meinst du mit fest hm weiß nicht so geerdet weißt du ich bin sehr geerdet und ich bin kein geerdeter Mensch ne was bist du denn ich bin das Chaos und das muss mein Auto auch irgendwo widerspiegeln können ok ich bin ich bin wie ein Murbelsturm im Murbel der Nacht weißt du aber der Sound ist irgendwie auch geil die ganze Karre ist geil ja eigentlich schon wir müssen ja nicht ich hol mir die anderen vielleicht vielleicht mag ich den ja doch lieber als die anderen und die sind mir zu ungeerdet weil ich bin ja auch nicht das pure Chaos ich bin ja einfach nur Chaos vielleicht sind die anderen mir zu viel oder noch zu weniger wo pack ich den? na da wo wir die Karre her haben pff ja das sagst du mir ne weißt gar nicht wo der jetzt ist ich auch nicht boah hier ist dicke Luft was ist denn los? ich will parken ich will parken ja und die hat vorne geparkt mhm was sagst du? fernsicht schon gut aber ist ziemlich schwerenlastig irgendwie ich weiß nicht ich finde es irgendwie schwer an ne was kann man denn noch testen hier? danke übrigens das war ein Problem danke was du bereit brauchst? habt ihr noch hier? gerade müsste ich einmal kurz gucke Sekunde kannst du die Schlüssel dafür? eine Sekunde bitte eine Sekunde bitte komm wir gucken mal auch ganz dicke Luft irgendwie echt? ich bin schon na gut ja was dann? wie war's denn? ungegendwas stimmt mit meiner Grafik schon wieder net alter alles am flackern hier ansonsten musst du die Roxy man rufen mhm weil die haben auch ein paar da Hi Bonzo vielen Dank für Louisa am fünften und Honky Tonk Dankeschön für Louisa am sechsten und Kinderleck Dankeschön für den Primes am 42. Ich küsse dein Herz zurück Hallo Dr. Chuck Hallo Swiss wie voll putig sind was quatschst du da? das ist mein neuer Song der geht dann so ich hab putige Popel das ist ein Rocksong du hast blutige Popel? blutige Popel die ganze Zeit warum? wie warum? warum hast du blutige Popel? na weil man zu viel Popel und weißt du so dann damit erreiche ich die Leute die das auch das Problem haben und dann erreiche ich mehr Fans ok man muss die Leute nämlich damit erreichen dass man dieselben Probleme hat welches Problem hast du? blutige Popel? ich hab die nicht aber andere zum Beispiel woher? Menschen auf der Welt Küdies Menschen auf der Welt hallo ich hab übrigens Butterbrote gemacht hast du gelappt? hab wir die hier? ne nein wisst du wer da ist der hier? ja der war grad hier der kommt sofort wieder ach so ich glaube die sitzen da unten ach so ich glaube ich ach grüße ich würd mein Fahrzeug gern und hast du schon angerufen? sicher sicher ne das hättest du glaube ich mitbekommen so was wollt ihr noch probiere? ich glaub wir haben halt grad ich weiß halt nicht was ihr grad alles da habt ne? wir haben halt grad ein paar von unseren Ausstellern nicht da so das ist ein bisschen die Problematik hm Joa würde sich halt dann beschränken also was wir noch da haben wär halt äh der 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 Jekyll dann was haben wir noch da? den 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 Rechtslenker Penumbra den normalen Penumbra aber den normalen Penumbra verkauft der doch gar nicht oder? äh den Breitbau doch und welchen Penumbra verkauft Bennys? äh pass auf da gibt's lass mich jetzt ganz kurz versuche zu rekapitulieren also wir haben ein ähm Facelift Penumbra der aber Rechtslenker ist quasi ein Report aus Japan dann haben hat Bennys den normale also quasi ne den Penumbra den wir hier haben quasi den äh geschlossene das das Coupé ne? äh der FAT 270 Dica ne? das macht unserer also der Breitbau die Breitbau Variante davon die Variante ohne Breitbau fährt ja halt wie ein normaler Penumbra so ungefähr ist halt Facelift die verkauft Bennys dann verkauft Bennys äh den schmalen also quasi den gleichen äh Facelift Penumbra ohne Breitbau als Cabrio und noch den Breitbau äh als Cabrio okay ich bin komplett raus ja ich auch was okay können wir einmal den Penumbra fahren der 270 Spitze fährt? mhm ja klar kommt immer mit der fährt sich auch echt gut aber ich weiß nicht ob er dir gefällt Mila oder guck mal was dir vom Optischen am meisten gefällt äh Kai der auch schon Mila? was Tuning Autos was nicht ja das sind im Prinzip alles Tuning Autos Kai? guck hier vorne da ist der Penumbra also einer davon der hier ja 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 ich weiß das super ohne Be- also äh ja Aussteller ist grad nicht da aber das wär das Baby der hier ne? mhm ja bei dem verkauft Bennys doch auch aber nicht mit dem Spoiler ja das ist schon klar du brauchst den Spoiler nicht haben den hier aber als Cabrio und ohne Breitbau verkaufe die ok und ohne Breitbau als Cabrio Dankeschön aber achte auf deine Beifahrerin du musst den ja ganz schnell dem der fährt sich halt der ist halt luftiger viel viel luftiger ehh den hat die Pinsel auch aber der ist super schnell ne? mhm wohl oh man das war ich aber nicht nein das war ich ja man ey ja mal typisch bist du real aber typisch du bist typisch der fährt sich luftiger ne? ja aber da ist der Sound halt voll kacke ja ja der fühlt sich weniger schwer an aber mich hier fehlt mir jetzt der Sound irgendwie ja dann müssen wir andere Kram fahren ist jetzt schön schnell aber ich will ja auch gar nicht ich bin will ja gar nicht hier hinfahren sondern pumpen mit meinem Look ja mit deinem Look mit meinem Look weißt du was lass uns nach Bennys fahren die haben auch ein paar testen will die erstmal genau und dann können wir auch Itami weißt du wenn der steht hört der sich gut ja wir können auch Itami und Kenzie fragen die kennst du mir den ganz krachen super aus ok da findest du einen ansonsten holen wir den Jester weil der sieht schick aus hat guten Sound ja und an das Fahrding ist gewöhnst du dich schon ja du willst ja auch nicht schnell fahren ja du willst ja nur flexen ja 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 nein du musst hier rechts hinten wieder parken oui ja oder hinter uns pass auf da steht jemand ok ja die Karte ist super geil man aber der Sound ne ist auch geil naja da ist ja quasi gar keiner nur so psch 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 ja sie hat ein japanischer Motor ja ja ist der Kälfer ich weiß nicht komm wir fahren Dings Bennys ok 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 Wo gehst du hin? Wir gehen mal eben den ZR und so testen wir Bennys. Ja, klar. Dankeschön. Ja gut, dann hätten wir doch den da. Sentinel. Der erste hier? Ne, der rote. Der rote. Kann man den Komoda-Breitbau schon kaufen? Muss man den Tacker fragen. Ach so, da stehst du nicht, Mila, ne? Ja. Könnte, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Mit so testen. Ja. Dankeschön. Das ist halt eine richtige Maschine. Aber auch von Zaun. Ja, aber Zaun ist auch gut. Oh, der Zaun ist geil. Boah. Ich weiß nur nicht, wie der fährt. Boah. Zaun ist gut. Zaun ist richtig gut, ja. Zaun ist richtig luftig. Oder auch schwieriger. So, eigentlich ruht der gerade eben auch. Das ist natürlich ein Monster, ne? Der passt zu dir, weil du bist auch ein Monster. Der hört sich schon echt geil an. Okay, das ist mein Favorit bisher. Zeig mal. Der sieht doch super böse aus. Ne, der ist doch schon schwieriger. Ja, der ist so was zwischen, vielleicht. Aber doch schon besser als der andere. Der kommt mir super langsam vor. Der zieht langsam an. Ja. Aber du willst ja eigentlich schnell fahren. Ja. Also der und Dings mag ich bisher liebsten. Also der und Penumbra? Na, just okay. Ne, just okay. Den kannst du halt richtig böse machen hier. Ja, Apache. Jo, Curtis Mann, was geht? Wie geht's dir? Gut, und ja, ich test' gerade mit mir ein paar Karren. Wie heißt der nochmal, der Auto? Ich hab, wenn's gut läuft, morgen mein Anwalt sich send's. Sentine. Das ist Sentine Breitbogen. Morgen? Ja, ja, morgen Abend hab ich Termin. Sauber. Äh, steht halt irgendwas an, oder? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob Pinsel schon wach ist. Hast du den schon angerufen? Nee, mach ich gleich mal. Dann klinge ich gleich mal durch. Und dann, äh... 30 Sekar später. Ja, wenn ich Pinsel erreiche, dann rufe ich dich nochmal an. Alles klar. Dann, äh... Lass mich nochmal drin sitzen. Ich muss sehen, wie cool ich daran hause. Ja, Chat ist müde. Ich bin aber heute auch kaputt. Also eigentlich wollte ich gar nicht online kommen. Deshalb machen wir heute einfach chilligen. Nur für euch, Chat. Oh, was sagst du? Ja, siehst schön gefärblich daran aus. Ja. Für meinen Geschmack bisschen zu viel Dings-Tuning drin. Aber man kann ihn ja nur machen. Kann einer von euch den Sentinell ausmachen? Hat er einen Schlüssel? Ich mach das. Danke. Der vorne ist der Mr. Banks. Banks. Mr. Banks. Ja. Das ist der Bobby? Das ist der Mr. Bobby Banks. Ah, der hin? Wollt ihr noch irgendwas fahren? Welchen Breitbau habt ihr den noch da? Ja, hier den Rechtslenker und den Jackal. Den haben wir gerade hier stehen. Und den Rechtslenker kommst du nicht klar, ne? Ja, und Jackal. Den müssen wir auch nicht testen. Wie cool ist das bitte? Jetzt sag ich Fortnite und trinke Ola. Der sieht auch schick aus, ne? Mhm. Obwohl... Obwohl... Was sagst du? Wenn dir dir vom Aussehen schon nicht gefällt, musst du dringend sagen. Ja, doch, stimmt. Ja. Ja, was? Ja, nee. So Aussehen gefällt mir schon weniger als die anderen. Ja, dann brauchst du den gar nicht erst fahren. Okay. Dann lassen wir das. Okay, also soll ich den wieder ausmachen? Ja, das ist ja nett. Der Sentinel sieht schon am böses aus. Und? Dann hätten wir noch einen Lynx. Da hab ich eine Garage. Kann ich den kurz raushauen, wenn du den fahren willst. Das ist ja nett. Und noch Lynx. Aber was stehst du denn so? Was ist denn das für eine Karre? Oh, das ist der Vater Dings da von oben, von der Kapelle. Komm, der holt den aus der Garage aus. Ich hab heute einfach ein Problem. Jetzt saub, danke schön für den Prime Summer 15. Ich mag das schon. Oh, der sieht auch krass aus. Guck mal. Boah, ja. Der sieht geil aus. Der sieht richtig gut aus. Okay, mach schon. Bis gleich. Bis gleich. Der sieht dick aus. Ja. Sound ist gut. Der ist auf jeden Fall gar nicht schwer. Kann aber sein, dass der rutscht, ne? Mhm. Was ist das? 350 Z? 360 Z? Chat, weiß da keiner? Fang mich weiter. Ich fang gleich noch. Ja. Ja. Ja, QR-F-Type. Okay. 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 Und? Ja, ja. Schon ist schon... Schon nicht scheiße. Aber Sentinel bestimmt ist ja immer nur Favorit, ne? Oh. Beschleunigen ist okay. 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 Das ist jetzt welcher Hals? Das ist der Lynx. Hi. Welche Plants kommen da? Hallo Kaiser. Ich weiß nicht, aber ich glaube, die anderen fallen mir vom Aussehen schon ein bisschen mehr. Weil das Sentinel? Ja. Ich würde Sentinel auf 1, den auf 2. Nee, gar nicht der Jester auf 2. Jester sieht gut aus. Jester sieht halt richtig gut aus. Man gewöhnt sich halt dran, ne? Mhm. Dass der ein bisschen schwerfälliger ist. In Lenkung. Jester sieht schon richtig schön aus. Ja. Und ich brauche halt nicht dieses Schnellfahren. Ja, aber der Anzug muss ja gut sein. Ja. Wo rennen die denn immer hin hier? Und die Jester sieht halt schon echt gut aus. Wenn man den richtig fertig macht, ist der echt geil. So wie ich? Wir hatten uns den nochmal gegeben. Wo sind die? Der sitzt da doch, oder nicht? Nee, das war er nicht. Ja, komm, wir stellen ihn einfach hin. Komm doch. Ja, mach die Mucke aus. Habe. Ah, Entschuldigung. Äh. Joa. Ja, Mila überlegt sich das nochmal. Wie toll ist denn der Lungs? Weißt du das zum Kopf? Äh. Hundert. 65.000. Alles klar, dankeschön. Kein Problem. Mann, Opa. Was denn? Ja, was denn? Kriegt man ja Kopfschmerzen mit deinem Gedödel hier. Wir haben noch ein bisschen Musik gehört, Junge. Ja, guck das, der Jester, Mila. Guck den nochmal an. Ja, der gefällt mir halt optisch. Eigentlich schon besser. Okay, dann gehen wir jetzt gucken, was Dennis hat. Ja. Oh, bald. Aber Sentinel sieht auch richtig gut aus. Wenn man dem bisschen, boah, stell dir mal vor, du hast den Schwarz-Matt-Maldrosa-Unterhundbohnbeleuchtung. Ach, halt's den Maul mit Schwarz-Matt. Halt du deinen Maul, du böde Kuh. Ich ruf mal I-Tami an. Gegen die Stranne. Beiß geht dran. Grüße. Ja, Beiß, bist du am Work-No-What? Äh, grad nicht. Grad Polizeikontrolle. Ja, wie? Wir wollen mal ein paar Kranken testen. Ist irgendein am Arbeiten? Äh, müsste eigentlich einer da sein, ja. Ja, aber hat der auch Schlüssel? Nein, tatsächlich. Mehr als ich, ja. Sag mal Declan Bescheid, dann kommt er dahin. Alles klar, danke. Super, Beiß. Wobei, keine Bennys dann. Aber warum nicht Schwarz-Matt? Ich hab übel Halsschneid, Kaiser. Du bist ausgelutscht. Oh, beim Pirnse klingelt. Ja? Ja, du musst dich mal langsam um deine Gang kümmern, ne? Ich war krank, Gerdes. Ja, ich bin immer noch krank. Ich bin trotzdem unterwegs mit Pallner. Ja, so gut. Der Apache ruft mich jede zwei Stunden an. Ja. Da musst du dem sagen, dass du nichts zu sagen hast. Ja. Kommst du nach Bennys? Mila will sich auch nen Kahn kaufen. Ja, warte sofort. Ich hau dir mal Patschen auf die Fresse. Okay, dann bis gleich. Bis gleich. Irgendwie, weiß nicht, dicke Luft. Hm. Hm. So, da vorne stehen die meisten. Geh mal erstmal gucken, okay? Ja. Was hältst du denn von so einem hier? Das ist Elegy. Den hat aber der Pinsel. Nee, Elegy nicht. Hä, ich dachte, Pinsel hat den anderen, den wir gerade gefahren sind. Der Pinsel hat Elegy, der hat ganz viele Autos. Hm. Und guck mal, da hinten ist nochmal der Penumbra-Bahn, das getunt. Ja. Der ohne Dach. Hm. Ich glaube, das ist ein Jester hier oben. Das ist ein Jester. Aber der ist ugly. Der andere ist schon schöner. Tagsam. Hallo. Was geht? Ist das vom Eis, die Karre hier? Nee, das ist meine. Hast du dir auch einen geholt? Ja. Schön, schön. Mila will sich ja auch einen holen. Wir gucken mal ein paar Karren an. Hm. Ja, wenn ihr was bobe fahren wollt, dann sagt ihr Schert. Ich hab von fast allen bis auf den Blister, glaube ich, einen Schlüssel. Ja, ich weiß, das hat Eis schon gesagt. Ja, sagen mir danke. Jo, alles klar. Guck mal, da vorne der Komet, Mila. Weil du auf sowas stehst. Oh, wie viele Leute holen sich denn die Karre? Oh, Mann. Guck mal, der Komet hier. Hm. Der sieht cool aus. Habe ich ja letztes Mal gesagt auch. Willst du den Po fahren? Naja, Komet kenne ich ja von dir. Nee, der fährt sich ganz anders. Das ist ja Komet Breibau. Dann fahren wir den mal Po. Okay. Ah, tut schon wieder weh, Alter. Nervt so, ne? Ja, cool. Wir würden den Komet gerne mal fahren. Alles klar. Also, kann nur einer von euch fahren, ne? Ach, das ist ein Einsitzer, ne? Das ist ein Einsitzer, ja. Und, Mila, da kann nur eine Person rein. Oder ist das nicht schlimm? Ja. Ich bin schon groß, weißt du? Papa, irgendwann musst du mich auch mal in die große Weite-Welt lassen. Es geht darum, ob du überhaupt eine Karre haben willst, wo nur einer drin sitzen kann. Ja. Okay, Moment, ich pack mal rein. Okay, wir können lassen, wo eines... Nee, warum dann? Dann fährst du die halt nur, wenn wir auf Treffen oder so fahren. Nee, nee. Nee, einer ist blöd. Ja, willst du einen anderen testen? Jetzt nicht weiche. Denk ich, wer tatsächlich den Yesternin... Warte, ich ruf mal einen Taka an. Ich frag mal wegen dem Komodo. Weil der sieht aus wie Sentinel. Der fährt sich aber nur tausend besser. Wenn der schon am Arbeiten ist. No, bitteschön. Der Mida will den doch nicht fahren, weil der nur eine Person rein. Dankeschön. Das ist blöde. Kingel, kingel, kingel. Nur am Kingeln. Soll es denn irgendein anderer sein? Der gefällt dir einer, Milo? Nee, ich glaub, ist erst mal gut. Ich glaub, ich weiß schon, welch ich bin. Also, es entscheidet sich gar zwischen zwei. Alles klar. Danke. Was kannst du denn so empfehlen? Also, Mila findet den Jester-Breitbau gut. Und den Sentinel. Den Jester und Sentinel. Magen ich. Gibt es noch irgendeine Karre? Also, der Jester, das ist meiner. Der fährt sich extrem geil. Den kriegst du allerdings nur bei Teilernatz. Ja, das wissen wir. Den Sentinel bin ich noch nicht gefahren. Ansonsten, wenn du was mit Leistung haben willst. Drafter oder der Penumbra GPR. Welche ist denn der Drafter? Der Drafter, das ist der schwarze, den Eis vorne hat. Ich weiß gar nicht, wo unser anderer ist. Aber Leistung bin ich eher weniger. Ich mag lieber einfach gutes Aussehen. Kann man, habt ihr viele Tuning-Teile für den Jester? Ja. Kann man den richtig schick machen? Ja. Du kannst den auf dezent machen. Du kannst den auf total übertrieben machen. Ich glaub, ich weiß schon, wie ich den machen würde. Also, von allen, die hier stehen, kannst du echt viel dran machen. Ich glaub, am wenigsten geht beim Pfister. Und beim Jester, also bei dem Jester-Breitbau, da geht fast das gleiche wie beim normalen. Nur ich glaub, du hast ein, zwei Spoiler mehr oder sowas. Was ist mit dem Komoda-Breitbau? Der wird noch gar nicht verkauft, ne? Den kann ich dir nichts zu sagen. Okay, dann ist der neu. Da muss ich den Tacker fallen. Komoda wird dir auch gefallen. Aber ich weiß nicht, ob die schon verkauft werden. Weiß ich nicht. Weiß nicht, was das ist. Ich hab gehört, die sollen dann, wenn die verkauft werden, gehen die nach JDM und ich glaub, Alice Exclusive. Ja, aber wir sind ja mit Paletti so. Das klappt schon. Dann. Dann ist ja kein Problem. Ansonsten kann ich euch auch mit Daniel in Kontakt bringen. Dann mach ich das dann auch billiger, wenn's sein muss. Okay. Das kriegen wir schon hin. Ja, dann überlegen wir noch. Ja. Ja, alles klar. Aber Teddy. Das glaub ich dir. Dankeschön. Kein Problem. Aber du stehst ja so auf diese kleineren Kisten, ne? Obwohl, den Centin, der gefällt dir auch. Ja. Der Komoda wird dir gefallen. Aber ich weiß nicht, ob der schon verkauft wird. Der bin ich letztens gefahren. Der ist vom Tacker, der. Das ist so eine richtige Boah-Boah-Boah-Maschine. Ich hoffe nur mal. Ich glaube, Pinsel hat schon wieder Ego-Probleme. Boah. Weißt du, der Pinsel will ne Gang-Off machen. Der kümmert sich um G-Nix. Ich ruf Nummer an. Ja. Yo, Mr. T. Ich muss dich schon wieder nerven. Kein Problem. Der Komoda-Breitbau, den wir letztens gefahren sind, wird der schon verkauft? Nee, noch nicht. Also, als Namen, oder was? Ja, Mila will da auch ne Karre. Wir suchen grad. Ich finde bisher den Jester richtig gut und den Sentinel. Der Sentinel kommt ja, der ist der Komoda ja noch krasser. Aber der ist halt wirklich sehr krass, ne? Von der Endgeschwindigkeit, ne? Ja, ja. Ja, aber der wird doch gedrosselt noch. Ja, ja, ja. Aber wer den jetzt erst mal kauft, der muss schon auffassen, ne? Gut, abbremsen, ne? Ja. Aber wir haben ja auch noch den Cypher-Breitbau, die Coquette-Breitbau, Turismo-Breitbau. Ja, aber du hast jetzt keinen Bock, uns die alle zu zeigen, nochmal. Die stehen hier alle. Du kannst zum Hafen kommen. Direkt am Schiff, direkt? Äh, ja, genau. Okay, dann kommen wir dahin. Alles klar, ich bin jetzt für sieben Minuten da. Alles klar, Mr. Tickernstraße. Let's go. Es gibt nämlich noch, es gibt noch Kragen, Mila. Die werden noch gar nicht verkauft, aber wir kriegen die unter der Hand. Von Mr. Tick, weil wir haben Connections. Unter der Hand? Ja, pass auf, der Komoda, ne? Ja. Der ist so schnell. Es kann sein, dass du so schnell bist, dass du bis nach Malta fliegst. So stehst du? Ich will ja gar nicht so schnell sein. Ja, ich weiß. Jetzt sag ich für Unleid und trinke Ola. Versteck mich, die Kopf suchen mich, Gerdes. Der Apache schreibt da schon wieder Ego-Probleme. Wow, der hat mich gedisst. Dann bin ich hingefahren, hab gesagt, dass mein Hand verstaucht ist. Klebe Couch übrigens. Ach ja, der hat bei uns gepennt. Ach so. Ach, das hat so gestunken. Penze, wir fahren, wenn du mit mir jetzt kommst, wenn nicht, dann nicht. Wir fahren jetzt zum Hafen nach Paletti. Ich habe ein Problem. Was denn? Er wird von den Kopf gesucht. Ach so ein Quatsch. Na ja, da war so ein Typ, der hat mich gedisst. Dann habe ich mit meinem Laserschredd vor der Polizei auf Mauer gehauen und mir weggefahren. Und du meinst wirklich, dass sie dich jetzt suchen? Na ja, ich habe den umgekloppt. Ja, du hast den Apache bestimmt verhauen. Nein, ein Taxifahrer. Ja, das ist okay. Die werden täglich zusammengeschlagen. Weißt du, was er gesagt hat? Der sagt so, also über mich, der Mann verwirrt sich. Ich glaube, man sollte den geistigen Zustand überprüfen. Das habe ich ihm weggekloppt. Das Tant. Ja, genau. Das dachte ich mir auch. Warum sollten wir den nicht warten lassen, wenn er das schon für uns macht? Ja, das ist der Chef. Komm, Penso, wir fahren nach Paletti. Wir zeigen uns jetzt Karren, die noch gar nicht verkauft werden. Okay, aber ich packe kurz mein Auto ein. Wir haben nur zwei Sitzer. Ja, ich... Ach so. Okay, aber wenn ich mir zeige, muss ich wegfahren. Ja, die kommt aber nicht, Penso. Du kennst die Kopfe. 100 Prozent. Ne, weißt du nicht. Oh, doch. Ich kenne Leute, die haben anderen Leuten den Kopf geschossen, die waren nicht gesucht. Kennst doch deine Ex-Kollegen. Ja, nach 30 Tagen ist verjährt. Ja. Aber können die sagen, wann es die dann zu kaufen gibt? Wir können die sofort kaufen. Oh. Du weißt doch, ich mache Geschäfte mit denen. Ich habe dir doch erzählt, was ich mache. Ja, aber ich wusste nicht, dass wir dann wirklich sofort das auch bekommen. Na, Kau. Wir sind richtig eng mit einem Nack zum Hafen. Oh, bei Pekki? Ja. So, jetzt pfeife ich. Egal. Sushi, Dankeschön für den We-Sub im 8. Monat. Und Schmuma, danke für den Prime-Sub im 31. Ich hatte schon wieder das, mit, dass ich Prime nutze. Kleiner als 3, Dankeschön. Und Daddy, danke für den Prime-1. Ich glaube, der Penso will gar keine Gang aufhaben. Aufmachen. Na, du fährst komplett falsch. Ja, ich habe das auch gesehen. Bin falsch gefahren. Ansonsten holen wir mal den Sandinat. Ja. Musst du, musst du den fragen, ne? Den kaufe ich erst mal schöne Fragen. Warum muss ich den Pinsel fragen? Warum muss ich den Pinsel fragen? Na, ob der das jetzt will oder nicht. Ja, ich quatsch gleich mal den. Weil wir sind ja auch im Zug mit denen. Ja, aber ich kümmere mich da nicht, das soll der machen. Das ist doch sein, doch Soundgang. Ja. Der wollte unbedingt Oji sein. Ich auch. Und du auch? Ich auch. Ja, das ist nur so ein Pinselkern. Würde das gut machen? Oh, nur nicht schon wieder nach Nabi-Mila. Ach, Manno. Hier und da. Bild, drehst jetzt um. Scheiße, was hat der am Telefon gesagt? Wo sind die Nummer? Am Schiff hast du gefragt und dann weiß ich nicht, was der gesagt hat. Ach, ne, die sind doch gar nicht hier. Fünf bis sieben Minuten, hat er gerade gesagt. Pinsel. Was ist jetzt mit deiner Gang? Mit unserer Gang. Ja, was ist jetzt mit unserer Gang? Was ist jetzt mit der Gang? Ich war krank. Ich habe gesagt, du übernimmst dann. Ja, aber ich war selber krank. Ich war zwei Tage zu Hause. Ja, dann sind die jetzt tot. Mann, ich habe es einfach nicht mit Stufen heute. Doch. Also, was ist der Bahn? Das hält mal auf, denn. Jo, das ist doch. Wenn du irgendwas aufmachen willst, muss man sich um die Leute kümmern. Der Apache ruft ständig an und fragt, jo, was geht, wie geht's dir und so. Wer ist denn Apache? Mama. Mama. Das ist unser Anwalt. Köpfe zusammen. Ja, eigentlich mag ich das. Was mit dem... Okay, ja, was gut. Was mit dem Typen, der mich an den Altar geführt hat? Der Kaiser. Na, der Kaiser ist genau wie der Pinsel ist. Nee, der andere. Ach so. Der mich geführt hat dahin. Ach, der Hank? Ja. Ja, den drückt der Pinsel immer weg. Ja, den muss ich mal zurück rufen. Ja, aber doch nicht jetzt. Wir sind in der Besprechung, Pinsel. Genau, Pinsel. Sorry. Manu. Tagsam. 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 Wir warten auf den Tacker, der kommt gleich. Ach, so ist das. Okay. Ja, dann. Nach dem Kriegsrat, oder was? Ja, genau. Ja. Ja. Wegen Pinsel seiner Gang. Gang Besprechung. Wegen der Gang. Hast du schon eine Gang? Äh, nee. Sorry. Was denn? Der arbeitet für Morales, Mann. Der boxt sich gleich weg. Der nimmt bestimmt auch Testosterone. Antibolica, ne? Anabolica. Ja. Also, bei mir ist das Anabolica bloß Whisky. Oh. Bist du ein guter Whisky-Kenner? Boah, doch schon. Was trinkst du denn gern für einen? Äh, kein McKenner. 30 Jahre alt. Kai? Schon mal Japanischen probiert? So ist der Pinsel 18. Aber nur auf Papier. Pinsel, deine Witze, versteht keiner mehr. Warum? Also, können wir jetzt mal beim Thema bleiben? Wir haben eine Gegen-Gegen-Besprechung. Okay, dann störe ich euch mal lieber nicht. Dankeschön. Also, weil ich ja Second OG bin. Ja. Macht mich das ja auch manchmal zum Haupt-OG. Nee. Doch. Und ich habe mir was ausgedacht. Aber Mina, du musst immer unter mir bleiben. Du darfst dir trotzdem Sachen ausdenken, aber ich muss der muss sein. Ja, aber wenn du nicht da bist, wenn du wieder Gippe hast... Dann bist dann nur. Okay, und ich möchte, wenn wir dann Gang-Kick haben, bisschen Gang-Bang, dass du dann Schere-Stein-Papier auch spielen mehr anfängst. Okay, aber ich mache immer Stein. Okay, das ist auch ein Problem, aber ich mache auch immer Stein. Dann dürfen wir unsere Gegner nur Schere nehmen. Okay. Dann zwingen wir die. Ja. Mit Waffengewalt. Mit Waffengewalt. Der die Schere nehmen muss, damit du gewinnst. Und dann dürfen wir die erste Kugel verteilen. Okay. Oder Pfau-Schark. Oder Pfau-Schark. Okay. Oder die Haus im Pfau-Hieb, dem auf den Soda-Blexus, dann wird er bewusst los. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Oder wir werfen Schlappen. Was für Scharben? Na, die guten. Na, Pfüpfung. Okay. Nein, aber jetzt mal wirklich. Okay. Meinst du, du bekommst das Sinnpinsel? Weil ich habe nämlich das Gefühl, dass du immer noch ein Flummi bist und einfach ein Freigeist. Du willst einfach rumspringen und dein Zeug machen. Habe ich recht oder kein Recht? Ich habe eine Fresse. Okay. Aber ist das nicht all about it? Ist das nicht Sinn? Okay, wir haben Rest in Peace, Mann. Du hast gesagt, man braucht eine Fassade. Ich habe eine Fassade. Okay, jetzt müssen wir uns übernehmen. Ich glaube, der Chef kommt. Na, obwohl es glaube ich nicht der Chef. Ist es nicht? Nee, ist es nicht. Alter. Ja, und jetzt? Ja, was machen wir da? Vielleicht sollten wir nur Leute rekrutieren. Also wirklich nur Leute, die genauso dumm sind wie wir und die sich auch selbst beschäftigen können. Dann müssen wir sagen, wenn die Gang kommen will, der muss sich selbst beschäftigen können. Moin. Ja, Carlos gibt's. Achso. Ja, wie. Ich weiß ja auch nicht. Achso, wir warten auf den Attacker, der kommt gleich. Ja, genau. Wir haben einen Besprechungskreis. Okay, dann schau mal nicht weiter. Okay. Also. Komm gleich. Ja. Da müssen wir Leute einstellen, die dürfen nur dagegen beitreten, wenn sie sich selbst beschäftigen können. Auch wenn sie den ganzen Tag zu Hause verabschieden, ist das scheißegal, ne? Eben. Und so oder unsere Gang besteht einfach nur aus dir, Mila, Kaiser. Ja, und der Punch ist also unser Amwalt. Ja, aber wie sollen wir dann Gang bangen? Ja. Wenn's so weit ist. Ja. Das ist ne berechtigte Frage. Man, ich vermiss ein bisschen Roy. Der war mal verrückt. Wo ist Shannon? Der ist ein Grape-Seed, glaube ich, Urlaub nach einer Tage gesagt. Ja, aber der war auch ein bisschen taurig. Ja, und der war auch wütend. Und der war seckig, immer. Aber der war auch süß. Und sexy. Kann man denn beides machen? Fummi sein und hartes Business? Na, Caro. Ich will auch eine Fassade. Wenn das Business ruft, ist man ein Anti-Fummi. Okay, also ich kann. Ich kann zwar nicht so große Stimmen machen. Wenn sie meine Fassade ist, ich bin super schlau und super ernst und tu auf Trottel. Du bist ein Trottel, aber du musst auf super ernst machen, deine Fassade. Aber ich, wenn du nur schätze, ich kann auch ernster sein. Aber ich kenne so eine Panzerstimme wie du. War das eine Frage? Aber ich kann die Stimme nicht verstehen. Also, ich bin, ich bin Miha. Und ich mag gerne, wenn Leute booten. Das ist irgendwie ein Ding. Das ist schon mal gut. Ja. Ich bin ein Möbelwin. Ich bin eine Augie. Ja, du machst geh nix. Und ich sorg dafür, dass die Gang sauer ist, weil ich nie zurückkomme. Weißt du, guck, du machst mir den Apache gerade und der schreibt mir sofort ein SMS. Ich bin vielleicht schon wieder ein Ego-Problem. Warum werde ich da mit reingezogen? Du bist König, du bist die Sehnsorge. Weil der noch nicht akzeptiert hat, dass ich der Chef bin. Das muss der aber am Zimtieren. Ja, sonst muss ich den König. Sonst muss ich den König leider. Aber wir sind doch keine Arbeitsagentur, Jobverwaltung. Ja, deswegen richte ich auch den Deutschen der Weg. Nein, ich will die gerne nicht über den Leuten pinseln, sein Ding, Alter. Der soll genau das machen, worauf er Bock hat. Und ich muss wieder arbeiten, mein Dr. Schagri, ich schaue auch schon wieder Ärger. Ja, wir alle bekommen Ärger. Wir wollen schon lange nicht mehr arbeiten. Ja, ich will schon ewig mal wieder arbeiten. Ich nicht. Ja, aber das bist auch einfach du. Ich würde am liebsten im Dienst gehen und nicht arbeiten halt. Ja, aber das können wir ja tun. Das können wir tun, wenn wir zu Dr. Chuck Hausarzt werden. Ja, aber Dr. Chicken hat doch auch nichts zu gehen. Doch, der bekommt Ärger vom Department of Justice. Ach, die immer, ne? Dass die auch immer wieder kommen müssen. Aber wenn wir Hausärzte sind, dann nicht. Okay. Aber dann müssen wir einen Kundenkreis aufbauen. Dass das Leute uns anrufen, wenn wir ihnen helfen. Ja. Wir können ja. Ich habe eine Idee. Wenn wir helfen wollen, überhaupt. Weißt du was? Wir werden Hausärzte. Ach so. Wir werden Hausärzte. Wir werden Hausärzte. Und dann machen wir quasi unsere eigene Praxis auf. Okay. Also quasi so Praxis. O7 Gang Praxis. Nicht Gang. O7 Dumm Dämlich oder so. O7. Older, wir nennen uns heilen alle GmbH. Mache heile GmbH. Was ist mein Book Center? Field Station. He-Station. Field Station. O7 He-Station. Boop, 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 boop. Ach. Genau. Du, 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 du. Ich heile deine Pokémon. Nee, keine Pokémon. Ich will nix dafür haben. Ich heile deine Pokémon. Oh, das ist eine gute Idee, Mila. Wir drücken die Menschen in Bälle und schubsen die so in so einen Automaten. Und dann rütteln wir die durch. Ja. Dann schlagen wir die. Kennt ihr das, wo Menschen in so einem Wasser sind, in so einer Kapsel und sich dort erholen? Ja, auf Schwimmbad. Sonnenbank. Nein. Ich hab schon mal Dragon Ball geguckt und so ein Guru war schon in so einem Wasserding. Wie heißt Nummer von Bulma die Firma? Von wem? Von wem? Von Bulma. Von Begeta Frau. Von wem? Wie heißt Bulma die Firma? Was mit Coop? Cooperation. Capsule Corporation. Capsule Coop, genau. Die können uns Capsule Coop nennen. Aber Pinsu, was willst du denn machen? Willst du Drogen dealen? Willst du Waffen verkaufen? Willst du... Na, Mila kauft sich jetzt auch ein Jester, eine Tuningkarre. Willst du Tuner Gangster sein? Willst du Einbrecher sein? Ja, bitte, bitte. Also ich wäre gerne so... Willst du eine Graffiti Gang ründen? Wollen wir Bomben legen? Nein, das besser nicht. Ich wollte nicht. Nein. Was hältst du davon... Herr, Mila hat noch niemanden geschadet, wenn man das so zu und zu und zu lässt und noch immer in der letzten Sekunde gerettet. Das stimmt. Komm, ich dachte, wir gehen jetzt in die Juna-Szene. Ja, klaro. Ich dachte, das machen wir. Ja, machen wir das auch. Ja, denn, let's go. Genau, das machen wir. Und ich dachte, vielleicht, wir können noch trotzdem auch als Juna nehmen bei anderen Sachen machen. Ja, aber ich frage dich, was du willst, weil du bist da oben. Ja, alles. Alles. So, let's go. Die brauchen uns jetzt Juna, wir Juna. Die brauchen uns als Heimbrecher, wir Heimbrecher. So, alles. Oh wow. Das wird uns das Herz begehrt. Ja, okay. Oder geht das nicht? Was sagst du? Doch, klar, du kannst alles machen, was du willst. Ja, ich hätte gedacht, dann noch alles. So eine Partie mit Armwalt und was mit dem Kaiser? Ich habe eher das Gefühl, dass die so ein Naruto sein wollen. Wieso? Das ist doch okay. Warum nicht? Dann ist der der Hokage von den Oserans. Nee, der warme Hokage. Der abtüniger Shinobi. Der hat schon durchgespielt, schon wilder. Das ging echt schnell. Ich war gestern schon mit dem Taka und Morales bei diesem, hier, wie heißt das? Bei diesem Parkplatz. Der Taka hat sich alles aufgeschrieben und da kommen jetzt so Getränke und Domaten hin und Bauer war. Also das mit der Tuna-Szene läuft. Ja, ich will das machen. Also ich dachte ja halt, ich kann, wie gesagt, die Stimmen nicht so verstellen wie du. Aber, aber ich werde immer unterscheiden. Ich bin gar nicht so dumm. Ja, Pinsa, aber das musst du den Leuten noch zeigen. Ja, ich habe heute schon einen auf die Fresse gegeben. Ich bin fünf Minuten aus dem Haus und habe zwei Leute zusammengegangen. Das war männlich. Denk dran, wir haben noch Business mit den Amigos. Da müssen wir noch quatschen. Wenn ihr schon die ganze Zeit wartet, braucht ihr was zu essen und was zu trinken? Ja. Also ich nicht, danke. Ich nehme dann seins. Ich hätte gern Lachs. Lachs? Lachs habe ich gerade nicht gehabt. Ich frage es, ob der Taka nicht da hinten ist. Nicht, dass der... Ich gucke mal, was ich im Kühlschrank finde, okay? Danke. Ja, bitte. Mila, wie findest du eigentlich Pinsa dein Auto? Pins geht schnell. Siehst du Pinsa? Ja. Und genau sowas, da denken die Leute, oh, der ist so frech und dumm. Gar kein Buckeplan. Und? Und soll ich dir sagen? Das hat er gern gehört, du Wichser, weil ich habe dich ausgedrückt, weil du denkst, ich bin dumm, aber ich weiß gar nicht. Woher weißt du, wie viel du redest? Bis wohin das geht? Das interessiert mich jetzt noch. Also jetzt würde ich sagen, bis zum gelben Auto. Du bist ein richtiger Schande. Nee. Meinen gelten Taka hat uns vergessen? Oh, boy, oh, boy. Jo, jo. Ich trau mich nicht anzurufen. Ich rufe an. Ja, da merkt man ja, wie ernst du nehmt, du bist. Hörst dich nicht mal anzurufen. Ja, ich hab Angst. Also ich kann anrufen. Außerdem, warte mal, Curtis weiß, was er auch nochmal müssen? Was denn? Apache, Hank, den überhaupt mal... Ja, was ist denn mit dem Hank? Ich kann ihn nicht einschätzen. Ja, ich erreiche nie. Ich verstehe nie. Penso, du bist der schlechteste Orgie, den ich je gesehen habe. Wird das nicht schlimm? Aber? Aber? Du hast mich schon mal gesehen als Orgie. Ja, den Spruch hast du aber auch geklaut von Captain Jacks Bauer. Oh ja. Besteht dein gesamtstes Echt eigentlich immer nur aus Filmen? Oder lässt du dir auch mal was eigenes einfallen? Auch aus Animes. Guck mal, Mila, die muss dich nicht verstellen. Verstell mich nicht. Vogel, du. Halt dich also ganz ehrlich. Auch keine Zeit, mich zu verstellen, Digga. Komm, alles so ein Gehirn. Ich denke da gar nicht drüber nach, was ich sage. Boah. Dir ein ganz Karton. Naja, ist ein bisschen was. Da ist ein leckeres drin. Kennst du Sniffel? Den könnt ihr euch schon mal teilen. Ups, das war ein bisschen wenig, Entschuldigung. Das ist ein Stück Kuchen, ich teile dir das nicht. Kannst du schon eher teilen. Gott, vielen Dank. Geh mir mal den Karton rüber. Oh Gott. Ja, ich stelle ihn mal hier hin. Dankeschön. So, bitteschön. Gott, vielen Dank. Wie gesagt, bevor es direkt kommt, ne? Ich werde dem Chef sagen. Ist das ein Jazz da? Nee, oder? Nee, das ist ein Reaper. Ach, das ist der Reaper. Aber Breitbau? Und noch einen kleinen Nachtisch. Guck mal, Mila, der Ding ist auch noch den Reaper. So, bitteschön. Mika. Macht er den rein? Ja, der Breitbau. Aber ich weiß nicht. Wo läufst denn du hin? Nein, nicht der. Das ist der. Warte mal, warum sind da Waffenkisten hinten drauf? Von Mary Welter. Ja, Verpackungsmaterial. Ja, ich hab's vorne, Mila. Ist das ein Bindviech? Ich glaub, der sieht mir ein bisschen zu ruhig aus. Ich ruf den Tag jetzt nochmal an. Willst du mal essen? Ja, ein Lachs. Wie bitte? Ich zitter schon, Mr. T. Warum? Weil ich anrufen muss. Wollte nur fragen, ob das aktuell ist, weil wir hier stehen die ganze Zeit. Ja, ich bin hier. Aber wo? Äh, ach so, ja, am Schiff hinten. Ach so, weil du meintest nicht am Schiff. Ach doch, ich bin verstanden am Schiff und ich sag, ja, 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 ich stehe die ganze Zeit am Schiff. Oh Gott, dann hast du jetzt gewartet. Alles gut, komm. Okay, alles gleich. Ja. Yo, der ist schon die ganze Zeit hier. Der ist nämlich am Schiff. Ich hab nicht zugehört. Oh mein Gott. Wirklich, und du willst ihn nicht leiden. Also, ey. Das ist halt einer meiner Schwächen. Ich kann nicht so gut zuhören. Hier, wo ist das Schiff? Na, das Schiff ist rechts. Das ist da. Mann. Mann, oh mein König. Ich glaube, wir haben jetzt halbe Stunde extra gewartet. Ja, super. Großartig. Aber beim Friseur willst du nicht rumstehen. Ne, da hat doch keiner mit mir gequatscht. Links hier. Du warst ja gar nicht so lange da, um zu quatschen. Da hat so oder so keiner mit mir gequatscht. Boah. Weiß nicht. 80? Wir haben jetzt eine halbe Stunde da gestanden. Ja, wir hier auch. Aber ist nicht schlimm. 60 meinst du, ja? Oh, sag mal kurz, mein Geld. 60, ja. Ja, ne, ne, alles gut. Wenn ihr am vorhandenen seid. Ne, 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 ne. Wir setzen da Preise fest. Rubi, wir beide müssen Revanche machen. Und hallo zusammen. Ja, aber in Binsel. Guck mal mit, dann lass der Komoda hier. Ja, ist schon alles verkauft, ne? Streng wie mir die denn. Ja, oui. Ja, ja. Boah, da rieche ich schon wieder Geld in meine Tasche. Du hast schon für die nächsten Monate Vorschuss bedacht. Ja, Sir. Was sind denn das für Autos? Ja, sieht sexy aus, ne? Ja, aber nicht in der Farbe. Ja, das ist klar. Aber der ist so schnell, damit fliegst du bis nach Malta. Ich sag's dir. Ja, aber der soll ja gedostet werden. Ja, der will doch nur gedostet werden. Dann ist die Fahrgefährte dann vielleicht sogar ganz anders. Ne, nur die Angeschwindigkeit. Hey. Guck mal, der da vorne. Ja, Tourismus macht. Ne, ne. Aber ich glaube, der ist jetzt für Supersport mäßig, ne? Obwohl ich glaube nicht mehr, dass das ein Tuniker ist. Oh, was ist denn das für ein Ding, Alter? Boah. Aber ich glaube auch, dass kein Tuningkabel ist. Ne, das ist auch kein Tuningkabel. Was ist das hier für ein Grauer? Boah, keine Ahnung. Kennst du die, ne? Ne. Psypher heißt der. Der sieht toll aus, oder? Ja, aber der ist richtig. Aber keine Ahnung, wie du fährst. Aber der Kommodo. Der Weiße da. Der Weiße. Da vorne. Ja, der ist doch Ugli. Der? Der Weiße hier? Ja. Ein Haguma oder so. Guck mal, vorne. Böse. Böse sieht der aus. Oder? Ist doch cool, oder nicht? Ja, wo? Wann schon? Die machen gerade die Preise dafür. Die Preise? Ein Haguma. Also ich sag's dir. Der Komoda. Vielleicht können wir den mal pro fahren. Den darfst du aber nicht ausfahren, Mila. Also wirklich nicht. Ja. Das darfst du nicht machen. Du musst fahren wie ein Kamel. Du musst schielen. Und immer auf Tacho gucken. Bau lieber einen Unfall. Aber halte Tacho nicht. Bau lieber einen Unfall, anstatt ihn auszufahren. Okay. Ansonsten, also den Komoda würde ich noch empfehlen. Und den Rest. Dann doch Jester. Oder Sentinel. Die haben alle vor Agbiturbo. Musst du noch was sagen? Was sagen? Jester? Nee. Ähm. Vorge... Nee. Damals, als ich noch hier war und nicht bei Stationengebiet hab, da bin ich mit dem Robi gefahren. Ein Rennen. Er ging mich. Ich muss den schnappen und dann andersrum. Ja. Ja. Was nennt man fangen? Fangen, mein Spiel. Ja. Deswegen ist der Revanche, Mann. Steht 1-1. Und dann hat mich Gwenzie komplett ehrenlos weggepittet. Wie cool ist das bitte? Jetzt sag ich Gott nicht. Und dann war da ein Riesenauflauf und alle Leute da wegen dem Unfall, bla bla. Dann wollten wir uns abholen, kommt da reingedriftet und baut an derselben Stelle nur mal einen Unfall. Eigentlich hat das zu lange Story, diese Szene, was wird sich tun. Das ist das Interessanteste, was du uns erzählen kannst. Ja. Pinsel. Du lässt echt nach. Warum? Ich stehe vor dir und gucke auf deinen Mund und frage mich, was du da quatschst die ganze Zeit. Du hättest dich tot gedacht. Ja. Ja. Das wär... Wir müssen... Wir müssen... Wir müssen unbedingt aus dem richtigen Gangster machen. Ich nehm dir keine Ahnung. Es wird wohl wieder Zeit. Für die gute alte Gangster-Ausbildung. Ja. Okay. Können wir uns mit dem Gangster machen, damit ich Oggi sein kann von euch? Ja. Warst du schon mal im Gefängnis? Warst du schon mal im Knast? Nein. Doch, war ich. Du Losche. Als Polizist. Habe ich da drin den Leuten Essen verteilt. Mr. Tim, was kostet der Komodo? Warte mal eben. Der kostet... Oh, 210, ne? Oh Gott. Oh Gott. Lord have mercy. Oh Gott, mein Herz. Das Problem ist, der wird auch limitiert sein. Ja, auf 2. 5. Gut. Das ist gut. Ja. Aber das ist halt einfach kranke Scheiß-Teil, ne? Ist halt wirklich eklig. Ja, aber der wird noch ein bisschen gedrosselt. Ja, ja, ja. Willst sich dann das Fahrverhalten komplett ändern? Nur die Endgeschwindigkeit. Nur die Endgeschwindigkeit. Nur die Endgeschwindigkeit. Ich glaube so 250, 60 ist okay. Ach, 70 ist auch noch okay. Okay, 270 ist okay. Aber das schaffen wir hier eh nicht. Doch, Mutter schafft es. Ich bin schnell bei denen, leider. Nee, ich hab Angst. Dumm bin sie. Dankeschön. Sei ich mit? Ja, das ist ein Viertürer, Mann. Schreib mal ruhig ein. Das ist der Faller vom Jougaloo. Ich schreie dann immer langsam, langsam. Also 270 ist okay. Und der fährt sich richtig gut, Mila. Hört sich auch gut an, ne? Jo, der hat einen brutalen Sound. Der hat schon an wie ein Jougaloo. Oder? Jo, bisschen. Ich bin nur der hat schon an wie... Oder ein Vector, Vector. Denk dann, der wird limitiert auf fünf Stück. Wir können den ersten haben. Boah, der ist schon geil. Ja, lass den Kaufen scheiß drauf, komm. Mach mal hier mit Handbremse. Komm, es gibt hunderttausende bei. Mach mal hier mit Handbremse. Ein Kurve. Pinsel, vertraumel. Das ist der Jougaloo, sein Vater. Ja, ich frag nur, weil mein Auto hat keine Handbremse. Ich hab hier so los, wird es sein gleiches Auto. Kein Auto, fucker. Was? Die Frage ist, wie kann man den Geil tun? Was hast du denn da gesagt? Ja, kann man. Oh Gott. Kein. Was? Allein wie der jetzt schon aussieht, vielleicht in einer anderen Farbe noch? Nee, der muss schon... Da hätte ich, glaube ich, gefühlt alles gemacht. Pass auf, Mila. Der Jester ist so eine richtige Tuning-Karre. Und das hier ist einfach auch eine Tuning-Breitbau, Komoda-Breitbau. Aber den kriegst du niemals so heftig hin wie ein Jester vom Aussehen. Das ist einfach... Also, die Karo... Ich sag ja, ich geb 110.000 dabei. Kannst du nur mal kurz rückwärts fahren? Oh Gott. Nani! Ticcaro, 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 Ticcaro. Ja! Ach, sag du. Scheiße. Ich sage, wenn ich mir hierbei denke. Oh, yo, scheiße. Ninja, wait. Jeans. Mila, die Karo ist absolut brutal. Okay. Oh Gott. Hör auf. Bloß entscheide dich, Mädchen. Ja. Boah, es ist schwierig. Willst du so eine richtige Tuning-Karre oder willst du so eine Mischung aus Tuning-Karre und Big-Baba-Boss-Karre? Das musst du entscheiden. Ich bin halt schon Big-Baba-Boss. Die Mila kann ja auch immer meine Farben, wenn du willst. Ja. Die ist absolut brutal. Ich werde mir nicht die coolste Intunatev. Dann bist du die coolste in ganz der Suns, wenn du den Holt nimmst. Bei denen hat nämlich nur keiner. Und das Gute ist, vielleicht macht Mr. T dir sogar noch einen Nummernschildstand da aus. Dann kannst du hinten draufschreiben, Mila. Oder Jack und Odi. Oder Trippi. Oh, Trippi. Jo. Das ist mein Name. Ich will auch nochmal fahren. Hi. Ich fühle dich wie ein Jugola. Der ist ein bisschen schwerfälliger. Also wie Dwarfter er. So wie mein Dwarfter. Ja, so wie Dwarfter, genau. Nur viel, viel besser. Boah, dann ist er sick. Den kannst du gar nicht ausfahren. Und die Bremsen? Guck doch. Ich bin stark. Oh Gott. Ich bin echt krank. Bist du mal den neuen Dwarfter gefahren? Nee, ja. Dann muss man das mal machen. Glaub mir. Ja, dann fahr. Komm, weil du auch in den Tempo. Mr. T ist egal, dann telefonieren. Was hier? Jo. Okay. Aber ich muss den Weißen auch noch fahren. Gott. Ich fahre das Ding jetzt kaputt. Wie heißt das Auto? Komoda Breitbau. Komoda. Okay. Der ist sick. Jo, der ist richtig gut. Der ist sick. Aber da musst du auch ein bisschen... Wenn die so schwer sind, dann muss man das erst mal... Na, Mila will ja nicht Fluchtfahrer nur hin, ne? Die will ja einfach nur flexen. Boah, ich komme hier mit dem, den komme ich weg. Dann sage ich dir. Damit komme ich weg. Überall weg. Ja, musst du entscheiden. Ja, wie feitschen wir den jetzt? Nimm den. Guck dir mal vorne die Richter an. Guck dir mal die Richter an. Guck dir mal die Richter an. Da ist schon Leistungsdings drauf. Also ich meine, für das Auto natürlich voll drin, aber können wir das zahlen, ist die Frage. Ich habe 300.000, du kriegst noch 90 für den Reader. Und was ist mein, den 100.000 von mir? Ja, das habe ich noch. Dann habe ich 200.000. 290.000 an mir. Okay. So, warte mal, aber ich sehe gerade, das stimmt was mit dem Scheinwerfer nicht. Ja. Das wissen wir noch. Aber, ähm. Ja, okay. Da müssen wir den Scheinwerfer nochmal, wie beim Cypherberry. Ja. Ja. Das hat der ZR 350 auch. Hat der das auch? Ja, das Licht kommt halt ein bisschen von unten. Ah, okay. Gut, dann lassen wir da auch nochmal die Scheinwerfer austauschen. So. Ja, dann kann ich mich gleich. So, gut. Jetzt ist die Frage, kaufen wir einen Jester von Bobby oder nehmen wir den? Welcher ist denn der Jester? Der Jester ist auch ziemlich cool. Ja, ja. Aber einen Jester gibt es ja schon. Das ist aber ein Breinbaupinsel. Ach so. Ach so, das ist ein Aria. Okay. Jester ist auch krass, aber ist natürlich eine ganz andere Geschichte, ne? Oh, da hast du was gemacht, Tagger. Was? Da hast du was getan. Die sind alle so cool, die Karren. Das ist super schwer. Ja, aber Jester ist natürlich eine ganz andere Nummer im Gegensatz zum Komodo, ne? Ist ja viel runder, ne? Und kleiner auch irgendwie. Zweisitzer, ne? Zweisitzer, ne? Hier hast du einen Viersitzer, der natürlich richtig abgeht. Ja, der könnte noch ein bisschen mehr Beschleunigung haben hier, finde ich. Ja, irgendwie ja, ne? Ein bisschen Beschleunigung und Endgeschwindigkeit dafür raus. Mhm. Aber der Typ, der über die Motoren schaut, schaut ja hier nochmal drüber. Jo. Was ist mit Cypher und so kein Interesse dran? Bin mir nur gar nicht gefahren. Oder mal fahren. Was ist denn der Cypher? Äh, hier vorne, der. Wie, der blauer? Ach, nein, der. Das ist kokett. Es gibt hier einmal den Cypher hier mit, äh, genau, zwei Cypher. Einmal den. Ist eigentlich auch nicht schlecht. Ja, komm, Milau. Ich hab meine Traumkau schon. Oder gefällt dir die nicht? Ich dachte, der legt an mir. Doch, ist auch schön. Ja, dann komm, dann fahr mal. Fang mal kurz zurück. Das ist kein Elektroautopindel. Da musst du von Bobby die Karre fahren. Boah, der hört sich geil an. Ich mag das Geräusch. Der ist aber ungetunt, ne? Der kommt grad frisch vom Schiff. Der brummt so tief. Ich mag das. Also, ich kann mich auch, ich kann mich schwer entscheiden zwischen Jester, was ich cooler finde, und Komodo. Aber ich tendiere halt so ein Komodo. Komodo ist halt auch gut wegen Viersitzer. Jo, das ist eine ganz, ganz üble Karre. Boah, die hört sich aber auch geil an. Aber Boah weiß, wenn man die tunt, ob die sich dann immer noch gut anhören. Ja, du hast einen Turbo, ne? Und so. Warte mal, ich glaube, der Komodo ist gar nicht getunt. Ich würde Komodo nehmen. Und wenn du den kaufst, den Komodo, können wir den Chinken Mila nicht abgeben. Weil dann haben wir vier Türe. Obwohl, das ist deine Karre, ne? Äh, was ist mein Karre? Ja, der Komodo gehört dir dann. Oder wir teilen dann für alle. Da muss ich entscheiden. Schwierig. Echt schwierig. Also, ich bin für Komodo. Und wenn nicht der, dann ne Jester. Los, entscheide dich. Ja, wir nehmen den Komodo. Okay. Was ist denn der Pinsel schon mal dahin? Du machst mich kaputt. Und? Ja, die sind alle so gut, Mann. Bis gleich. Der ist auch nicht schlecht. Boah. Sind die beide schon gefahren? Ich bin die noch nicht gefahren, aber ich merke, dass der als Beifahrer. Ach so, okay. So. Wollt du den mal fahren? Nein, der ist Ugli. Bin schon? Der ist auch schon gefahren. Was ist mit dem hier? Ja. Nee. Das ist eher was für euch. Oder den Türkeil, ne? Für die Doppeltür. Das ist eher was für den Jörg. Oder den Türkeil, ne? Der Türkeil ist halt auch gut, ne? Ne, du sollst was verlieren doch. Ah, ja. Ja, ja. Okay. Und den anderen Cypher mal fahren, aber da kann man nicht viel dran machen, ne? Nee, Mila will ja auch ein bisschen Tuning haben. Ach so, okay, okay. Alles für die neue Szene. Wir hatten keinen Sound dafür, dass es schon eher durch ist. Also, sag Mila, Komodo. Das ist ein Hybrid, ne? Hybrid. Hybrid. Ab 70 fängt der Motor an, ja. Ja, hab ich gemerkt. Ja, ne? Dann ist im Endeffekt so eine Komoda oder... Ja, ich meine, im Notfall sonst irgendwann... Vielleicht kann man... Man, wir können doch noch den Jester Eggman holen. Genau. Und dann tauschen wir jetzt einfach so ein bisschen rum, weißt du? Wir kaufen... Ist der Komoda hier schon getunt? Er ist voll. Das ist der, den du letztens in der Halle gefahren bist, ne? Yep. Und genau den willst du abgeben? Den hier? Ja. Na ja, gut. Also, den... Den... Den wird es fünfmal geben. Ja, aber willst du den, der hier gerade steht, abgeben, oder kommt einer vom Chief noch? Äh, der kommt, sobald die Scheinwerfer ausgetauscht sind, ja. Also, morgen dann. Ja, dann würden wir den geben. Können wir den schon vorbestellen? Also, wir würden dann Komoda nehmen. Hm. Hast du dann noch das passende, Herr Kleinwert? Ja, boah. Hier ist halt echt egal. Mach ihm mal einen guten Preis, Barry. Als Erstkäufer. Okay, dann würde ich sagen, 850.000. Minus Rabatte. Minus die Rabatte. Gleich hol ich meinen tschechischen Freiheitskämpfer. Dann 650.000. Ja. Und dann natürlich noch den Teilhaber-Bonus, minus 50.000. Denk dran, wir sind verheiratet, Milo und ich. Wir kriegen eine Steuerklasse. Dann wären wir da bei... Limitierung wären wir bei 150.000. Guck mal an. Jo, kein Problem. 60.000 Rabatt, das ist in Ordnung. Das sind mir komplett leide. Aber wir verkaufen den Riata, den Überteilten. Was? Das große Riata-Ding. Den werden wir abgeben. Sowas von auf jeden Fall. Ja, das Problem ist, ich bin eine Frau. Und ich bin manchmal sehr aggressiv. Und gerade, dass man den nicht richtig auf- und abschließt, das Ding spinnt von vorne bis hin, das macht mich aggressiv weg damit. Der hat ganz große Probleme mit den Türen. Ah, verstehe. Du bist zu klein. Das ist dir erst nicht gefallen, Milo. Reiß den ruhig. Alkohol. Okay, das heißt, einmal Komoda. Für was hast du jetzt gesagt, Barry? 140. 150. 150, okay. 150. Den verkaufst du dann, Barry? Ja, ja. Ich weiß nie, was sagen sie. Mr. Banks, Barry, Bobby. Bobby. Das ist halt was Geile darin, ne? Das kannst du dir aussuchen. Das ist so, wie ob das so geil ist. Ja, du hast ja immer gesagt, Triple B, ne? Ja. Dann bist du Triple B. Dann Mr. Banks. Ja, Mr. Banks. Ja, ja. Wie Leute Banks, der Rapper, das kann ich mir merken immer. Ja, dann bestellen wir den vor. Alles klar. Dann gibt es nur noch vier. Dann gibt es nur noch vier. Gut. Sehr gut, sehr gut. Okay, dann lassen wir die Scheinwerfer noch austauschen. Und beim, was ist das, beim ZR350 sind auch die Scheinwerfer? Ja, das leuchtet so ein bisschen komisch daraus, aber mich interessiert das nicht. Okay. Ist doch nicht so, die Kacke wird schon 500 Mal verkauft, Alter. Ist das so? Ich glaube schon. Also bei Wenden stehen locker vier Stück. Muss eigentlich limitiert sein, ne? Ja, ist ja auch. Ist das Problem. Oder so, ne? Ja. Habe ich gedacht. Ja, dann ist er jetzt bald vorbei. Ja. Am Komoda konnte man viel machen. Der hat viele Tuning-Teile. Mhm. Der Komoda, der geht ab, ja. Der hat schon ein bisschen was dabei. Jo, ein bisschen Beschleunigung und Endgeschwindigkeit draus. Was ist denn nochmal spitze gefahren? Also, ich bin mit dem 312 gefahren. In der Stadt oder auf dem Highway? In der Highway. Okay. Osthighway. Ja, dann in der Stadt so 400. Ja, wahrscheinlich. Dann bin wir einmal. Ja. Kann ich den dann schon bezahlen, Mr. Banks? Äh, das kriegen wir hin, ja. Hast du mir den Ausweis gehört, ist? Ja, wie? Ja, ja. Muss ich gucken, ob du das auch bist. Na klar. Stimmt. Bei Bennys arbeitet dein Du. Dankeschön. Ja, doch. Ja. Wem bist du überhaupt, Curtis? Na klar. Kann ich den auch mal sehen, Geil? Ach, ist der süß. Guck mal, der hatte noch gar keinen Bartfuß. Die Summe tut schon wilder weh. Findest du? Ich bin nicht so reich wie ihr. Okay. Aber wir verticken den Rehater gleich. Das wissen übrigens super wenige in der Stadt, nur dass der Müller auch Fahrzeuge ankauft, ne? Ist auch gut. Müller und Recyclinghof, ne? Ja, was kriegt man denn auf dem Recyclinghof? Ich weiß nicht, die kaufen die ganzen kleinen Wagen an. Also so welche wie Primo. Also der Winne von Dingens, der betreibt da jetzt den Recyclinghof. Kannst du vorbeifahren und macht den Preis mit dir aus und dann... Oh mein Herz. Jetzt kann ich den Schinke Mela verkaufen. Ne, machen wir nicht. Schinke Mela, auch schönes Auto. Ne, der kommt aus Europa. Den werden wir niemals abgeben. Ist dir bei der Karre eigentlich als Erstkäufer? Ja. Den Nummernschild dabei? Barry? Ist da Nummernschild bei? Der King ist Nummernschild dabei, ja. Können wir eine Ausnahme machen. Ist das so? Ja, ja. Habe ich noch fünf Stück in der Garage. Ah, herrlich? Hast du fünf Stück noch? Ja, ja. Hat die Jürgen mir gegeben. Ah, großartig. Aber du kannst dir ja ranschrauben. Ich kann dir da ranschrauben, ja? Ja, ja. Das macht der Morales wieder. Der baut da wieder Löcher rein. Wie bei dem ZR. Ja, dann herzlichen Glückwunschminnets mehr auf dem Komoda Breitbau, Nussandos. Ah, danke. Na, morgen dann abholen. Machen wir. Geil. Gut, 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 gut. Okay. Ja. So, dann fahren wir nach Bennys, weil ich kriege noch Geld von Roxy, sonst klatsche ich die nämlich um. Ja. Ja, verdient auch, ne? Vielleicht erst umklatschen, weißt du, und dann sagen, ah, ich wollte ja noch Geld, weißt du? Na, sie hat ja gestern schon gefragt, wie viel ich will. Ja. Aber ich sage keine Summe. Jetzt bin ich mal gespannt. Was hast du von Dinges bekommen, von Barry? Von Mr. Banks habe ich genau 100.000 Dollar bekommen. Uh, Barry großzügig. Umsatzbeteiligung. Ja, ne? Ist schön, ne? Ordentlich. Ja, da, ja. Vor allem dafür, dass du den ZR350 gar nicht verkaufst. Nee, nee. Ist das schon ordentlich, ja. Naja, aber ich hatte einen Geistesblitz, ne? Ja, das stimmt. Pinsel, du kannst ruhig auch reden. Ähm, ähm. Oder warum regst du dich schon wieder auf? Scheiß-Ext-Kopf, keiner vertraut dir. Ich mach gar nichts. Was soll ich denn sagen? Ich hab... Ich will nichts sagen. Was soll ich denn mal sagen? Ich bin gerade überwältigt. Schön. Ja gut, dann wollen wir uns noch ganz lange aufhalten. Dann, vielleicht bis später. Bye-bye. Äh, ich hab noch eine Frage. Mr. Banks, äh. Ja, bitte. Wo machen Sie Ihre Maniküre? Äh, tatsächlich macht das mein Babe, ne? Ab und zu. Beziehungsweise die, wo das für mein Babe macht. Und ich zeig' Ihnen das mal. Das ist schon, ne? Das ist schon echt Wahnsinn. Also immer schön gepflegt, ja. Ich hab Dreckung im Fingernagel. Und Pediküre, ne? Auch sehr wichtig. Oh. Dazu eine schöne Fußmassage. Ich laufe. Ja. Ja. Komm, jeden Tag. Ja, Kürtis, das könntest du ja für mich auch mal machen. Ja, wir können zu Frau Ari gehen. Die hat jetzt einen Laden, da kriegst du sowas. Oh. Oh, sehr schön. Hat die noch keine Werbung gemacht? Nee. Das ist dann gegenüber vom Trainliner. Oh. Ja, dann muss ich nur gucken. Na, dann müssen wir da mal hin. Ja, du weißt doch, Frau Ari ist ganz selten. Kommt die aus dem Haus raus. Ja, dann soll die jetzt ihren Arsch bewegen. Ich will schöne Nägel haben, wie der Herr Ben. Du hast gerade eine Karre für 150.000 bekommen, die eigentlich 210.000 kostet. 209, ja. 209. Und schon wieder willst du was Neues haben. Aber Fingernägel. Das ist schon wichtig, ne? Ja, komm. All right. Dann, ich klingel durch, sobald er da ist. Alles klar, danke schön, Mr. Ben. Dankeschön. Kürtis, Nina. Bis morgen. Bye-bye. Wir kriegen noch keine Kohle von Roxy. So, Penzer, what the dog doing jetzt? Ähm, ist das hier Auto vom... Chi! Was? Ähm, ist das Auto von mir nach vorne das gleiche wie das da hinten? Nee, das da vorne ist ein Anglers, glaube ich. Ja. Genauso aus wie mein. Das ist auch ein Penumbra, aber ein anderer. Der ist, glaube ich, nicht Breitbau. Ich glaube, das ist von Mr. Banks, die Karre. Okay. Aber der sieht cool aus, ne? Da muss ich fragen, wenn ich ein Dach... Ja, weil ich finde... Ja, Dach kann... Ja, das ist auch Penumbra, aber ein anderer. Was wäre deine Karre, Spitze, Pinsel? 2,70. Okay. Warum? Nur so. Weil dann hast du den richtigen Penumbra gekauft. Aber nur in der Stadt, ne? Bei deinem Problem... Bei deinem Problem, die Karre ist nicht das Dach, sondern alles andere, Pinsel. Ja, du hast keinen Geschmack. Wo sollen wir hin? Ähm, ich dachte, wir können uns mit einer Patsche treffen. Ja, wo ist der? Da rufe ich jetzt an. Dann ruf wir vorne nach. Ähm, wolltest du nicht zu Benni? Ja, das können wir später auch machen. Wir kriegen ja nur Geld da. Umsatzbeteiligung. Lass doch bei Patsche... Äh, bei Benni treffen. Ja, mir egal. Dann können wir schon mal wegen Tuning klären für morgen. Lass uns zu Benni treffen. Oh Gott. Litt mal reichbar. Ich hab verkackt. Der... Der ist schlafen gegangen. Ich glaube auch. Ja, dann treffen mal Benni. Okay. 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 Profit, danke schön für die WeSum 23. Tanju, danke für die WeSum 13. Grüße zurück. Und OCB Sly, danke schön für den PrimeSum 24. Sind zwei Jahre. Ich weiß nicht wieso, aber ich kann den Müll hier wieder teilen. Können Sie mir endlich aus der Abo-Falle helfen, Dr. Kusch? Ich weiß nicht, warum du da teilen kannst. Ich weiß... Keine Ahnung. Irgendeiner hat das letzte Mal im Chat erklärt. Aber ich hab keinen Plan mehr, warum das so ist. Und, bist du happy? Ich weiß es noch nicht. Ja, wie? Ich weiß es noch nicht. Ja, wie? Wenn wir den Riata und den Trinkimila verkaufen, dann können wir noch den Jester holen. Aber dann haben wir im Fuhrpark alle ersten Sahne. Ja. Und du könntest den Soran auch noch verkaufen. Ja, das hab ich grad überlegt. Verkaufe ich den vielleicht und hol mir noch den Jester dazu? Warte mal. Für den hier bekommst du wahrscheinlich 50.000 noch. Für den Sorano. 50.000. Und für... Wenn du den Riata abgibst und den Sorano, dann können wir nur den Jester kaufen. Oh, der Sorano. Dann verticken wir den Trinkimila noch. Obwohl, den müssten wir eigentlich behalten, ne? Ja. Ich tue es, Mann. Ich tue es. Was verkaufst du? Ich... Beide. Ich tue es. Okay. Ich tue es für meine Seele. Für mein... Jetzt führe ich mich dem Jester so schlecht gegenüber, weil ich ihm versichert habe in meinem Herzen. Ja. Kann ja auch sein, dass wir von Roxy auch 100.000 bekommen. Umsatzbeteiligung. Ja. Okay. Wir chauen. Dann brauchen wir nur den Riata verkaufen. Ja. Das war alles so schwer mit diesen Entscheidungen. Immer Entscheidungen treffen. Ich bin einfach kein Entscheidungsmensch, weißt du? Ich mache alles aus der Hose raus. Oh Gott, wenn du die anderen Karren hinausfährst, kaufen wir gar nichts mehr für dich. Aschloch, du. Tenalo. Mann, das war... Ja, wir sind auch vor der Tür. Wir wollen ein bisschen chillen. Ach so, ja. Das chillt noch. Weißt du, was Mila gerade gekauft hat? Oh, Mila ist ja da. Ja. Weißt du, was wir gerade gekauft haben? Hm? Gibt es noch gar nichts zu kaufen? Komoda Breitbau. Komoda Breitbau? Ja. Ist noch gar nicht in den Läden drin. Und ist begrenzt auf fünf Stück. Jetzt gibt es nur noch vier. Ja. Ja, dann... Dann zeig uns mal den Komoda. Ja, der kommt morgen erst mit dem Chiff. Okay, dann ich hoffe, dass wir den auch schön brav tunen dürfen. Ja, Karo. Oder gehst du zu Teilen? Nee, wir kommen nach Bennys. Oh, schön, 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 schön. Ist die Roxy da? Na klar. Ich kriege Geld von der. Schau dir jetzt weg. Sogar die Stinkedoor ist hier. Ja, wir kommen rein. Bis gleich. Bis gleich. Ja, was? Ich will meinen Kuchen in meinen Burger reintun. Dann habe ich Kuchenburger. Hast du schwanger? Ja, oui. Ja, wer isst denn sowas? Äh, ich? Lass mich mal in deinem Baupendel. Das machen wir erst gar nicht schön. Wollte Pinsen, Scherkum? Ja, probier. Ja, lecker. Ja, siehst du? Schmeckt wie ein Zap von Subway. Hm, ich mag die Zaps von Subway. Ja, oui, au revoir. Ich bin eine von fünf. Das bist du. Ähm, was haben wir hier? Ja. Tag, Sam. Grüße. Hi, Mila. Was ist denn das? Hallo. Die sieht aber auch cool aus, ne? Hallo. Na, auch mal wieder aus der Bude? Ja. Die Seitenverkleidung haben wir nicht. Das ist der Blisterarbeit bei dem Club. Da auch nicht. Da auch nicht. Auf Relika gemacht. Da hatte ich die beste Idee für Los Santos. Wollte vielleicht noch machen. Der hätt ich doch wie so ein Relika, ne? Seit Hüsus. Oh, ne. Stoßstange geht auch nicht. Der sieht auch schick aus, ne? Ne, auch nicht. Ich find den cool. Also. Wollte hinten schon wieder ein Pinoma verkauft. Ja. Kannst du, Bobby, sagen, wir fahren heute noch mal dahin? Hm, wegen dem Jester? Ja. Halt ich frage, ob der nur einen Nubi hat. Ich bin nochmal Mr. Banks. Hast du zufällig noch einen Jester-Breitbau vorrätig? Äh, ne. Tatsächlich nicht. Hm. Weil ich glaub, wir nehmen auch den Jester noch. Okay. Bei mir verkauft alle Karren. Oder die? Okay. Dann klingel ich gleich. Heute noch oder auch erst morgen? Ja, ja. Heute. Hm. Okay. Dann besorgen wir kurz die Kohle. Alright. Wie teuer war der? 160, glaub ich, ne? Äh, b, 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 140. Alles klar. Dankeschön. Alright. Bye-bye. Für uns nur 140. Das ist lieb. Mulder an. Ja. Ich wollte jetzt den Surano sagen. Hallo Mulder, hier ist Karle. Hi. Sind Sie wieder am Arbeiten? Ja. Was kriegt man denn für einen Surano? Ich glaub, der kostet 70 neu. Ja. Ich muss sehen, wenn mein Auto beichten ist. Moment. Ich denk mal so auf 50 oder so, ne? Surano? Ja. 50? Ich hab Sie genau richtig getroffen. Okay. Ja, wir würden jetzt vorbeikommen, dann Herr Mulder. Du musst auf jeden Fall dem Auto küssen. Okay. Dann bis gleich. Dann bis gleich einen Abschiedskuss. Ciao. Das ist wichtig. Du bekommst für den Surano 50.000 für eine Rate 90. Okay. Pass auf. Das, was ich dir jetzt sage. Jetzt hab ich's nicht gehört. Ich rede doch gerade jetzt bei mir doch nie so hart. Verstehst du, was ich meine, oder? Ich muss es nicht holen. Du bist zu sehr, weil... Ich weiß. Ich weiß. Verstehst du? Danke. Alles gut. Okay. Du bist absolut krank. Okay. Komm, der Herr Mulder ist auch. Jetzt war ich von dir, Mom. Die Kraft ist immer was zu ihr. Mario Kart. Mario Kart. Können Sie, wir müssen noch mal zum Flug kaufen. Ich kann doch mit Autos sehen. Schon wieder? Warum? Wir gehen den Rater und den Suramo... Dings hier. Saruman verkaufen. Dann gib mal einen Viersitzer. Dann hol ich euch ab. Du hast da einen Schlüssel. Warte. Du hast da einen Schlüssel zum Schinken, Mila. Ich denke, die Frau, ne, Alter? Wo? Oh, keine Ahnung. Der Jinkimila, Junge. Wenn Sie, der Jinkimila ist gegenüber vom Unicorn am Klamottenladen. Da haben wir den nur geparkt. Okay. Gehst du den holen? Äh, ja. Und am Flughafen zum Herr Mulder bei der Krone. Welche Krone? Nach dem Flughafen. Ich weiß, wie ein Blut, der hier anfängt. Ich habe zwei Vans geplant. Weißt du, wie oft ich beim Müller boah? Ja, stimmt. Ja, du hast schon vor drei Monaten deine Vans geplant. Du bist immer noch nicht da. Ja, ich habe gewartet, du bist als Fertig ist. Aber Lifemailer, schmähle sich niemand. Ja, sind voll die Wixer. Komm, wir gehen zusammenschlagen. Okay. Dann kommst du beim Müller. Aber noch was. Ja, was? Müsst du nicht zwei Autos dahin bringen? Nö, das andere lassen wir überführen. Ach so. Das macht der Typ davon immer. Der hat Transportunternehmen. Du hast nur 250 Dollar. Hm, okay. Bis gleich. Du hast deinen Reate doch in der Garage, ne? Ja. Okay. Jetzt heu nicht rum, du kriegst zwei neue Autos. Boah, der Jester ist auch cool, Alter. Er ruft nach mir. Ein Karrn. Für dich. Die Werden. Verlieren. Du fährst. Du feier. Und es reißt mich mit. Zu dir. Ich hab ja nur fünfmal gefahren hier. Zu dir komm ich immer zurück. Zu mir oder zum Suwamu? Na, zum Suwano. Und was? Warum behandlst du nicht mich mal so liebevoll? Hm, wir haben letzten Spirit geguckt. Da hab ich auch mitgesungen. Ja, du wurdest horny, als wir den geguckt haben. Du bist horny. Nee. Du mit deinem Pferde-Videos. Nur weil du ein Pferdemädchen bist. Ja, gar nicht wahr. Stramme Wendy, du. Ja, gar nicht wahr. Hallo, Herr Möller. Hallo? Warte. Entschuldigung. Ich war zu... Also, hab in meinem Bart geschält. Oh. Mila, faulig. Dann müssen wir zur Ummeldestelle fahren. Ja, aber Mila möchte zwei Autos abgeben, wenn es okay ist. Ja. Beide für 140.000. Ja. Genau. 90 bis 50. Wenn ihr das möchtet. Ja, ja. Ja. Sie hat grad geweint. Oh ja, das glaub ich. Aber man behält doch seine Autos, die man gekauft hat. So lange, bis man stirbt. Nee, nicht, wenn man sich jeden Tag die Finger lange machen will. Lassen wir. Oh Gott, ja gut. Und Haare und was egal. Und neue Klamotten und so. Da muss sie auch wieder was abgeben. Aber meins wird sogar noch vererbt, wenn ich Kinder kriege. Besser nicht. Die Welt ist schlimm. Besser keine Kinder in die Welt setzen. Ja, aber nur so lange würde ich ihn behalten, auf jeden Fall. Ich glaube, du müsstest so um Anmeldestelle fahren. Um Anmeldestelle, okay. Und das ist gegenüber vom Bahama? Nee, das ist nicht mehr das bei 4003. Wo ist denn 4003? Das ist in der Nähe von Bennys. Bisschen unten. Ja. Ah, gegenüber vom Baseballplatz. Von den Projects. Mhm. Jetzt rastet er fest. Ach, da. Dann fahre ich den Riata oder den Suwano? Ich fahre den Suwano. Okay. Nimmst du den Herr Müller mit? Hallo. Okay. Pense, wir müssen woanders hinfallen. Äh, wo? Wo machen wir die Stelle? Das ist bei 4003 gegenüber von dem Projects. Und ich muss den Riata fahren. Okay. Warte, ich gucke, ob ich Schlüssel habe. Warte. Mann, ist das eine Kackharre. Ja. Kommst du mal, Pense? Ja, aber das ist einfach Autokauf, Dig, alter. Ähnlich ist der Drecks Riata weg. Die Dreckskarre. Dreckige Dreckskarre. 120.000 für so eine Kackmörbe, Alter. Tuning halt nur vom Jester. Muss man aber auch sagen, alter, die Kacken sind endlos geil, die neuen alle. Ja, ist doch ruhig. Ich finde es angenehm, dass ich bemängelt habe, nicht? Der hat länger gehalten, als der Drecksbausche, der scheiß Komet, Alter. Warum habe ich den überhaupt gekauft? Warum habt ihr mir nicht abgeraten davon? Lüder Kackchat schon wieder. Nein, ich habe euch lieb, meine Kinder. Ach, hier ist das. Ist sie richtig? Ja. Ziehen Sie auch her, Herr Müller? Oder bleiben Sie am Flughafen? Ja, ich bleib am Flughafen. Okay. Hier ist der Schrotthandel von den Palettis. Welche haben denn gemacht? Ich möchte gehen. Du bleib tight. Du zwingst mich. Hilf mich zu zwingen. Oh, Pins ist beschäftigt. Telefon, Mann. Genau. Ich will wissen, welche Polizisten da vor Ort waren. Was macht denn da meine Karabon? Wackeln die so komisch? Der ist schon wieder sein Ding aus, Alter. Das ist kein Zeig jetzt. Ja. Und? Er holt mein Geld. Bist du traurig? Ein bisschen. Das ist nicht leicht. Du hast es verlassen. Ja, what the dog doing? Ich habe gehört, Mila kaufte ich in Kumbu oder Breitbau. Woher? Ja, unten in Jester. Ja, woher? Ja, im Gegensatz zu dir hat Mr. Banks uns Dings gegeben. Hä? Was meinst du? Ja, hier. Wie heißt das nun mal? Weil wir die Sachen importiert haben lassen. Also ich. Ja, ich habe dir gestern gesagt, nenn mir eine Zahl und ich zahle dir was aus. Na, da zahlst du mir nicht aus, was Mr. Banks mir ausgezahlt hat. Ja, woher? Ich kann auch kein Geld scheißen. Der hat mir 100.000 gegeben. Boah, danke schön. Ja, dann komm her. Dann kriegst du halt auch 100.000. Ja, wir kommen doch gleich. Wir kaufen nur den Jester Breitbau noch für Mila. Ja, aber woher den Komoda Breitbau? Ja, den gibt es noch nicht zum Verkaufen. Ja, aber wer hat den dann? Das weiß ich nicht. Wir haben den, also ich habe den von Tucker geholt. Ja, der ist auch nicht schwer. Ja, dann wahrscheinlich feiern. Aber es, ja komm, morgen nochmal eine Neulieferung von Karen. Ihr bekommt bestimmt auch wieder welche. Irgend so ein Pfeifer und sowas. Was nochmal? Ich habe nichts gehört. Okay. Ja, vielleicht ist das auch nur eine Überraschung. Ach so, ja, keine Ahnung. Ja, dann komm rum, dann zahle ich dir was auf. Ja. Ja, wir kommen gleich, Emil. Dann bist du reich. Ja, bis gleich. Boah, die ist sauer. Die ist sauer, weil ich glaube, der Mr. Banks ein Komoda bekommt. Also der, den verkaufen kann. Ja, ich muss ja auch mein Autos verkaufen. Okay. Weißt du, was das cool ist beim Herr Mulder-Pinsel? Die Karren werden nicht verschrottet. Weißt du, was das cool ist beim Herr Mulder? Da wird das Tacho zurückgesetzt, ne? Und dann kommen die wieder im Verkauf. Ja, easy. Ja, easy. Herr Mulder ist eigentlich ein Betruger. Sie sind eigentlich ein Betruger. Warum, wenn die noch top im Zustand sind? Die haben die ja super benutzt und nicht kaputt gemacht. Ne. Also der Rater und der Dingser sind... Ach, das muss ich doch nicht wissen. Den Rater bin ich über die Berge sogar gefahren. Gib mir mal lieber die Kohle. Da fliegt man mehr über die Berge, als man fährt mit dem Rater. Wo ist doch Daddy? Wo ist doch Daddy? Wo? Hi, Leo. Ja, bitte schön. Gibt's denn Geld, oder Matt? Weiß nicht. Ich zähl mal so 15 Minuten oder so. Eine Tankstelle da oben. Nee, der hat doch gerade irgendwo Kohle hier abgeholt. Hier, um die Ecke. Ich stopf da jetzt einfach alles rein. Zum Glück wüssten die Holländer nicht, dass hier einer steht. Sonst wäre schon leer. Also, Entschuldigung, ich dachte, ihr wollt zur Garage. Sie ist süß, oder? Der Herr Mulder ist der Beste. Wir fragen die Nummer. Ich stoppe jetzt einfach hier 140.000 rein. Eigentlich musst du ja meine Bank machen. Ja, wir sind wieder bei 300.000 fast. Und ich geh gleich nochmal 100.000 von Roxy. Dann gleich mit zum Bobby Banks. Dankeschön, Herr Mulder. Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Dann noch einen superschönen Abend euch. Mit welcher Kahn fahren Sie jetzt wieder zurück? Ich fahre jetzt erst mit einem zurück und dann hole ich den anderen nachher. Wir können Ihnen auch kurz helfen. Also, wenn ihr wollt. Ja, das können wir auch. Ja, für 10.000 Dollar. Du bist so ein langer Mann. Dann muss ich Herr Kahn es erst fragen. Ich darf von dem Firmenkonto nichts ausgeben. Ja, wir kriegen Sie kein Gehalt? Doch, aber das ist ja mein Geld. Ja, und das kann ja auch meins werden. Könnte, aber nee. Ich will ja auch mal so ein cooles Auto kaufen. Ein Breitbau. Okay. Und so viel verdiene ich auch nicht. Da muss ich monatelang drauf sparen auch. Dann machen Sie Ihnen eine Karana-Family. Oh ja. Okay. Dann vielen Dank euch. Kein Problem, Herr Mulder sind die Beste. Und einen schönen Abend euch. Hänsel hat gerade gefragt, ob Sie Single sind noch. Ja, das stimmt. Aber ich bin leider mit meiner Arbeit verheiratet. Na, und Sie können Ihnen doch kurz im Büro knochen. Ich glaube, das sieht Ihnen nicht so eng. Ja, aber wir können ja Freunde sein mit dem Müll im Ohr. Ja, Herr Mulder, sollen wir Freunde sein? Ja. Sie können ja ab und zu mal Crack rauchen, wenn Sie wollen. Boah, nee. Also, ich trinke ja nur an Partys manchmal und so. Und rauchen tue ich gar nicht. Ja, dann musst du langsam Zeit. Also, ich kann ja dabei sein und ich kann ja dann was trinken oder so. Und kiffen? Nee, ich rauche überhaupt nicht. Ich kaufe keine Zigaretten. Man kann Crack auch durch die Nase ziehen. Ich nehme dreimal täglich LSD. Apropos, Mulder. Ich glaube, das schmeckt voll eklig bestimmt, oder nicht? Quatsch, man gewöhnt sich dann. Ich habe dir wieder was besorgt. Man kann rauchen, aber man kann es aber durchschnupfen. Oh ja, genau. Ich würde versuchen, Herr Mulder, dann sind Sie jetzt offiziell Mitglied der O7, okay? Oh yeah. Wollen Sie meine Gang? Ich besorge Ihnen so eine labrelle Kugel. Er hat doch schon Ja gesagt. Oh yeah. Herr Mulder gehört zu O7. Dann machen wir einen Kabel in. Dr. Kusch? Hola, Sr. Kusch. Ich habe eine Frage. Es ist Gustavo. Oh, Sr. Gustavo, hallo. Sie rufen mit Nummer an. Ja. Okay, ja bitte. Ich habe eine Frage. Gehören Sie eine Sekte an? Ich gehöre keiner Sekte an, nein. Okay, das ist gut zu wissen. Perfekt, danke schön. Oh, äh, was? Was? Sr. Gustavo? Moment, ich muss jetzt kurz nachfragen, was wir mit dieser Information anfangen. Also Kontext wäre richtig cool. See, ich rufe Sie gleich zurück. Ja, okay. Dann würde ich mal sehen mal. Geh nicht. Das ist gleich. Ja, gut, zum Beispiel. Ja, was dann? Na, wollen wir die Autos jetzt in? Ja, komm, wir helfen dem Herr Mulder kurz und dann noch Benni. Als Kahn. Dann machen Sie uns die Kahn an. Dann mache ich euch die Autos an. Der Pille dreht schon wieder durch. Arne, du kriegst. Aber wir sind heute, wir sind heute. Ja, bitte. Hola, hier ist der Nummer, Gustavo. Sie kennen doch bestimmt dieses Dorf da oben in den Bergen. Hinten Sie, sag mal kurz bitte ruhig. In den Bergen das Dorf, ja. Ja, ja, das kenne ich. Sie kennen das Dorf? Ja, das kenne ich. Meine Frau war schon mal dort, weil die sich selbst entführt hat. Ja, das ist eine ganz andere, das ist so ein Kink. Ja, ich bin gar nicht gestern, aber das wäre ein Scherz. No, alles gut. Kennen Sie diesen Ziegenkopf da oben, den abgetrennten? Nee. Den kennen Sie nicht? Nee. Okay, alles klar. Das sind alles gute Informationen, mit denen ich weiterarbeiten kann. Ich rufe Sie gleich nochmal zurück. Ähm, okay. Pass. Nee, ich würde ihn ja gerne stehen lassen, aber nee. Kennen Sie? Wollte nur wissen, ob das der Pasch oder? Hör mir zu, einer vom, ich glaube, ich weiß nicht, ob er noch dabei ist, aber einer vom Kartell hat mich gerade angerufen und hat mich gefragt, ob ich zu einer Sekte gehöre. Und dann habe ich zurückgerufen, habe nach Kontext gefragt. Dann ruft er mich nochmal und fragt, ob ich das Dorf in den Bergen kenne, da, wo Mila sich entfüllt hat, weißt du? Ja. Dann habe ich gesagt, ja, ich kenne das. Und dann hat er mich gefragt, ob ich den abgetrennten Ziegenkopf kenne. Und jetzt will er gleich nochmal anrufen. Ja, bitte? Hola. Ich hätte gesagt, Ihre Frau war mal da oben. Ja, genau. Verkauft Ihre Frau Obst in der Stadt? Nein. No. Okay. Senor Gustavo, das wäre super freundlich, wenn ich wüsste, um was geht. Sieh, wir brauchen jemanden, der uns demnächst bei einer potenziellen Tour unterstützt. Eine Art Zeremonie? No. Eine Tour. Eine Tour? Sieh. Alles touristisch. In, ah. Okay. Und das soll ins Dorf gehen? Ich habe eine Frage. Ihre Freundin hatte bestimmt eine Mutter, sieh? Ja. Ja. Und man macht... Jeder hat eine Mama. Ja. Mag es... Mag es... Ist das Ihre Schwiegermutter schon? Ja, wir sind verheiratet. Ah, okay. Wie mag Ihre Schwiegermutter Obst? Keine Ahnung. Ich kenne die blöde Kuh nicht. Ich habe die nie kennengelernt. Aber mit Sicherheit mag die Obst. Tschüss, Jungs. Auf reichenchen Abend noch. Dankeschön, Herr Mola. Danke, Mola. Aber ich kann kurz nachfragen. Mila? Tschüss. Ja? Mag deine... Also... Mag deine Mama Obst? Ähm... Ja. Ja, die mag Obst. Okay. Sie mag Obst. Okay, alles klar. Gut zu wissen. Ja, aber der Kontext, Herr Gustavo, der Kontext. Tschüss. Wir brauchen demnächst potenziell vielleicht irgendwie Schauspieler oder sowas. Ja, das ist kein Problem. Alles klar. Ich melde mich bei Ihnen. Alles klar. Das Kartell hat gerade gefragt, ob deine Mama Obst mag. Und der Kontext ist, dass jemand vom Kartell irgendwann mal Schauspieler braucht. Ich bin absolut verwirrt. Ähm, aber meine Mama ist keine gute Schauspielerin. Nein, nein, nein. Ich denke mal, der meint uns. Oh, Seven. Okay. Ich bin maximal verwirrt gerade. Egal. Wir machen alles, was die wollen, okay? Das gibt auch immer gut Geld. Und Mila, Roxy gibt uns jetzt gleich auch nochmal 100.000 Dollar. Okay. Umsatzbeteiligung. Abasche? Ja. Ähm, wir fahren jetzt zu wenig. Ich bin absolut verwirrt gerade, Alter. Willst du da hinkommen? Ach, keine Ahnung, wer da war in die Kinnik. Ähm, dann pass auf. Ruf mich an. Wenn... Ich bin komplett verwirrt gerade, Alter. Wenn du fertig bist, ich weiß nicht mal, ob der überhaupt noch zum Kartell gehört. Und dann können wir quatschen. Na, aber die weitere Vorgehensweise... Ich hab keine Ahnung, Junge. Einfach Obst machen. Okay. Einfach Dings, 1,8,7, der Typ, der... Okay. Der Alex, Junge. Dann machen wir das so. Einfach Alex gejoint. Bis dann. Na, wo müssen wir hin? Nach Bennys. Okay. Der Leibmann kommt, der ist morgen wieder. Okay. Ich hab noch 25%-Gutschein für Teilchen. Jetzt glaubst du, wir kriegen das Auto damit noch günstiger? Nee, das ist nur für Tuning. Ach so. Ich glaube... Und die Info gerade ist vertraulich. Er erzählt das nicht irgendwo rum. Dass ich meine Mama Obst macht? Nee, das mit dem Ziegenkopf und so. Worum geht's jetzt genau? Der braucht... Pensel, ich weiß das selber nicht. Das ist super. Also der braucht Schauspieler. Der hat mich gerade viermal angerufen, weil der immer nachfragen muss über seinen Chef, was die von mir wollen. Das ist... Ich glaube, viermal hat er mich angerufen. Ist das das echte Kartell? Oder ist das so eine... Nee, nee, der gehört... Der gehört... Entweder gehört der noch dazu oder der gehörte. Was ist denn hier schon wieder los? Und den Treff. Den Korketten denn Obst? Nee, Korketten sind keine Obst, man. Alter. Ich darf nicht lachen. Dann lass es doch. Mann, heilst du dich, Alter. Korketten. Ja, meine auch. Hört man das nicht? Ich weiß nicht, dass meine Mama Korketten macht. Warte, ich ruf für den Bankfan. Ich sag mir, wir haben die Kohle besorgt. Okay. Hey, yo, what the dog doing? Oh, genau. Ich wollte nur Bescheid sagen, dass wir die Kohle besorgt haben. Alles klar. Also wir können jederzeit zahlen. Alles klar. Ich ruf dich gleich an. Ähm, das mit dem, nur eine ganz kurze Frage, mit dem Komoda und so. Ist das noch Top-Sequel? Äh, das ist noch Top-Sequel, ja. Scheiße. Scheiße, Girl. Oh nein. Ja, ja, dann kommt er dann in die Strafgebühr drauf. Oh, Mann, warum habt ihr mir das nicht gesagt? Ach, Quatsch, das ist nicht Top-Sequel, Mann, Spaß. Okay, aber den Komoda vertickst du dann. Ja, ja. Und kriegt Bennys auch wieder welche? Wird das wieder fair aufgeteilt? Nö, nö. Ja, wenn ich immer die alten bezahlen lasse. Ach, haben die noch gar nicht? Nö, ja, aber das ist ein Geheimnis. Also soll ich denen das nicht stecken? Nö. Dann kriegt der Tag aber wenigstens seine Kohle. Jester Air. Jester Air. Ist auch ein Breitbau, ne? Ja, ja. Okay. Nö, nö. Du haltest fertig. Alles klar, mach ich. Alright. Bye-bye. Moxie. Ah, Pümsel. Ähm. Sag mal. Ja. Ich wollte nur fragen, hast du ein Auto, einen Schüssel für den Traf dabei, wann? Oh. Ange. Das heißt hier, oh, äh, welchen, ja, für den Aussteller. Den Traf dabei, wann. Ich kann, ja, ich hab jetzt versprochen, das nicht zu sagen, ne? Ja, wer weiß denn? Für den hab ich ne Schwester, ist ein Aussteller. Könnt ihr den bitte mal testen? Ich hab jetzt schon so lange zu euch gesagt, ihr müsst ihr mal ausprobieren. Ja, dann, dann komm, dann mach ich ihm die Hand. Mila, nimm meine Hand. Ja. Komm, wir gehen kurz zum Automat. Okay. Danke übrigens. Der hat mir einen ganz dicken Umschlag gegeben. Wir könnten noch einen Jester kaufen. Wir sind reich, Alter. Boah. Wir sind so reich. Aber wir verlieren das Geld auch, wie du denkst, da. Soll ich dir sagen, was wir jetzt haben? Was haben wir? Fast eine halbe Million. Und davon gehen nochmal 140 weg. Für deine Karre. Und Tuning. Ja, das bekommen wir wahrscheinlich so. Und dann noch 100 Euro für das Event vom Pinsel. Ja, okay. Ziehen wir 100.000 ab. Für das Event haben wir 317. 140. Ja, wir sind nur reich. Und wir haben noch eine Schiene Mila zum Verkaufen. Okay. Dann geht es jetzt mal los, Mann. Kannst du, fahr den mal, bitte. Das ist der Drafter. Also ich hab hier einen Drafter. Und das ist der Drafter Brei-Bahn. Komm, Männer. Fahr doch ruhig. Komm mit. Oh, der ist aber auch. Der ist auch gekriegt, ne? Aber Vorsicht. Vorsicht. Oh Gott, ist der schnell. Ach, Herm. Oh Gott, der ist du. Mini. Was kostet der? Oh Gott, was kostet die Welt? Wir sind reich. Der hört sich auch gut an. Wir können den Seh nicht anhalten. Wir haben da auch, glaube ich, gerade einen Einsatz. Oh Gott, wir fahren zu 130. Boah, das ist mir zu schnell. Oh Gott. Da krieg ich Panik hier. Farmer. Oh Gott, ich weiß. Oh Gott, der zieht doch noch so an. Jo. Bei Deutscher Ritterplatz zeug ich übrigens auf den Raspberry VW, aber das ist echt cool. Da haben wir damals sogar mal gestreamt, Shit. Wisst ihr noch? Und Iron Packer, danke schön für den Primes ab dem 16. War der schon dick, ne? Ja. Aber ich habe meine Traumkarre. Mein ZR. Er hat einen krassen Sound. Ich mag's, Tiefes. Wie ohne euch, Oma. Ich habe das gestreamt damals. Ist er nicht mehr? Hey, I want to talk, dude. Scheiß Kopper ist wieder hier. Hey, reiß dich zusammen. Ja, was kostet denn der Draft da? Das morgen verkauft er den auf. Ich habe einen Händen drüber. Im Kaka auf 2.9. Super. Boah, ihr habt, ihr habt, und dann, 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 dann bist du so mad, ihr habt die dicksten Karren, keine Zeit, nur Schrott. Hä? Wie meinst du das? Ja, du klangst so mad. Alles klar. Ihr habt den ZR, ihr habt den Draft, ihr habt die dicksten Karren. Ja, die zwei Autos sind ganz geil, aber der Rest... Wie, der Penumbra, den ihr verkauft? Ja, nee, das meine ich ja. Die macht doch den ganzen Tag eh nix. Penumbra, Trafa und der ZR. Guck mal, Mila, da ist meine Kopie. Ja. Nein, Kopie. Also ich weiß nicht, dass wir uns ähnlich sehen. Achso. Nicht du, der Eis. Der Ice Cream. Achso, ja. Allerechte. Hast du schon was gehört, wenn die Sachen angebaut werden? Mh, nee. Ich denke mal, das dauert noch ein bisschen. Aber ist ja nicht schlimm. Ja, nee, eben. Ich habe mit dem Schild gar nicht mehr angefangen. Hat keinen Bock mehr. Boah. Ma, chill mal. Boah. Also wirst du beschreiten, gleiches Night Riten, hm? Ähm, wir holen noch einen Jester, können wir den heute noch tun? Ja, klar. Mila? Na, klar. Ja, wenn Night Rite gleich ist. Also ich mache, ich mache, äh, frei, aber die Jungs können das heute machen. Ja. Warum? Kann ich, du machen einen Eis wieder machen, alter Frischer. Du hast doch nie gearbeitet, hast du. Ja, die ist auch Schärfin. Ja. Aber kurz mit, ich brauche dich im Moment. Okay. Ja, ich gebe euch mal Homes mit Deckern nass. Seid ihr, seid ihr den Komoda schon festgefahren? Na, Caro. Ist er gut? Der ist ein bisschen zu schnell. Der fährt so über 300. Der wird ja mal gedrosselt. Und ich denke mal, dass die, ich denke mal, dass die, dass da Karren an die anderen Autohäuser auch hingegeben werden, ne? Ja, tatsächlich würde ich den anderen Autohäuser das halt mehr gönnen, als ich mal Tuningwerk schreibe. Machen ihr mal mit eurer Dings, alter, ohne Witz. Was denn? Ihr mal mit eurem Konkurrenzdenken. Ne, das ist für mich kein Konkurrenzdenken. Warte, mach nochmal auf Ursprung. Wer bist denn du überhaupt? Oh, ey. Okay, dann gehen wir langsam runter. Ja. Amigo, ich bin Nando. Ich mach mir eben das Auto aus. Nando? Ah, genau, Amigo. Nando. Ich hab einmal in meinem ganzen Leben jemanden kennengelernt, der Nando hieß. Und das war ein Sinti. Mach dir hier. Ja, Amigo, ich bin... Du stehst ja einfach nur das so so. Ganz neu in dieses Stand. Ah. Ich bin erst seit die Freitag in dieses Stand. Und jetzt lauscht ihr jemand. Ah, Amigo, ich habe mit dem Hermano rechts neben mir gesprochen, eben über die Autos hier. Ja, der hat ein Primo. Ein Primo Gast im Amigo. Ein Primo Rabe-Geson. Und dann habe ich gesehen, den Mann mit die Holster und ich wollte fragen, wo der Hermano das gekauft hat. Na, das ist ein dreckiger Kopf. Ah, ich habe das auch gemerkt, Amigo. Der ist von einem DOA. Ah, ich habe den zwar gefragt, wo es gute Drogen in diese Stadt gibt, aber der wollte mir das nicht sagen. Ich schweine ihn da. 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 Das stimmt, das wissen die selber nicht. Wir sind alle dämlich. Aber der Hermano meinte, der fähigste Kopf der Stadt ist ja gegangen, habe ich gehört. Ja, Pinsel. Eben. Und dann, wer ist dieser Pinsel? Das bin ich. Ich habe einfach alle Gangster laufen lassen. Immer wieder. Na, Amigo, das ist eine gute Einstellung. Ja, gut, das machen die anderen auch. Ja, aber nicht so wie ich, glaube mir. Das machen die anderen auch nur unfreiwillig. Die anderen machen das, weil sie es nicht schaffen. Und ich denke mir so, komm, Milo, scheißegal, ich muss keine Akte schreiben. Tschüss. Ich bin sehr. Außerdem fand ich die Kollegen in der Polizei viel schlimmer als die Kriminellen. Also, ich habe auch noch keinen Amigo hier getroffen, der einen Bandana trägt und Sandalen. Milo? Immer nur die Polizier. Ja? Du guckst einfach so in die Gegend rum. Ist dein ganz okay? Oder müssen wir ins Banker? Oder guckst du meinen Spiegelbildern? Aber eine Sache an ihm ist hässlich. Er hat blaue Augen. Hä? Kann ich ja jetzt nur auch nichts für, ne? Zieh dir mal die Baggy hoch. Das ist ein Nacktlatsch. Auf gar keinen Fall. Die hängt da schon richtig. Wann ist ein Nightwild? 22. 22 Schuhe? Mhm. In Tokio. Willst du da mitmachen, Milo? Boah, ich kann kein Autorennen fahren. Nein, das ist kein Autorennen. Erst einfach nur zusammen fahren, irgendwo hin und dann kann man hinterher vielleicht rennen fahren, wenn du Bock hast. Bisschen chillen. Bisschen Finger im Auspuff tun, gucken. Stell dir jetzt mal vor, dass... Aber ich muss mein Auto machen. Ja, das kommt gleich irgendwann. Du hast ein Sandwich gekauft. Schön. Schön, schön, schön. Boah, ich habe heute geangelt, Amigo, und den Füß gegrillt. Das ist auch sehr lecker. Du meinst den Fisch? Den Füß habe ich gegrillt. Ja, packt ihr. Hallo, Körthus, mein Lieber. Wo soll ich hinkommen? Ja, wir sind bei Bennys. Okay, ich komme zu Bennys. Bis gleich. Bis gleich. Komischer Tag heute. Ja, irgendwie ist heute... Ne? Verdammt, nein, Leute. Bei mir sind Schuhe. Wer ist denn eigentlich dieser komische Hackertyp auf WeNet? Äh, ja. Kannst du mein Windows neu installieren? Ne, du musst um Cäsar-Verschlüsseln mit dem reden. Ansonsten antwortet ihr sie nicht. Warte noch mal. Cäsar-Verschlüsseln. Muss ja weg. Ansonsten antwortet ihr nicht. Ich kann mich im Arsch lenken. Oder bin der Code. Ja, was ist mit Exadezimal? Itami, du musst dir auch mal ganz kurz Zeit nehmen. Hat die gesagt? Itami! Hast du Freund oder Fein? Ola! Oh, ich glaube, Itami ist sauer. Nee, der war auf Geschäftsreise, hat er gesagt. Oh. Wird der jetzt gefeuert? Nee, wieso? Dann schlag ich die zusammen. Wo soll der gefeuert werden? Weiß nicht. So Grundaggression irgendwie auf dem Platz hier. Die herrschen ja. Und was macht Pense schon wieder? Das, was er immer macht. Warum stehen hier so viele weiße Karne? Weißt du auch nicht, irgendwie eine neue Gang eingereist? Don't know. Da wären wir. Das ist doch eine Punche. Kein Problem. Bis gleich. Oder auf Wiedersehen. Ja, wo bist denn du? Ich bin Maiki. Ach stimmt, Maiki. Ja. Ja, das ist Maiki, Mann. Coole Barz? Ja, danke. Auf Wiedersehen. Er ist nicht offen. Okay. Mina, das ist der Punche. Kennst du den schon? Ja. Hallo. Hi. War auf eure Hochzeit. Ja, stimmt. Kennst du, bist du heute beschäftigt? Ja, Mann. Ich muss kurz zu mir was nachkommen. Was dann? Na, ähm. Ähm. Ja. Wegen nem scheiß Auto. Ja, was dann? Ja, die Polizei hat mir einfach mein Prima abgeschäbt, glaub ich. Warum? Und dann haben die gesagt, ich hab heute, wahrscheinlich, dann hab ich wohl heute Scheiße damit gebaut. Das kann ja nicht sein. Ich geh's auf. Ob das Auto in der offenen oder in der geschlossenen steht. Verwahrstelle. Und dann, ich werd das Geld nicht bezahlen. Wir haben noch eh nix zu tun. Um 22 Uhr's Nightwide. Wenn wir mitmachen wollen. Was ist dann? Na, mit Tuningkarren treffen, ein bisschen rumfahren. Und da Patches auch da, guck mal. Wir brauchen vier Sitze, dann kann ich. Wir haben doch n Schinke Mila. Ja, aber dann, wo? Ja, Bibo, du hast den hier geparkt. Hab ich schon vergessen. Oh mein Gott, Alter. Ja, stimmt. Was ist denn heute mit dir los, du mit deinem Scheiß-Ego-Problem? Wieso Ego-Probleme? Na, das hat Apache vorhin geschrieben mir. Willst du wieder auf die Fresse, du Wichser? Jetzt willst du auf die Fresse? Ich weiß nicht, ob du dir das wirklich aussuchst. Komm, komm, komm. Stehen bleiben. Polizei. Johnny Mike, tu die Knarre weg. Yo, warte mal. Yo, die Jahren, dein Kumpel, Apache. Komm, wir gehen dem Helfen. Ja, mein Kumpel. Ja, die haben den Mike gebt. Komm mit. Ja, gib doch die Schnauze, Mann. Der hat dich doch grad hingefahren. Ach, Mann. Johnny Mike, was machst du hier? Ja, der hat mich umgefahren. Hab ich gar nicht. Der hat mich angefahren. Komm mit dem Falschen an. Ja, lass Stefan in Ruhe, du Penner. Ja, Mann, lass mich in Ruhe, du Hund. Der Pistole ist doch bei der Polizei. Nein, der hat, ihr müsst ihr mal ein bisschen Anstand beibringen. Der hat ein relativ großes Maul. Ja, dann klär das mit Fäusten und nicht mit deiner Knarre. Nee, ich wollte eigentlich nur, dass er stehen bleibt. Die ist ja gar nicht mal geladen. Nee, stehen bleibt. Der Schöne. Warum bist du nur allein unterwegs? Ich sag dir mal was, ne? Wenn du dich noch einmal mit mir anlegst, mein Freund. Der ist aber hochgeschoben. Dann sieht es doch richtig scheiße aus für dich. Dann wirst du nicht mehr hier so noch aufkommen. Genau, klar, das wäre ich nur Männer. Hast du es kapiert? Was? Hast du es kapiert? Nee, ich habe gar nichts kapiert. Sonst rasieren wir dir noch eine Glatze, dann warst du es mit deinen Haaren. Damit das klar ist. Das war meine Dauerwende in Frieden. Ja, genau, deswegen. Das hat alles ein Nachspiel, mein Freundchen. Das ist auch ein Nachspiel. Ich dachte, ihr seid auf meiner Seite. Also ganz ehrlich, wenn ihr mit Sandro noch irgendwas machen wollt, dann würde ich mich nicht mit so einem Idioten einlassen. Ganz ehrlich. Wir gehen mit Sandro, Junge. Lasst dir Sandro doch um. So, Mic-Trop. Also, Stefano, ich würde das nicht auf mir sitzen lassen, an deiner Stelle. Ich habe die Show gestohlen. Scheiß drauf, scheiß drauf. Schlag den zusammen, den Wichser. Das lässt mir so gefallen. Wie soll ich den Fabrino sagen? Ja klar, hol den weg, Mann. Wirklich? Das ist ein Idiot. Scheiße, Scheiße. Hey. Warte. Ich glaube, es ist noch Feuerling. Was meint ihr, wer gewinnt? Boah, ich glaube, es ist Stefano. Ich glaube auch, dass er von ihm wird. Wir müssen näher dran, wir sehen nichts. Stefano gewinnt. Oh Gott. Oh oh. Oh Gott. Oh Gott. Hä? Schlägerei. Ist doch mal auf die Fresse, oder was? Nein, alles gut. Ich will eigentlich nur zu meinem Auto. Dann entschuldige dich und verpiss dich. Oh ja, ja. Das tut mir sehr leid. Entschuldigung. Ah, gut. Ich habe ein Problem mit meiner Dauer. Ich habe ihn, ich habe ihn noch. Ich habe ihn gefickt. Du hast ihn richtig auseinandergenommen, Alter. Ja. Ich habe heute mein Tiramisu doch nicht gegessen. Und wenn ich das gegessen habe, dann komme ich wieder. Du meinst, dass ein Sandro da ist? Nein, der kommt heute nicht. Der kommt heute nicht, hat er gesagt. Alter, was du... Was denn? Nein, lass den jetzt fest drauf. Was ist denn los? Bei dem musst du aufpassen. Er sagt dem Sandro das und dann jagt Sandro dich durch die ganze Stadt. Soll Sandro kommen? Ich fick ihn. Ja, Mann, das ist die richtige Einstellung. Ja, soll jeder kommen? War es nicht gut mit dem? Ja, aber ich halte lieber zu Roy. Und Roy sagt, Sandro ist eine Bitch. Wo ist denn Roy? Ich habe ihn lange nicht gesehen. Der macht Urlaub im Webseed. Ach so. Bisschen erholen. Zu viel Geld gemacht. Was ist mit deinem Anwesen? Da wohnt der Laser jetzt alleine. So lange. Was ist der? Der wohnt die ganze Zeit bei mir. Der hat mich angerufen und hat gefragt, ob der da wohnt. Das gehört ihm gar nicht, ne, Laser? Nein, das gehört Roy, wenn du wohnt. Der flext die ganze Zeit rum. Ich habe eine Villa und sowas. Ich habe eine Villa. Ja, der flext auch die ganze Zeit mit seinen komischen Tuning-Animikarren und die gönnen alle Mr. Banks. Das sind gar nicht seine. Ich glaube, der hat nichts. Der flext auch mit seinen Affiliate. Die schauen sich nicht vor anderen Zeitschicks rum. Schei, Johnny, Mike. Du bist jetzt auf jeden Fall auf der Fahndungsliste, das ist da wohl nur. Von den Amigos. Ja, wer? Und wer? Das ist nämlich ein Kartell. Wieso ich? Na, weil du Johnny Mike geschlagen hast. Das ist der Sohn von Sandro. Ach, die sollen ein Kartell sein? Ja, die sagen, die sind ein Kartell. Ja, genau. Ja, hast du gehört, Mike? Mikey? Ja. Kartell und sie ist gleich, oder? Wer ist das jetzt? Schei, ich bin ein Kunde. Kann man euch helfen? Ja, bestimmt Drive-By. Bitte? Ja, ist da auf und du kannst reinfahren. Apache, bleib gleich. Gut, fahren wir mit deinem Auto oder mein Motorrad? Ja, wenn ihr Hilfe braucht, sagt dem Pinsel Bescheid. Außerung steht hinter euch. Alles klar. Dann knallen wir die weg. Und rein. Mach's gut, Apache. Ich melde mich bei dir. Das ist eigentlich dein Paar, Pinsel. Aber wieso? Weil wenn die kommen dann und sagen, wir sollen ihnen helfen, können wir die wiederum verkaufen. Wie beinend, schnell weg. Okay, sollen wir jetzt um deine Karre kümmern, Pinsel? Ja, ich wollte nur den Primo haben, damit ich ihn vieler jetzt habe. Weil der einfach abgeschrieben würde. Ja, dann lass den doch holen. Und was mit meinem Auto? Ja, da ruft er Mr. Banks euch an, sobald er vom Schiff runterkommt. Achso. Und dann gehen wir den holen, dann gehen wir den tun. Und dann haben wir wahrscheinlich schon wieder 12 Uhr und haben nix erlebt. Nix passiert. Nein, das ist schon die Meilen. Okay, und was müssen wir jetzt? Aber ich verstehe das nicht. Ist dann nur... Hassen wir die oder nicht? Weil du sagst, müssen wir denen doch ein Deal machen eigentlich. Pinsel, du bist da hingefahren und hast gesagt, können wir Drogen für euch verkaufen? Ja, aber ich hasse die jetzt wieder. Und jetzt hast du gesagt, wir helfen dem Stefano. Ich verstehe nicht. Na, du wolltest doch immer Feuer legen. Ja, aber ich hasse die doch alle beide. Achso, du hasst den Stefano auch. Ja, das wusste ich nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber man kann sich ja trotzdem anbieten, Pinsel. Ja, du hast den, weil Kaiser hasst den. Ach stimmt, der hat den Kaiser voll geschlagen. Ja. Ja, genau. Wir haben den einfach niedergeprügelt. Mehrmals. Du willst meine Satzstu... Du willst meine Satzstu... Nee, Mila ist Ophi Zoldi. Ist nix im Griff. Jo, halt's mal, sonst ist es möglich. Ich bin Second Ochi. Na, na, na. Wohin, dann macht ihr erst mal Schere, Stein, Papier. Okay. Okay. Auf drei. Komm, Schere, Stein. Stein. Faust. Ich hab gewonnen. Okay, ich bin Team Mila. Ich glaub's ja wohl. Aua. Das ist one on one. Du bist unfair. Ich bin sowas von Team Mila. Hä? Was ist passiert? Nix. Hilfe, Polizei, die hat mich geschlagen. Ein Second Ochi hat das gewährt. Scheiße. Ja, das ist die relativ viel. Ja, es interessiert mich auch. Das ist häusliche Gewalt. Meine Frau schlägt mich. Du Wichser. Ja. Was will ich wahr? Meine Frau schlägt mich. Wichser. Hab ich nicht. Wollt ihr eine Anzeige machen? Natürlich nicht. Ja, sein schön. Das ist meine Frau. Wenn jetzt stehen sie da erst mal auf da oder das ist so. Jetzt steh mal. Ja komm, gehört das hier. Ich heftig hoch. Steh mal auf da jetzt, Jura. Der Typ im grünen Auto wollte uns keine Drogen verkaufen, übrigens. Das ist der Herr voll und so. Ja, der Stefano. Der hat ihm einen Kilogramm bei. Ein Kilogramm dabei. Das wollte uns kein verkaufen. Kann er da überhaupt so viel tragen? Klar, es ist ja nur ein Kilo, ne? Aber gekauft er ja nicht. Das ist wie eine Flasche Cola. Das ist nicht schwer. Ja, und eine Waffe ohne Waffenschwein ist aber auch dabei. Oh, zum Glück bin ich da raus. Naja, das kommt auf an, ne? Hier sind die Colas ja schon riesig. Schlag mich nie wieder durch. Waschwein. Hey, dann, was? Ja, oui. Was, sagst du mich? Ja, oui. Ich darf nicht, mein Hals. Damit hast du nicht gerechnet, ne? Gedodged. Jetzt kann ich ins Baker, weil du... Oh, Gott. Provisorisch, Dings. Sau mir jetzt deinen... Komm, siehst du, Pinsel, du hast nix im Griff. Du musst mal... Aua. Ah, du hast ged... Hab ich gar nicht. Ja, ich hab gedodged. Hab ich gar nicht. Du musst mal die Befehle geben, Pinsel. Du bist der Oggi. Du sagst, oh, wir machen jetzt das. Wir machen das. Also, ich bin dafür, Mila, getäutelt den Ton an. Okay, Mila, mach mal. Ich glaube, du hältst mir den Press. Und jetzt erst mal Pinsel sein Scheiß-Auto. Was gibt's denn? Damit wir auch mal anfangen. Kann kurz Pinsel, Karol, bist gleich. Was? Kann kurz Pinsel sein Primo holen. Erst mal in den Crops. Warte, Mila fährt. Ich bin Beifahrer. Ja, das wird super. Das ist nicht das Oggi-Mobil. Okay, wohin? Zu welcher? Keine Ahnung. Ich würde mir vorwahrstellen. Absolute Chaos-Truppe, Alter. Absolute Chaos-Truppe. Ich hab meine Gegend, die du griffst, Geilis. Zu welcher? Pff. Siehst du, Sohn? Du musst kalt schon mit Mila. Mila ist Oggi. Ich hab mehr Respekt vor Mila als für die Pinsel. Ja, Klicka. Weißt du, Pinsel, wenn deine rechte Hand die Kröne angeht, so, dann machst du doch schon einen guten Job. Das wird doch. Ja, ich brauche auch welche, die... Das übernehmen wir nicht, Herr Wurzeln. Ja, siehst du, deswegen... ...machten die Leute die Ansagen hier. Ist Herr Juri noch im Chat? Herr Juri, bitte in Kasse 4. Damit du dich schonen kannst. Und hier so, da steht ihr da vorne. Wieso steht ihr denn hier? Warum? Du hast bestimmt... Du hast irgendeinen Job gemacht ohne uns, du Penner. Na, du Penner. Ach, ich weiß es wieder. Warte mal, das Tor ist auf, find out. Ja, easy. Ja. Ja, coole... Warte mal, muss das hier nicht abgeschlossen sein? Ist das Tor nicht immer auf? Eine Ahnung. Eines auf, eines zu, oder nicht? Nee, aber wenn doch so eine Kranke beschlagnahmt von der Polizei. Da müssen wir doch eigentlich abschließen. Muss man die ja nicht eigentlich ausparken bei dem Wächter da? Keine Ahnung. Ich auch keine Ahnung. Ach, das ist die Öffnung, okay, das wusste ich nicht. Herr Juri, bitte zu Kasse 4. Warte mal, hinket der gerade mit seinem Kranke? Was macht der? Achso, der ist leer. Apropos, wir müssen auch tanken. Ich guck mal, wie ne do bingo was angeht. Außer nein, du halt gleich. Ja, wir tanken und fahren zu Bennys. Once. Ich glaub, der hat dich nicht gehört. Oh, scheiße, wir haben schon wieder Ding verpasst. Den Gottesdienst vor ne Stunde. Oh Mann, ne Meter. Ach ja, körperlich. Ich verteu' nur auf Pater Luz. Ja. Ich hab' morgen Anwaltsprüfung. Ja, das hast du mir vorhin schon im Telefon gesagt. Ach, scheiße, stimmt. Bist du auf Crank oder so? Ja. Und wenn du's schaffst, kennst du dich dann mit den Gesetzen gut aus? Ja, klar. Mach's mit dem. Du musst das machen wie Onkel Christian. Du musst die Kopfzimmer verbessern. und alles parat haben. Was denkst du, was mein Plan ist? Ja, musst du. Wo, 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 mein Freund? Was geht? Wem tapfonierst du? Ei, ei, ei. Oh Gott. Arriba. Sag mal, ist die auf Crank? Pinsa, ich versteh' dich nicht, deine Musik ist so laut. Warum sagt keiner, dass die Dings ist, Alter? Schon wieder vergessen. Ja, wo gehe ich, dass du fährst mit deinem Auto? Ja, wo bist denn du? Boah, halt deinen Scheißmaul und sag mir, wo du bist. Wie ist ein Oggi-Algepimmel? Oh, komm. Oggi-Call. Soll das sein? Oggi-Call. Mann. Ich fähr' jetzt für den Fall. Was ist denn mit den Leuten, die auf Wiener die ganze Zeit D, 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 W, 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 W und so schreien? Ja, das trage ich mich auch. Haben die einen Schlagenfall? Ich krieg von Kaisers auch immer solche SMS. Was hast du auch schon mal gemacht, Kudus? Nein, da hab ich das Handy abongelassen. Das Tablet. In meiner Hosentasche. So. Schnell weg hier, hier sind nur Junkies, schnell weg hier, kommen die Nachtschicht gleich raus. Schnell weg. Ja hier sind nur Junkies man im Park, da setz dich mal mal Patsch auf den Schoß genau. Warum mache ich auch Fahrrad? Das ist kein Problem. Ich bin der Augie. Ja, wirklich. Du brauchst aber Fröschen, mich zu sehen. Ja, weiß nicht, wir können noch mal zum Popcorn fahren. Wir können über mal hinfahren. Achso, ich dachte, da gibt es noch was zu klären. Ne, warte nur auf die Karre. Roxy hat schon Geld gegeben. Also eigentlich haben wir verdammt viel zu klären. Ja, was denn? Was denn, Pinsel? Wenn du was zu klären hast, dann können wir das jetzt klären. Klär. Ja. Eigentlich. Ich habe Batterien reingetan. Aber der Motor ist kaputt. Peter Code 69. Was kann man denn zu klären? Na, du hast gesagt, wir haben was zu klären. Hast du nicht eben gesagt, wir haben voll viel zu klären. Ja. Also du bist halt nur ein Dorftrottel. Dich müssen wir erstmal einweihen. Und Leiband. Und was ist mit Henk? Und mit deiner Frau mit der Nummer... Sex, Marsch. Was? Was? Gut, Alter. Sex. Ich glaube, Pinsel ist erwachsen geworden. Warum? Warte nicht, du benimmst die Schuhe. Oh nein. Du kriegst die Klinge. Du kriegst die Klinge. Du kriegst die Klinge. Du kriegst die Klinge. Du bist letztens erst angekommen. Ich habe jetzt zum Bike erfahren, wenn die Nase toll du in. Nein. Oh, der fand ich schon. Ja, komm, die ziehen wir ab. Eigentlich müsste ich für die Aktion im Taxi noch eine Ansage drücken, aber hey. Was für eine Aktion im Taxi? Ich habe es in der Szene, weil Kötis sagt, das ist eine doofe Story. Hey. Tag zusammen. Ja, kürzlich zusammen. Mila hat mich gehauen, meine Nase toll du hier. Guck mal. Nein, das tut auch weh, weil Kötis hat zurückgehauen. Hab ich überhoben? Ey, ey, ey. Ey, warte mal. Ja, mir tut auch die wahrscheinlich. Das hat mich auch getroffen. Was macht ihr denn den ganzen Abend? Na, die Schlangen sind gleich in die Fresse. Mila hat uns verbockst. Ja, Kötis hat einen Blutenschlag gemacht, weißt du? Ja, eigentlich auch den ganzen Abend. Hast du einen neuen Weg, ja? Ja, ich bin seit zwei Wochen da. Jetzt komm, zeig mal, Daniel. Danke schön. Oh, ich geb mal eine runde Kühlpacks. Ja. Okay, gut. Besser? Warte. Warte, ich mach das auch nochmal bei dir. Oh, ja. Das ist der Night White. Oh, der Night White. Das sieht ja keiner aus. Da Pinsel, das ist dein Vater, der Besen. Hey, hey, hey. Ach, du musst du nach. Ach, du bist schon wieder. Ach, du bist schon wieder. Wir haben noch nie einen Menschen gesehen, der so aussehen wie du. Dankeschön. Noch nie, noch nie. Gunnar, ich wusste gar nicht, dass du einen Sohn hast. Ja, ja, seit neuestem. Genau, seit meinem Pinsel mein Sohn ist, aber ich adoptiere dich jetzt einfach. Der Teufel, du hast getaschen gemacht. Der Teufel, du hast getaschen gemacht. Den Teufel. Wie viel Taschen hast du? Kannst du mit 60.000 Punkten, Daddy? Wenn der wegrennt, dann ist der superschnell, der ist wünscht nicht dich. Wollt ihr sagen, ich mach Witze. Du hast ja schon bei Dr. Seed 60.000 geliehen Pinsel. Ja, deswegen nenne ich mir bei ihm, dann gebe ich es ihm. Ach so, das Shiny Harper-Punkt. nehme ich da gibt doch alles verhaftet das ist schwierig es würde auch gehen 5000 haben wir auch noch ja ich muss momentan auch sparen tut mir leid das kann ich ja tax ja schießen mach doch ich habe nichts verstanden so dr jackson penner ist dr chicken im dienst alles gut neu das waren wir heute sonntag haben sie mich aufgelegt ich habe das nicht verstanden ich sagte ich rufe gleich zurück das habe ich nicht gehört was machen sie so ich klappe wieder die community zu holen uns ich nehme euch gerne mit aber ich bin mit pensel mehler und patsche ja das sind ja alle also apache weiß ich nicht na patsche ist nicht ein baker der erste antwort was sind sie denn gerade bei den 49ers projects ja ich glaube 44 ist das dann kommen wir dahin ich habe eine aufgabe für den augen nein dr chuck ist bei dem 44 in den projects und da gehen wir jetzt ein bisschen lien kaufen was gehen wir kaufen und kulte ihnen gehen wir da kaufen die verticken was haben wir jetzt sind du bist der augen dann kannst du ein business mit dem machen okay können du kannst ja wir können ja für die ticken man muss klein anfangen so tief bin ich gesungen pinsel du hast nichts im griff bro du hast kein business am start nix der hängt wahrscheinlich immer noch mit dem stadt der hängt wahrscheinlich immer noch mit links im schachschuh rum und hat immer nur kein knarre nur weil du dich um nix zu machen im hollixgaden die die staatsanwaltschaft mit meiner waffe nicht zu geben weil ich damit marina aufgeknallt haben dann haben abgeknallt naja und bei der geiselnahme geschichte oder der wixgaden stirbt da auf 5 auf 5 hoch knapp man die hätten uns fast hoch genommen ich kaufe mir keine zweite ich will den macarena killer wieder haben ich werde schon niemals kriegen leben die überhaupt nur hier ein bahn oh da kommt der night white wo kommen die darf haben mit ne wir haben business noch business also irgendwann reicht es auch einfach du lässt 30 autos durch in den mangler nimmst du die vorfahrt weil du keine geduld hast du bist nicht einfach eine macherin einfach eine macherin oh tschiefer halt man oh tschiefer was geht ab doch du chank hey der engel der stadt ist da hallo 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 pinsel hallo curtis hallo mr apache hallo apache machen sie es schon wieder hier oh da kommt der night white was ist das naja die fahren mit ihren tuningkarten durch die stadt rum achso die haben mich schon dreimal fast überfallen man muss sagen das sieht schon dick aus ja ja ich habe gehört hier kann man kuldein kaufen wissen sie da was da weiß ich nichts davon da musst du selber fragen verkaufen kuldein wir werden alle sterben dr chan das hast du schon öfters gesagt der pinsel bringt uns unheile wohns ja er ist kein guter og ach ist er der og ja aber dafür haben wir mila eigentlich ist mila og aber pinsel lassen wir die ja wir lassen pinsel nur in dem glauben ich habe gehört die rumänen waren da schon fleißig beim pipeline in echt da können wir mal gucken ob das alles so passt ja wie schnell sind denn die man ich habe gerade erst mal die kabel sortiert für das schild ja 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 äh und ich bräuchte morgen die daten was verändert werden muss an den fahrzeugen vielleicht kannst du da mal bei der roxy druck machen ja ich finde das super weird der bobby hat mir ja gerade auch gesagt dass die die karten immer noch nicht gezahlt haben aber ich soll nichts sagen ja ja bist du sicher dass die überhaupt wissen dass die die ausstellungsstücke bezahlen müssen ja wissen die ganz sicher ja hundertprozentig soll ich dir das nicht stecken dann kriegst du wenigstens deine kohle 400.000 knapp ne 412.000 ist das glaube ich ja aber bobby meinte ich soll das nicht sagen aber soll ich dir das sagen die warte schon dreimal gehört die weiß das also ich weiß nicht kann man ja das schriftlich geben aber die weiß das aber auf jeden fall ich brauche für die ganzen karren die verändert werden sollen bräuchte ich die daten ich klare das morgen zeit hat der dat macht ja ja ich kläre das und dann alles klar alles klar oh Gott was musst du klären was hab ich gemacht was hab ich gemacht wir müssen mal zum pipeline in fahren bei diesem tuning ding ja die dings waren schon da die bauarbeiter welche pinsel na für die die bauarbeiter ja für die dings für den tuning treff ach da ich dachte du meinst für bannys genau wir checken jetzt Cody nur nicht hat gesagt jetzt nicht zu einer stunde anrufen ja was sind das für dealer egal komm wir müssen kurz was angucken gehen wie heißen denn die gang hier 44 ich hab gps angetragen was sind das für dealer in der stunde du hast nix im griff wenn sie ne warum weiß nicht bist du sonst auch immer so frech warum hast du dich gefragt was der deputieren kann dir sagen was das für dealer sind das sind ich kann dir das in eine stunde sagen wo kam das denn her ich kann auch stimme dicken wenn ich will tja ich kann auch stolz gps warum ist die nicht immer dabei hänse du wolltest einfach sagen wir haben dich schon wieder unterbrochen ogi nein tannis ja werde ich gleich smoken wenn du nur einmal gegen mich vorgehst ok entschuldigung was sagt der ogi dazu dass ne member mich einfach smoken holt nie glaubt jo wir sollten uns jetzt alle mal langsam raffen pinsel ist still unser ogi ok ok ich bin einfach nur zeckend ich will auch mal pfei haben kein bock mich die ganze zeit zu kümmern pinsel wollte das die ganze zeit ich hab schon so viel mause gemacht jetzt schon alles vom sack du kannst aber wieder zurück ins pd gehen du kannst mich mal gepflegt am schwanz da dann wenn es einmal vor anderen passiert das wir uns hier alle gegenseitig runter machen dann mache ich euch krankenhaus ok ok vor anderen sind wir so sehr 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 Das ist unser Tuning drauf. Wie cool ist das bitte? Jetzt sag ich Fortnite und trinke Ola. Ich muss mal lauter quatschen, Pinsel. Ich muss gar nichts. Ich entscheide das. Okay. Yo, what the dog doing here? Hast du gesehen, die leuchtenden Palmen? Na klar. Ich blende. Oh, guck mal da hinten, da ist die Waschstation. Yo, coole Waschstation. Hat dich schon einer getestet? Nein. Aber der Parkplatz sieht jetzt schon geil aus für solche Dress. Taka braucht übrigens die Liste, ne? Hat er doch schon. Naja. Doch. Nicht die Liste hier für die Motoren und so. Anpassungen. Achso, ja. Ja, ja, ja. Du hast nix im Griff. Doch, doch. Du bist genau wie Pinsel. Ich mag dich auch. Komm mit Mila. Testen was. Ja, genau. Mal gucken, ob da Wasser rauskommt. Und wie findet ihr hier? Ja. Ja. Ja, schön, ne? Aber wo ist Pinsel? Hm. Das ist aber ne komische Waschanlage. Warte, ich geh mal gucken, ob da einen Knopf gibt oder so. Ach so. Ah, jetzt. Hier ist einfach der Schlauch. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich versteh, okay. Ich dachte, da kommt Wasser von oben. Das sieht ein bisschen komisch aus. Merke ich schon. Ähm, falls ihr Bock auf a race and chase habt, falls ihr die Regel nicht kennt, könnt ihr einmal kurz herkommen, dann erkläre ich euch das kurz, weil ein paar neue Gesichter dabei sind. Mul. Äh, und dann hole ich gleich auch mal meine Autos, dann können wir ein paar Racer and chase fahren, falls ihr Bock habt. Hoff ihr doch. Du bist halt den ganzen Tag sickig und frech. Bist du am Bluten oder was? Ganz wahr, Holder Mila. Doch, der ist den ganzen Tag am sicken. Oh, jetzt. Dann sagst du, da kommt die, da kommt die Broxy her und das erste was du sagst ist, boah, du hast dich im Griff. Weil sie das Ding dahin nicht getestet hat. Bah, bah, bah. Nur am Mecken. Das stimmt gar nicht, ganz wahr. Doch, nur am sicken. Ganz wahr. Mach jetzt ruhig, alle. Doch, Hatta, du warst in den ganzen Hawaii. Du bist ein Wichser zum Beispiel. Ja, unsere Reihe habe ich. Das ist überhaupt nicht wahr, oder Mila? Doch, nur Meckern. Ich vertraue nur darauf, was Mila sagt. Naja, ich habe gerade gesagt, vor anderen wollen wir, sollten wir uns nicht mehr fertig machen und das erste was du getan hast, ist Pinsel für Oxy fertig machen. Oh, was habe ich denn gesagt? Du hast gesagt, du hast nichts im Griff, so wie Pinsel. Okay. Ja. Dann kriege ich jetzt, dann kriege ich jetzt ein DP. Was? Was? Jeder darf mir einmal in die Fresse schlagen von euch. Ja, wie bitte? Ja, du. Wie haben wir das geregelt? Das ist jetzt die Bestrafung, okay? Okay. Und eine Rolle macht, kriegt ein DP. Wir müssen jetzt mal, wir müssen jetzt mal lernen zusammenzuhalten. Mir geht es überhaupt nicht gut. Genau, Zusammenhalt ist das O und A. Mir geht es überhaupt nicht gut. Wir kommen gleich zum Doktor. Oh ja. Solange, wenn wir nicht zusammenhalten, kann das hier nichts werden. Genau. Jeder kann Fehler machen, aber dann muss man zusammen einstehen und zusammen eine Lösung finden. Ja, ja. Und mit zusammen... Ja, du musst du tief. Äh, ach so, übrigens, die Hebeböden sind auch fertig, die Schränke und die Lampen. Soll ich das übernehmen? Mir ist das egal. Ja, aber bevor ich die jetzt da los schicke und dann irgendwie wieder eine Katastrophe passiert? Ja, du müsstest halt sagen, wie viele ihr braucht, ne? Ich glaube, zwei Hebeböden reichen. Okay, ja, dann bring ich die gleich vorbei. Wir sind grad im Palit und dann, äh... Ja, aber warte, die Tuner sind grad auch hier, Mr. T. Dann kannst du das doch an... Ey, wir sind da vorbeigefahren, wir haben gesehen, Pumpkins war voll. Ja, ja, der ist komplett voll, die machen Nightride heute. Ja. Sehr gut, dann kommen wir gleich da vorbei und dann bringen wir das Zeug mit. Mh, alles klar. Bis gleich. Okay, da musst du dich dann... Mach dann gar nichts alleine. Da musst du dich dann... Ähm, die Hebeböden kommen gleich noch. Ja, aber die rufen doch alle mal. Und jetzt? Ja, ja, und die Lichter und so. Ja, aber dann muss man das... Paletti kommt gleich vorbei. Ja, aber erst mal erklärend. Aber ich hab ja auch noch mal Lichter, haben wir dafür auch Schlüssel? Ja, ich kann das so... Warte, ganz viel... Was? Äh, Schlösser meine ich. Ja, ja, die Lichter haben Schlösser. Boah, ich geh kacken. Dann könnte ich von Bennys nämlich tatsächlich auch welche holen gehen. Ja, wenigst mehr, ne? Aber ihr entscheidet das. Ja, wir gucken da einfach mal ein paar Highlights aufstellen. Ja. Aber das ist echt geil geworden, oder? Ja. Die Waschanlage find ich bisschen weird, aber... Aber... Funktioniert oder das? Hm... Ne. Gucken, umarmen, Ködi. Achso. Äh, gut. Ich wollte schon fragen, ob ich mitmachen muss. Das ist ein O7-Ding. O7-Ding. Meine Fresse tut weh. O7-Ding. Ah, aber ich bin doch ne ecke Freundin. Oder nicht? Musst du Oggi fragen? Pinsel. Ja, Pinsel ist nicht da. Sag den Second Oggi. Oh. Ich rufe jetzt einen Klangmann her. Wer ist der Second Oggi? Mila. Ich bin der Second Oggi. Leitstelle des Baycare. Wie kann ich helfen? Oh, jetzt kann das. Ich brauche unbedingt Mediziner. Ich bin voll im Frühjahr. Wo... Wo brauchst du einen Mediziner? 51, 72. 52, 72? 51, 72 bitte. Ja, ja. 51, 72. Ja. Alles klar. Dankeschön. Ja, gerne. Ciao. Ja. Du hattest ja mal gar keinen Bock gehabt. Du sagst zu sein. Also zu arbeiten. Die Gäste, ne? Wenn du mal eine Woche Oggi machst so und er guckt zu und guckt sich das an, dann kannst du ihm ja Tipps geben und so. Ja, richtig. Dann ist er der Second Oggi und du bist der Haupt-Oggi. Okay. Genau. Und dann gibst du ihm nach und nach so ein paar Sachen an die Hand, weißt du? Oder? So Aufgaben, woran er wächst. Was los gehört ist? Die haben mich gerade verboxt. Ich habe einen DP bekommen. Ja. Ich habe schon über die Gang gebracht. Ja. Dann meintest du die Klappe fahren. Das ist richtig. Und jetzt habe ich mir ein Item gerufen. Das ist richtig. Und richtig. Ja, das sieht voll fett hier aus, Mann. Ja. Ja. Ich mag die Chiller-Ecke tatsächlich echt sehr gerne. Ich bin nur noch das Schild, was du reparieren wolltest. Ja. Ja. Das soll die Tune noch. Unser Leben für den Hund. Oh, 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 oh. Unser Leben für den Klo. Ahu. Ahu. Alright. Ahu. Alright. Ahu. Hallo, vielen lieben Dank für die Wisdom. 14 Monate, Bruder. Ich hoffe, dir geht es gut. Hallo, Charlie. Also Hebebühne bringen die jetzt auch noch in den Werkzeug. Ihr habt unten Lichter und noch irgendwas. Keine Ahnung. Die kommen jetzt gleich vorbei. Die sind... Ach, das Batman-Licht wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Aua, aua, aua. Das ist schon echt wild, ne? Was ist denn mit deiner Karo, Milo? Ja, und kommen die denn nicht. Das weiß ich ja nicht. Der wollte dich doch anrufen. Ich ruf den gleich nochmal an. Weißt du, was das Gute ist? Paletti ist hier gerade vorbeigefahren und hier stehen 20, 30 Leute. Äh, brauchst du mich, wenn Paletti kommt? Oder... Nö, ich kann das auch übernehmen. Aber dann gehe ich kurz zum Tätowierer. Okay. Okay. Ich muss eh auf RTW warten. Der Pinsel ist eh wieder eine Stunde weg. Okay, ruf an, wenn man es ist, ja? Yes, sir. Okay, tschüss, tschüss. Okay, bis später. Bis später. Hier drüben der RTW. An der kleinen Gruppe. Erstens! Grüßle zusammen! Grüß? War ich, oder wie? Mir wurde in die Fresse gehauen. Ja, Curtis hat einen DP bekommen. Ich hab einen DP bekommen. Sag mal, Curtis, wie stark ist es dir? Was sagst du dir so? So? Mit einer Skala von 1 bis 10? Der Schmerz? Ja. schon eine 4 und die welt schon mal auf mein gesicht treten ich hab dich erst mal wieder auf die chance ich will liegen das voll entspannt ist liegen habt ihr noch nicht mir das wunder creme die nach wie auch im becker arbeiten da müsste man ja unterbringen ja dann ich kann dann lesen ja du musst du schon fast nach unten bringen benutzten keine medikamente ich glaube das umgelassen ist doch dein krim aber das ist der andere fessel vorbei das wäre super wir können bestimmt später noch machen oder miller oder willst du nicht teilen ja super das finde ich auch super also du hast ganz schön auf den kiefer gekriegt ja ja ich drück da mal ein bisschen mal gucken was da passiert habe ich angefasst robert ist denn die quietsche ende das ist mein spielzeit kühnchen das habe ich bei mela und im bett gefunden und das riecht ganz komisch hat das unten so eine öffnung das ist nur ein quietsche entchen nur ein quietsche entchen okay ich hab schon wieder das gefühl dass ich ganz schnell los muss man der hat sich mal in aaa verständlich hunde aaa hm hm ein kiebsbändchen ah kürtis ich kann dir da jetzt nur ein kühlbäck aufhalten ich hab einen kauknochen zu hause im bett sag mal miller damit du spielzeug hast du deine leidenschaft kürtis ich drück dir das kühlbäck mal drauf ne eigentlich nicht und leibigkeit mein leidenschaft ist lsd sind wir noch nicht gut doch doch schon viel besser aber du willst einfach noch bei oben liegen oder ja ich bin oben liegen bisschen chillen bisschen abhängen und so you know what I mean hihihi dankeschön what I mean that what I'm saying hey what dankeschön ja keine Dinge denn das nächste mal immer wieder gerne wenn das passiert sagt einfach bescheid das kam also Leute viel spaß ne gell machen wir nicht so lang nimm mal ja süß da gibt es automaten Und sollen wir jetzt einen Schoko-Riegel ziehen? Okay. Boah. Kippenautomat. Boah. Boah. Iconics, vielen lieben Dank für 1000 Bills. Bei dem ruhigen, super ruhigen müde Chat heute. Dankeschön. Vielen lieben Dank für den Support. Boah. Hier gibt's echte Kippen. Boah. Ich zieh mir ne Coke. Was denn? Was steht nun an? Ja, der Mr. Tucker kommt gleich. Also die Palettis, die bringen noch die Hebebühne und so. Das machen wir kurz. Ja, Business, Business. Ja. Was hat die Pinsen schon wieder? Nix. Du bist sauer. Boah, ich will mit dem Pudding. Boah, am Cola-Automat? Ja, da gibt's Puddings. Warum setzt du dich hier hin? Komm, lass mir mal die Couch auswählen. Oh, wow. Boah. Kann ich auch noch dein Pudding haben? Ah, hol dir. Was haben wir, Pyro? Was hast du eigentlich mit Hank? Habt ihr ihn schon mal wieder gesehen? Ich noch gar nicht. Mr. Banks. Na, äh, der Justice ist da. Oh, mein Auto. Oh, das ist gut. Wir warten aber gerade noch auf den Tucker. Der kommt nämlich jetzt zu dem... Der wollte hier die Hebebühnen kurz vorbeibringen. Ah, okay. Ich bin auch bei dem öffentlichen Platz. Ja, genau da. Die Bauarbeiter waren schon da. Genau. Okay, perfekt. Alles klar. Ich ruf dann gleich durch, okay? Ja, ja. Komm einfach vorbei. Wir sind da sehr hoch. Ja, ja. Alles klar. Ich krieg ein... Alright. Bis gleich vorbei. Dankeschön. Ein Jester. Peace. So, wir können jetzt gleich dann vorbeikommen und dann können wir den Jester holen. Geil, geil, geil. Die muss... Mila, du musst die richtig sexy machen, okay? Mach ich auch. Du musst die so richtig tunermäßig sexy machen. Ich weiß genau, wo ich die möchte. Ich vertraue dir, Digga. Vertraue dir, Digga. Ja, die muss, glaube ich, da erst mal die Nacht überstehen. Ja. Sind sie so ruhig. Mit dem Pudding heute. Mit dem Löffel. Was denn für ein Pudding? Dann die Sahne? Nee, so eine Mischung. Mit braun und weiß. Pala ist ne Kuh. Die macht nicht einfach Mu. Mu. Hä? Aber der Automat hatte nur ne günstige Version davon. Weißt du, welche Pudding the best is? Hm? Aber ich glaube, den gibt's nicht mehr, den Fufu. Oder... Wer ist nun mal der andere? Der beste Joghurt ist der mit den Schokostücken im Deckel. Von Mula? Weiß nicht mehr, ob der von Mula war. Es gibt ganz viele, wo du das so reinkippen kannst. Weiß nicht mehr. Aber Himbeer ist da auch drin. Also man hat verschiedene Geschmäcke. Aber ich hab immer mit Himbeer genommen. Und dann hast du den Deckel aufgemacht. Und dann hast du erst mal den Joghurt gerührt, damit alles so rot wird. Und dann die Stöße rein. Und das war so lecker. Ich mag Milchreis. Es gibt Fufu wieder, Alter. Und diesen Monte-Dings. Aber nur Monte, das ganz große. Weil die Kleinen regen mich auf. Das ist nur ein Löffel und ganz the whack. Ich bin verfressen, Alter. Ich heiße Maxi. Dankeschön. Was? Maxi-Monte, ne? Es gibt doch so einen Halm. Ja, was? Der, den, wo ich meinte, der ist aber von Milbona. Mit Bohnen? Milbona heißt das. Ach, kann ich schon sagen. Du isst doch kein Pudding mit Bohnen, Alter. Ich glaub, Milbona war das. Und da sind dann so Schoko-Stückchen drin. Pinsel, das Ding ist leer. Ja. Steck doch deine Zunge noch rein. Okay. Okay. Ja. Das ist so ein Ekeliger. Backschmeich weg. Pech. Ich würde ihn jetzt sagen, so ein Chat. Ja. Okay, dann warten wir jetzt auf Herr Tucker. Dann holen wir mein Auto. Ja, machen wir das Hot AI. Ich sag doch, und dann ist schon wieder 12 Uhr. So viel Business. Und morgen hat der Apache seinen Anwalt-Dings. Und dann ist er vielleicht der richtige Anwalt, wenn er es schafft. Oh, boy, oh, boy. Yo, yo. Help, yeah. Aber darf er ja eh nichts Kriminelles machen? Hä? Ja, gehen wir einbrechen oder so? Ja. Der Pinsel hat doch gesagt, wir machen alles. Okay. Ja, richtig. Das ist doch alles mal. Wenn du in den Fällen landest, dann ruft ihr mich. Genau, dann ruf mir Apache. Warte mal, das heißt, du bist bei Nima irgendwas dabei? Doch. Weißt du was? Wir können den Apache mitnehmen. Und er kann sagen, jetzt ist unser Anwalt dabei. Und er wollte uns davon abhalten, dass wir das machen. Und kann sich immer rausreden. Das klingt doch, aber das funktioniert nicht. Das haben wir so gemacht, immer als Mediziner. Nein. Und wir wurden nie verhaftet. Angenommen, du müsstest auf jemanden schießen, würdest du das machen? Ja, aber dann verliert er die Lizenz. Immer. Vorrangige Voraussetzungen für einen Gang. Penzel, du weißt schon, dass die Mafia selbst Anwalt hatte, ne? Ja. Nee. Das weiß ich. Du weißt doch, Penzel, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Du, bring mir noch Sachen bei. Na, wie definierst du denn O7? Bei dem Straßengang kannst du doch nicht sein. Nee, weißt du mir... Zumindest nicht einer aus irgendeinem Turf. Weiß nicht. Wir sind... Wir haben nicht mal eine Hood. Verbrecher sind die Karte. Wir machen alles. Wir haben nicht mal eine Hood. Dann besorgen wir uns eine Hood. Ja doch, wir wollten noch nach Sandyshaw singen. Bei Popcorn in der Nähe. Und ich muss Pieper anrufen. Ich frage den nur, ob er meine Gang kommt. Ja, frag den doch. Wir können doch fusionieren mit denen. Frag, ob die einen Patchover machen wollen. Die zwei Member können wir euch übernehmen, oder? Ja. Aber ich mag Bebe. Frag doch, ob wir Patchover machen sollen. Was ist denn? Dann nennen die sich nicht mehr Bricks MC, sondern O7 MC. Und wir sind aus dem Verbrecher-Syndikat. Okay. Das klingt so Begeisterung, ne? Das wird super. Das ist doch scheiß her, wie das heißt. Aber ich erreiche Beben. Ich hasse Warten, muss der Taka. Mann, ich hasse Warten auch. Ich verliber nicht. Mann, wir alle hassen Warten. Sönden. Oh Gott. Wartest du die küssen, Penner? Schlag dich zusammen. Nein. Pass auf, meine Keine. Was ist mit dem Kaiser? Wir kommen morgen erst raus. Ja, der kommt jetzt morgen. Macht der Computer? Ich weiß denn, was der macht. Finden Sie, wir brauchen irgendeine Beschäftigung. Wir brauchen Business. Wir brauchen irgendwas, womit wir uns beschäftigen können. Ja, dann lass doch mal die Köpfe zusammenstecken. Sag mal, was ist. Ja, was ist mit Codys Burger? Warum Cody? Weiß auch nicht. Wir brauchen auf jeden Fall, womit wir uns beschäftigen können. Weißt du, Sandro, Taxi, Taxi. Wir brauchen irgendwas. Wir müssen irgendwas von A nach B. Business, Mann. Wir brauchen Business, Pensel. Was egal ist oder egal? Scheißegal. Scheißegal. Hm, dann muss ich nur sagen. Ja, egal. Wir können einen Burgerladen aufmachen. Was können wir denn in Los Andes noch machen, was Geld abwirft? Und wo wir dann, wenn es legal ist, auch illegale Sachen machen können. Burgerladen. Jo, willst du Burger braten? Nee, absolut nicht. Wo ist Kebab? Micha, morgen hier. Wo heißt nicht, Micha, morgen. Micha, Krisch. Jo, ey, im MK am Stüssel. Wir müssen überlegen. Das ist mal eine gute Aufgabe. Jeder überlegt mir heute Nacht, die nächsten Tage, was wir machen können. Am besten passt, wo wir viele Informationen bekommen. Ach, scheiße, wir sind Ärzte, ne? Wir haben eigentlich schon was zu tun. Ja, deswegen. Jo. Wir sind alle bei den Ärzten eingestellt. Ja, aber bringt uns ja auch nichts, wenn wir da nicht arbeiten. Wir kriegen ja auch kein Geld. Darf ich denn nie arbeiten? Wir brauchen irgendwas, das Geld abwirft. Weißt du, die Mafia hat immer Pizzeria. Vor allem immer. Die Rockhaar, die Rockhaar meistens Internet-Cafés. Was ist denn mit einem Parn-Shop? Was ist denn? Na, das ist so ein Shop, wo Leute hinkommen und geklaute Sachen verkaufen. Ja, würde ich machen. Ja, warum nicht? Aber ich habe kein Geld zum Abgeben. Ja, stimmt auch. Das heißt, die geben uns was? So, du meinst so ein Allrounder. Und wir können das woanders krasse verticken. Jemand verkauft uns irgendwas, egal was. Hallo, Uniklinik. Wir kaufen alles an. Was geht? Wir kaufen uns teurer, oder wie? Ja, aber... Der Jörg von Taxi-Taxi hat eine gute Idee. CBD-Gras. Lass uns doch eine Tankstelle öffnen. Wir brauchen irgendwas, wo wir Infos beziehen. Shisha-Kaffee. Komm in Shisha-Bar. Jo, wir sind von der O7. Wenn du was klären willst, komm ins Café. Wir können ja sagen, eine Shisha, 10 Dollar. Aber es gibt doch schon eine Shisha-Ball, die Hucke-Lunch. Ja, aber ich meine, wir müssen mehr machen. Von der Hooker kriechen doch nie was mit. 200 Dollar für eine Shisha und für 250 dürfen sie dann noch an die Baystation. Weißt du, was ich gedacht hätte? Dass wir im Norden, ne? In Shisha und so, Grape-Seed-Nähe. Dass wir da Land kaufen. Ja? Und dann pflanzen wir da was an. Ja, pflanzen... Ja? Wie, du hast jetzt Zeit, wofür? Habe ich schon, habe ich schon... Ich habe das Tor aufgebrochen. Hatscha-Lady, ich habe die Karre wieder. Bis dann, danke, Pavel. Nein. Wann kommen die dann? Ich weiß nicht. Nö, ist keine Akte offen für mich. Aber ich werde dem Taxityp auf die Fresse geben. Bis dann. Wir müssen dem Taxi-Mann auf die Fresse hauen. Was wegen, weil du gesagt hast, du bist dumm? Nee. Ähm, kurze Frage. Ich hatte heute eine Auseinandersetzung mit einem Mitarbeiter beim Taxi. Ja. Einfach warten, Elfie, heute, Alter. Oh, 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 oh. Und ich habe Hunger. Frag mal, wer von mir heute umgekloppt wurde. Ihr süßen Menschen, geht's euch gut? Ihr seid alle so müde, ne? Ich weiß, und dann war es ziemlich heiß. Hier kommt Herr Potter, Alter. Und er ist ziemlich respektlos. Und Bust-Charger, danke schön für die Weaselung 6. Habst du einfach einen Durchfunk und Fragen? Wann fangen die jetzt da rein? Wo weiß ich noch nicht? Mal gucken, wann ich den Key geschickt bekomme. Oh, geil. Und dann runterladen und dann können wir eigentlich schon starten. Das geht ab, kein. Ich habe keine Angst. Ich haue euch allen auf die Fresse, ihr Wichser. Hat gesagt, schnell vorbei, komm, wir quatschen rüber. Ja, willst du eher der Aggressive sein, oder willst du eher der sein, der Business macht? Wieso? Ich mache beides. Ein Allrounder. Das ist wie ein Fußball. Ich kann es mir in die Abwehr stellen oder in den Sturm. Oder ich laufe den rechten Flügeland. Also wir könnten Land bestellen und dann könnten wir zum Beispiel, wo heißt nicht, Tomaten anpflanzen. Und dann können wir Arbeiter dahin holen. Die dürfen auf unserem Feld arbeiten. Und dann können die das verarbeiten gehen, zum Tomatenmark. Und dann exportieren wir das aus dem Sand. Hast du aber Tomaten gehört? Oh, dann nehmen wir Radieschen oder Obergine. Wie? Äpfel. Äpfel sind... Was? Ich habe Allergie. Du hast eine Allergie gegen Äpfel? Ja, weil ich habe Allergie... Aber dann kannst du gar keinen Appelkuchen essen. Das stimmt. Ich habe Allergie gegen Bäume. Was ist mit Erdbeeren? Bleh. Keine Befällt. Bleh. Das ist so oldschool. Irgendwas für die Wirtschaft. Aber deswegen gibt es auch keine Infos, ne? Was mit Kokosnüssen? Ich hasse Kokosnüssen. Kokosnüssen in Los Andes. Ja? Was steht hier neben uns? Eine Palme. Oh. Und? Siehst du in irgendeiner Palme, die rumsteht, Kokosnüsse? Ja. Ganz versteckt oben in dem Dorf. Dann hol dir doch mal einen langen Stock und hau da rumgegen. Irgendwas cooles für die Wirtschaft, Pencil. Irgendwas cooles. Und dann kriegen die von uns so ein Dings, eine Erlaubnis, dass die darauf arbeiten dürfen. Ich finde das, glaube ich, cool, wenn wir alle da ankaufen und teurer verkaufen. Ja, aber dafür braucht es mit Dingen. Kokosnüssen-Plantage aufmachen. Was brauchst du dafür? Irgendwie so ein bisschen langkaufen im Norden. Ja, bei uns verkauft jemand die Trächer. Verkaufen wir weiter. Ja, aber die Trächer waren damals schon nichts wert. Ja, dann... Egal. Die verkaufen irgendwas an uns. Wir verkaufen einen teurer. Kaufen alle an. Können wir nicht einfach Autoteile-Bataillern aufs Clown und dann... Pencil, Pencil, Pencil. Pencil. Ich habe eine Idee. Aber das wäre schon... Ruf mal den Herrn Mull an, ja? Ja? Hast du die Nummer? Boah, ich glaube... Ich will mal was testen. Oh Gott. Wenn das funktioniert, dass es einem pfeifelt. Soll ich die Nummer geben? Ich glaube, musst du. 2-4, 2-4. Und sag dem, du hast ein Penumbra. Und wie viel er dir dafür geben würde. Frag einfach mal. Also so ein Breitbau-Penumbra. Ich rufe jetzt den Herr Takenummern. Wollte ich Katze ab? Ja. Halt schön in Besitz. Okay. Ja, bitte? Ja, hier ist die Nervensäge. Ich wollte fragen, ob wir noch hier warten sollen. Äh, ja, ja. Wir sind gerade noch in Palito. Wir laden gerade den Wagen voll. Im Lager. Wir kommen jetzt. Zehn Minuten sind wir da spätestens. Alles klar. Bis gleich. Bis gleich. Hoi. Hallo Wolverine. Und ja, ich rede auf normale Mapy. Ich würde sagen, dass wir den Zoo aufmachen, aber die Dachdecker-Ding ist auch gut. Oh boy, oh boy. Also was haben wir gerade gequatscht? Dachdecker. Dachdecker. Ich würde einen Zoo aufmachen und Mina würde einen Dachdecker-Ding. Einen Zoo? Ja, warum nicht, Mann? Was ist denn ein Job, wo man Geld verdient? Am besten irgendwas, was man im Staat tun hat. Wo der Staat quasi einen für bezahlt. Und wo man dann Informationen drankommt. Außer Mediziner. Und Polizei. Und die Partnerin und Justiz. Ja, Staatsanwaltschaft. Wir sind echt richtig dumme Verbrecher. Ja. Komm, vielen Dankeschön für Luis am 40. Monat. Ich würde einfach... Ey, Globen würde auch nicht an einen Tag erweitern. Ja, da hast du recht, Mina. Ich würde einfach alles machen, was Geld bringt. Mir scheißegal was. Ja, aber Pinsel, mit Informationen verdienen wir richtig viel Geld. Dann können wir uns ins Big Game einmischen, weißt du? Hm. Wo willst du überhaupt hin mit auszulfen? Willst du irgendwann mal richtig stinkereich sein? Oder willst du Einfluss haben? Auf der Straße? Oder willst du... Also momentan habe ich eigentlich nur ein Ziel. Ja, hier weg. Auch, aber eher... Schuldenfrei. Ich brauche Geld und ich habe keinen Bock mehr drauf, dass wir alle denken, ich wäre Polizist. Ja, Pinsel, dann musst du was Krasses machen. Ich weiß nicht, wenn wir alle ITler werden. Ja, im Coding Keller. Ja, und dann können wir einfach an den PCs von den Polen und sowas alles und kriegen so unsere Infos. Pinsel, da musst du was richtig Krasses aufziehen, eine richtig krasse Nummer machen. Ja, da musst du eine richtig krasse Nummer machen. Was denn? Am besten, ja, du könntest hingehen zu dem 44, wo wir gerade waren und zu denen sagen, jo, passt auf, ich mache alles für Geld. Gib mir 2000 Dollar, ich schlage jeden zusammen, ich knalle jeden ab. Solche Sachen, weißt du? Wir könnten zum Unicorn fahren, dann könntest du fragen, ob du da die Tür machen kannst. Ach, das schaue ich nicht. Doch, du musst nicht boxen, du musst, du musst irgendwas machen. Den Respekt gibt dir keiner so, Pindel. Ich kann aber nicht an der Tür stehen. Du musst doch nur aufpassen. Solche Sachen musst du machen. An der Tür stehen, vier Stunden am Arschküldes. Irgendwas Illegales. An dir haben wir laute Fahrräder. Du musst was Kasses machen. Irgendwas, was dich rumspricht, wo die Leute sagen, jo, pinsel der kranke Motherfucker. Ja, und den Lost verprügeln oder so. Können alle nicht fahren, siehst du das? Der nimmt den Strom was mit. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Braucht man so einen Oggi Crashkurs? Jo, Mila, leg los. Wir könnten die Bank überfallen. Ja, Mann, die Stabsbank. Wir verkleiden uns schon alle als Schaffen. Das war Roy's Idee, man. Der wollte immer die große Stabsbank überfallen. Aber dafür brauchst du Geiseln, dafür brauchst du Leute, dafür brauchst du Waffen, dafür brauchst du einen Fluchtweg, dafür brauchst du einen guten Verhandlungspartner. Wir könnten uns hier als, wie nennt man das denn, Mann, die sich um Insekten kümmern und so, ungeziehbar. Was für Sekten? Ja, wir können ja sowas machen wie, wir können ja Ratten aussetzen in der Staatsbank, weißt du? Und sagen, das kann man Männer ausgeben. Und dann? Dann gehen wir da rein und knacken nebenbei die Bank auf. Ach so, jo, klar, die lassen die Apache, Alter, und du? Ich trau das dem Kopf hinzu, ja? Da können wir lieber einen Tunnel graben. Jo, ihr habt Kakerlagen neu im Safe, lasst uns da mal rein. Finde ich meine Idee als Satila besser, dann machen wir uns die selber auch. Ich hab letztens beim PD gesagt, dass der ein Sensor an der Tür kaputt ist und ich muss ihn reparieren, dann war ich da drinnen. Der hätte mich zwar zur Wartenkammer gelassen. Ins PD komme ich ohne Probleme, weil die denken, ich arbeite noch dort, die Idioten. Wir kommen so oder so ins PD, weil wir nämlich vom Baker sind. Wir haben da eine Zweigstelle. Wir müssten mit dem Lügen mal quatschen, ob der uns nicht, wenn die irgendwie diese Drogenfunde haben, der uns die nicht verkauft, will ich. Das ist eh ein kriminelles Schwein. Außerdem hat der keinen Bock mehr auf seinen Job. Ich weiß nicht, Drogenhandel in Los Angeles ist ein bisschen schwierig. Hast du ja gerade gehört. Jo, hab die Kodein, jo, komm, ne Stunde wieder. Kannst du voll in den Tonnen treten? Autos knacken. Boah, was ist mit einem... Ja, aber das gibt auch kein... Aber nur ein Job-Job. Weißt du, was ein Job-Job ist? Andere klauen Autos. Wir kaufen die Autos an. Wir schlachten die aus und verkaufen die Teile. Aber dann brauchen wir das Stahlguthaben. Ja, das haben wir. Das war ein cooles... Das war ein cooles... Ja, dann sind sie alle eingepaft. Dann ist die ganze Stadt leer. Das ist nicht leicht, ein Krimineller zu sein. Ich sag, wie es ist. Weißt du, ich hab ne gute Idee, Pencil. Was heißt ne gute? Das hab ich schon länger mal vorgehabt. Was ist, wenn wir auf WeNet, ne? So Spam-Mails verschicken. Zum Beispiel, jo, ich hab 300.000 auf meinem Konto. Ich muss aber das Department of Justice 10.000 bezahlen. Damit ich da drankomme, weil das ist ein Geschäftskonto. Und wenn du mir die 10.000 vorstreckst auf die Kundenummer, dann geb ich dir 100.000 zurück. Weißt du, so Spam-Mails an jeden verschicken, der WeNet ist. Ja, oder wir gründen so ein Hackernetzwerk, Mann. Und dann? Ich weiß sonst noch einen anderen Weg, um Reich zu werden, Pencil. Was denn? Aber dafür landest du auf jeden Fall im Knast. Okay, sag nur was. Ja, du könntest einfach vom Belker das Firmenkonto plündern. Da sind ein paar Millionen drauf. Und dann könntest du dich aus dem Staub machen. Boah, jetzt hab ich Zweifel nach. Komm. Ich hab mit dem Prinzen, hab ich Geld überwiesen. Ne, mach das nicht. Mann. Guten Abend. Guten Abend. Nur die Lampen. Bitte? Und sind die Füße eingeschlafen ein bisschen. Ah, okay. Aber sieht schick aus. Gott, was, ne? Fehlt da noch ein bisschen was, ne? Aber so. Das heißt, die ganzen Lampen Morales, den Werkzeugschrank und die Hebebühne. Gut, Werkzeugschrank. So. Tano Morales übrigens. Na, alles gut? Schon wieder gestresst, ne, alle hier? Nein, ich guck gerade nur die Lieferscheinliste nach. Heute schlimm? Heute ist schlimm. Heute ist wirklich schlimm. Das sagst du jeden Tag, Engel. Ja, der Pinsel sucht noch einen Job. Wenn die Laufbusche braucht. Was heißt denn, sagst du jeden Tag? Wann sehen wir uns denn? Einmal im Monat, Junge. Ja, aber immer, immer wenn wir uns sehen, sagst du das. Ja. Oder heißt das Sie? Bitte mich nicht vollquatsch, deswegen. Die Lampen holt gleich raus. Pinsel, das tut nur Spaß. Heute sind sie alle am Jamm rum, Sern. Göttes auch. Nee, ich zang nicht rum. So, Lampen hole ich gerade schon raus. Okay. So, Körte. Sag mal an, wo wollt ihr die Hebebühne denn haben hier? Stell die doch einfach irgendwo mal ab. Irgendwo mal ab, stell die doch mal. Ja, 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 ja. Ja, das ist... Können wir was helfen? Nee, nee. Wollt schon sagen. Der Morales ist auf Testo, der kriegt die ganze Hebebühne. Guckst du an. Das ist ein Bausatz. Das ist ein Bausatz. Das ist ein Bausatz. Das sind drei Stangen, Alu. Genau. So, dann wollen wir mal. Ja. Oh Gott, ich auch. Schön. Damit kannst du doch auch super viel Geld verdienen. Ja. So. Ähm. Oh, das ist ja Wileko. Verankerst du die auch direkt? Soll ich die verankern oder willst du die verankern? Nee, ich würde das sonst machen. Dann mach du das mal. Aber ich würde die da hinten hinstellen. Wohin denn? Sag mir mal. Wo willst du die hinstellen? Ja, komm, wir tragen die einfach. Hab ich die doch gerade gefragt. Entschuldigung, Herr Morales. Mann, Mann, Mann. Mann, ey. Zack. So, dann komm, dann lass uns die mal dran. Hat die Roxy bei dir einen Breinbau bestellt? Nein, hat sie nicht. Nee, hat keiner bestellt. Also ihr braucht einen Pinnumerer-Beitbau, ja? Rechts, rechts, Herr Morales, rechts. Okay. Oh, guck mal, Mila, pack Daumen, halt dann. Mila, einfach Augi, Alter. Und dann links da hinten. Einfach nochmal anrufen, ja? Einfach. Direkt ja an der Straße willst du es hinhaben. Ja, ja. Pinsel, ne? Ich könnte ja noch verschämen. Ich schaue da nur den Dings, den Bolzen im Boden. Mhm, warte mal. So, Moment. Mann, hier müssen wir mehr freimachen. Wieso? Ja, ihr solltet auch mal ein bisschen was von eurem Leben haben. Ach, wir haben genug von unserem Leben, du. So, komm, dann setz die mal ab hier. Jawohl. So. Ja, hier sollt's passen, ne? Ja. So, komm mal. Dann hast du die drei Flügelschrauben da und dann kannst du die gleich festmachen. Ja, hast du deinen Dings nicht bei? Mein Akkuschrauber? Ja, ja. Ja, warte, warte. Ja, ja, ja. Bin ich halt fest. Den Werkzeugstein, hast du auch Morales? Ja, ja, Moment. Wir schrauben die beiden. Alles gut, alles gut. Ja, ja. Ja, sauber, halt, Morales. Packer, ihr müsst euch manchmal mehr freinehmen. Ja, ja. Ihr müsst echt mal mehr frei haben. So, gut. Andere Seite. Jawohl. Die sitzt aber nicht schön hier, ne? Ja, das... Bist du da nochmal anpassen dann, ne? Könnt ihr noch mit ein paar Mann zur Seite schieben. Machen wir. Gut. Wir haben die jetzt mal nur gefixiert, ne? Wir wollen nicht auch nicht lang aufhalten. Die ganzen Leuchtafröhren in der Innentasche. Okay. Deswegen ist sie auch so krumm wie ein Flitzbogen. Ja, die kann man auseinanderziehen. Ein bisschen Buckel. Oh. Ja, die verschieben wir nochmal. Ja. Hauptsache, steht erstmal der Bums. Okay. So, dann lass uns mal gucken, wo wir die... Warte mal. Die stiefel schiehe ich dir auch nochmal eben hier. In den 8x3 Morales. Großartig. Das fändert mich ein bisschen an. Du sollst mich stören, wenn ich mein Zimmer sauge. Kennt ihr das? Nee. So, hier auch noch. Hier. Brauche ich... Gut. Nicht zu fest. Nicht zu fest, Pinsel. Okay. Na, fest kommt ab. Können die da anwerfen? So, warte, ich hole jetzt nochmal die Werkzeugbänke. Moment. Ja, lass, die können wir... Das ist der Rollcontainer. Die können wir neben das Auto stellen. Können die es ja dann selber hier hinpacken. Machen wir ja. Ja. Ja, dann machen wir das gleich. Was denn, Mina? Sag schnell. Pass auf. Was, wenn wir... Was, wenn wir eine Halle besorgen? Eine Halle? Dann machen wir ein paar Wände hin und sowas. Zack, 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 einfach ganz schnell. Dann fragen wir, ob die Polizisten mit uns so kooperieren. Dann machen wir eine Taser-Tag-Halle. Jo, eine Taser... Oh Gott. Komm, alle zu uns, alle Gangs wollen Aiming-Shooting lernen und dann können wir mit denen reden. Das ist eine Idee. Und so ein bisschen... Mida, du bist ein Genie. Mann, ich geh kurz den geholt. Soll ich den einfach rausnehmen? Oder wollt ihr dahin fahren? Was war denn die Lärmste springen? Er sagte gerade, er hätte dir den Karton dahin gestellt. Ach so, jo. Steht da vorne, wo das Auto im Stand, da steht er. Nein, da bist du ja mehr frei. Und vielen Dank. Dankeschön. Bis dann, ciao. Bye-bye. Ich erstell die kurz herhören. Verstehe. Die tut mir richtig leid, Alter. Wir sind den ganzen Tag nur auf Zack. Ich stelle die jetzt erstmal hier hin, Alter. Was machst du, Pinsel? Wir sind ein Werker. Was machst du, Pinsel? Ich stelle die erstmal ab, dass man sieht, welche Farben die es gibt. Das ist egal, gib mir die einfach. Das mach ich ganz in Ruhe. Oder die anderen machen das. Meinst du, die klauen nicht irgendwelche Wichser? Na klar. Ja, klar. Warte, ich komme mir was. Du dich mir nicht geklaut. Das sind Wohlstoffröhren. Die will jeder. Nur mit dem Unterschied, dass die ein Schloss haben. Wirklich? Und von Wohl die Dinge nicht. Stell mal hin. Kannst du mich klauen? Nee. Das ist ein Boden verankert. Aber du könntest. Na klar. Weißt du, was der Wohl dafür bekommen hat? 2000 Dollar pro Lampe. Okay. Und jetzt gibt es Mila's Kaul. Wie viele brauchst du denn jetzt noch? Na, alle Lampen. Aber ich hatte auch noch welche. Welche hattest du? Wann von jedem 10? Okay, warte, ich guck. Im Karton. Ich hab 10 gelbe, 10 lila, 2 rote. Dann sitzt die mich nicht auf den Tisch. 10 rote. Wie viel Bauch? Und gar keine blauen. Ja, 10 blaue sind im Karton. Ja, das war's. Okay. Okay. Ja, dann let's go. Ab nach Bord. Boah, das macht man mit der Laser-Tickhalle. Ja, das find ich cool. Da brauchen wir aber Taser, ne? Ja, entweder wir fahren die Polizei oder wir fahren. Die Cops werden uns keine geben, Mila. Dann Paletti. Hey, ich wurde vor. So, willst du fahren? Die müssen die Taser wieder zurückgeben. Willst du fahren? Schon gut. Du kannst auch fahren. Komm. Jetzt sitz ich schon. Ja, und? Nee, ich sitz jetzt. Ja, okay. Jo, das ist ne gute Idee. Ja, dann haben wir so einen Eingang und dann vorne steht da nochmal einer und der gibt die raus und kontrolliert dann auch, dass nichts mit rausgenommen wird. Ja, vielleicht können uns die Stadt uns dafür auch so einen Azubi stellen, weißt du? Ja. Hi, Dr. Chuck. Dr. Sra. Antai. Nö, wir wollten nur quatschen. Wollten nur mit ihnen abhängen, wir würden sie cool finden, Dr. Chuck. Das freut mich. Mila ist auch ein bisschen verliebt in sie. Nein, Dori. Ach, Dori meint, Dori. Mila, Schwester. Da. Jetzt werde ich nervös. Wenn Sie wollen, kommen Sie gleich nach Bernice. Mila holt sich eine neue Karre und die Türen wir gleich. Komm ich vorbei und sag Hallo. Bis gleich. Okay, ja, wir sind aber erst in zehn Minuten ungefähr da. Okay, ja, dann verschieben wir das auch morgen oder so. Gehen Sie schon schlafen? Ja, ich denke, es ist bald Zeit für mich. Okay, dann gute Nacht, Dr. Chuck. Gute Nacht und grüß mir deinen Gang. Marich, ist nicht meines Pinsel-Gang. Das verwechseln super viele Menschen. Verzeihung. Alle. Natürlich. Marich, Dr. Chuck, marich. Baba. Baba. Ich soll euch grüßen. Grüße. Ja, wir grüße zurück. Aber wir müssen bury. Ja, Pinsel, auf der Straße hast du nichts zu melden. Aber nicht der King. Ja, aber wir müssen auch abgehen, dass Pinsel der Oggi ist. Nee, also eigentlich ist Mila der King, ja. Nee, Pinsel. Wenn du mal die Füße stellkürtest. Pinsel ist der Oggi. Aber Pinsel muss seinen Ruf, der braucht seinen Ruf. Ja. Pinsel muss was krasses machen. Pinsel muss was richtig krasses machen. Dann sag mir, was ich mache alles, wirklich. Jo, bestell einfach 100 Kodin und zieh den ab. Überfall Leute. Du musst Leute überfallen müssen. Dafür musst du erst mal Geld haben, sagt er. Du sollst den Rippen, Mann. Du sollst ihn abziehen. Du musst Hände knallen, Mann. Du musst dir was krasses einfallen lassen. Wir helfen dir. Wir sind deine Kakerlaten. Für den Staatsanwalt oder so. Und dann? Jo, dann. Dann feckst du den. Prügel den. Gott, aber ich will. Schieß ihm in die Knie. Aber wir müssen sowieso umschreiben wieder. Ist kein Lende, Bobby kann das hier machen. Ach, guck mal da. Die Loser Gang. Sag das mal ein bisschen lauter. Ich hoffe, kein Problem. Ich rufe den Bobby an. Guck mal, die haben keine Zeit. Die müssen noch ein bisschen am Automaten zocken. Deswegen können sie uns das Klinik. Wirst du gerade bei Tainats? Äh, ja. Wir können uns noch bei der Zulassung treffen erstmal. Das ist gegenüber von den Projects, ne? Äh, Bahama Mama ist da. Ne, das ist nicht mehr. Das gibt's nicht mehr. Doch, 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 doch. Der Müller meinte vorhin, das gibt's nicht mehr. Äh, doch, doch. Der hat keine Ahnung mehr. Ja, aber Projects ist doch näher, wenn du auch bei Tainats bist. Äh, Projects. So, das ist da was. Das ist bei... Ach, hier bei der Shopper. 4.003 war das, oder nicht? Genau, 4.003 war das. Okay, 4.003. Da stehen so graue Autos. Ja, ja, okay. Ja, okay, dann kommen wir da hin. Alles klar. Bis gleich. Komm, wir gehen direkt zum Überschreiben. Hallo. Hätte ich auch vorher anrufen können. Was heißt so, Patsche? Weißt du, was das Ding ist, Pinseln? Hä? Was ist denn mit der Karnung schon mal hin los? Du brauchst ja große Fresse, wenn du alleine bist. Ich hab immer große Fresse, Güls. Immer. Also wirklich immer. Ich hab immer große Fresse. Wir müssen uns irgendwas einfallen lassen für dich. Ja. Du brauchst du am besten, was ist, wenn wir nach Weasley News gehen und die sollen Artikel über dich schreiben? Wir bezahlen die dafür, dass du der krasste Motherfucker bist. Ja, und dann geben wir denen kein Geld. Geld gibt's ja erst für den Artikel raus. Ja, aber dann machen die den Artikel nicht online, Pinseln. Oh Gott, Pinseln. Oder wir nehmen Weasley News als Geisel und lassen die den Artikel schreiben. Nee, keine Geiseln haben. Nein, nein, nein. Wenn Apache seine Anwaltskanzlei morgen bekommt, dann sagen wir Weasley News, dass Pin... ...dass die schreiben soll, dass Pinsel den entführt hat. Ja, genau! Der der Anwalt entführt? That's crazy shit, man! Ja, von mir aus, ich bin down. Die können ja auch einen Artikel über Pinsel schreiben vom Kopf zum obersten Gangster oder so. Fuck, ich hab falsche Aussagen genommen. Das geht ab, Cooper. Das geht ab, Cooper. Klop, 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 dankeschön für die Weasley, den 47. Monat. Ja, vom schwarzen Turm in die Hood. Genau. Okay. Von Mauro... Mauro, wie hieß der Nummer? Saruman, Streitkräften zum Hobbit. Oh, ich geh kacken. Bye. Mila, du nimmst Karin, ging ich zahl, ne? Ja. So. Hier ist das gute Stück. Nur mal ein Schild machen wir beim Tacker, ne? Ja, ja. Morgen, wenn wir mir Dings holen. Genau. Also Mila, nimm die Karin, ging ich zahl. Okay. Oh, hey, Bobby, was geht? Na, was geht, Apache? Meine Bankkarte glüht heute. Hätt's meinen mal sehen müssen, ne? Ich hab über eine Million ausgegeben heute. Jo, das ist ja nix für dich. Naja. Komm schon, Bobby, du hast Geld stecken, ich weiß das. Komm, deine Taschen sind voll. So. Was hatten wir gesagt? Hier. Ich glaube, wir hatten 70.000 gesagt. Oder waren es 75? Ja, ja. Ich bin mir nicht mehr so sicher. So, ich geb dir nochmal einen Rabatt. Nochmal einen? Wobei, 130. Boah. Bobby, du bist der Beste. Ich weiß. Mila, zwink halt ihm zu, schnell. Ach ne, der ist vergeben, scheiße. Naja, Komplimente nimmt man ja trotzdem gerne an. Mila, mach ihm Komplimente, steht da drauf. So. Ich hab schöne Nackenhaare oder so. Hey. Okay. Ich geb's auch gern zu, ne? Du musst da hin. Du bist halt der schönste Mann der Stadt. Achso, ja. Da hat ich anderes gegen sagen. Wir haben echt schöne Nackenhaare. Ja, danke, danke. Und so, die sind schon gut gebaut auch, ne? Also, du hast bestimmt so ein richtiger Muskelman unter diesem... Und dann sie macht sich tausend, aber noch 1,87, Alter. Freut mich, dass man's sieht, ne? Man träniert ja immer umsonst. Mila hat ihn an seinem Pferdeschwanz. Ja, toller Pferdeschwanz. Und die Kniekehren sind immer richtig gebogen im Gang. Das ist einfach so ein Boss-Walk, wenn die Kniekehren sich nicht zu weit beugen. Also, der Winkle muss perfekt sind. Das haben sie voll drauf. Ja, das spiegelt sich halt auch wieder in dem Gang, ne? Also, wenn man läuft, ne? Dann macht sich das bemerkbar. Ja, aber der Barry ist so ein Alpha, der fährt Alpha Romeo. Das ist einfach ein Predator. Einfach ein Predator, ne? Ne, Predator nicht, das ist nicht gut. Oh, dankeschön. Das ist ein Taschengeld, ne? Oh. Ja, ja. Hey, warte mal, das ist meine Frau. Wie jetzt? Gib mir die Kohle, sonst klatscht es. Das ist so ein Fifty-Fifty-Ding. Ruf gleich zurück. Hallo? Ich ruf gleich zurück. Weißt du, warum kriegen alle Geld von Bobby außer mir? Na ja, du hast meine Frau angefangen. Alter, wirklich? Ja. Bitch. Das merkt er gar nicht bei seiner Haarpracht. Ah. Die Leg. Direkt, ja. Dankeschön, Mr. Banks. Dankeschön. Wie komme ich jetzt wieder zu Diana? Also einer muss mich mitnehmen. Ich fahr dich. Ja, ja. Ganz klare Sache. Auf jeden Fall im Cinque Mila, ne? Cinque Mila. Ja, und dem Mämmel. Warte mal, wo ist ein Pinsel? Ach ja, oh, das ist go-good. Gucken wir mal, ob das alles passt mit den Schüsseln. Sehr geil. Noch vorbeikommen für Tuning, ne? Das ist im Preis inbegriffen. Ach so, den können wir bei dir tun. Ja, ja. For free. Die Frage ist jetzt nur, wo ist Pinsel? Du kannst auch zu Bennys gehen, ne? Das ist kein Problem, aber das zahlst du dann wahrscheinlich. Ihr habt so richtigen Dings ab dir, ne? Beef oder sowas, ne? Ich mit Bennys, nö. Null. Du musst nur kurz ein, zwei Minuten auf Pinsel warten. Kein Problem. Also von meiner Seite aus null Beef, ne? Das hört sich immer so an. Ach, Quatsch. Weißt du, man macht so ein paar, wie nennt man das? So ein paar Scherze, aber... Keine Probleme mit denen. Mählen anrufen? Ja? Hast du mitbekommen, was Mr. Banks gesagt hat, wegen Tuning? Ja. Das ist ein Preis inbegriffen. Bin schon auf dem Weg dahin. Ja, okay, wir nehmen kurz Pinsel nur mit. Wir kommen jetzt auf. Okay. Bis gleich. Warum bist du denn so traurig, Pinsel? Hä? Du guckst so traurig. Ach, was hat König jetzt wieder gelabert? Naja, deine Freundin hat Schluss gemacht. Was? Ja, der Pinsel versucht momentan seine Vergangenheit irgendwie wegzurutschen. Mr. Rubis, ich bin vorbestraft als Polizist, aber ich will das. Ja, das ist schon... Ja, zu Recht, ich zu einem bin, das interessiert dich nicht. Ich habe heute vor den Cops... ähm... vor den Cops einen Taxifahrer oben geklatscht, wenn wir auf den Sack gingen. Und die haben mit meinem Alter aufgemacht. Hm. Ja, der war frech. Vielleicht nächstes Mal nochmal zustechen, weißt du, wenn er im Boot liegt. Dann müssen die, dann müssen die schon. Der sticht ist schwach. Der Kampf beginnt, als wenn der Feuer am Boden liegt. Du hast mich so verwirrt heute, ne? Ich habe den noch mal geglaubt mit einer Taschenlammer. Oh. Hey, das schon. Du musst dir irgendwas krass einfallen lassen, sonst sehen die Leute dich immer ins Kopf. Boah, ich würde alles machen. Ich muss nicht mal... Ich mache ja, ne? Alles, ja? Für 10.000 mache ich was. Ich würde es machen. Mr. Rubis, der macht alles. Ich mache alles. Für einen Fünf war mache ich alles. Hm. Für fünf dann mache ich alles. Streich das aus deinem Schädel. Warum? Du musst was dafür verlangen, weißt du? Sonst sagen die Leute, du bist der Typ, der für alles was macht, weißt du? Für jeden Preis. Das heißt, du bist billig. Du musst dich wertvoll verkaufen, Pinsel. Ja, ich... Also ich wirklich... Wenn einer sagt 10.000, dann sagst du 20.000. Naja, der Pinsel wollte ja ein bisschen Kodin hast dann auf der Straße, aber dann gehst du zu den Dealern hin. Ja, ja. Aber dir, was denn die sagen, komm in der Stunde wieder? Was denn das für Ticker? Hm. Das ist natürlich auch ein bisschen, ne? Ja, ja. Hm. Ich weiß einfach nicht... Bis in die Halle rein. Ich weiß nicht, wie ich an was komme. Wir machen das schon Pinsel. Ihr kriegt das denn, ne? Wir kriegen das dann. Mach's gut. Na, können wir jetzt schon tun? Ja, klar. Ja, dann fährt ihr jetzt rein. Was er mir gegeben hat? Was denn? Zwei Twinks. Was hat er dir gegeben? Zwei Twinks. Was sind denn Twinks? So ein Becher. Achso, zwei Twinks. Ja, zwei Becher. Mach mal oben den Deckel auf. Was ist das für eine Farbe? Pink. Ja, das ist Kodin, Mann. Dirty Sprung. Oh, boin, oh, boin. Siehst du? Kennst du, wir machen das schon. Mach dir keinen Kopf. Hab ich... Man muss immer ein bisschen kleiner anfangen. Richtig mal ehrlich, ich was sagen? Warte, soll ich dir mal was sagen? Soll ich dir mal die Legende von Roy L. erzählen? Der oben in Grape Seed gehasselt hat. Mit Crispy. Und was der Typ alles durchgezwungen hat in der Stadt, Alter. Jetzt werde ich unbekannt angerufen. Warte ganz kurz. Oh Gott. Ja, bitte. Ich höre nix. Der hat echt Probleme damit. Genji, dann sagst du nix. Wo ist mein Sniper? Ich bin gespannt, Leute. Ich bin gespannt. Nach welcher Person suche ich denn? Du machst das schon. Ja, du bist... Du hast halt verkackt in mir, Junge. Wenn du Kopf warst, bist du... Du bist sehr, sehr weit draußen. Wenn ich mir überlege, was Roy alles gemacht hat, ne, Alter. Und der hat, oh, am Ende den nötigen Respekt nicht bekommen und immer noch nicht. Pins ist am telefonieren. So, die Anbauteile an. Und dann, äh, würde ich sagen, arbeiten wir uns vor... Bogellack. Mila, jetzt musst du aber richtig auf Kacke hauen. Also. Hier vorn. Pass auf. Ja. So, diese ganzen... Ich sag jetzt mal, normalen Jester... Jester-Anbauteile sind natürlich auch noch da. Mhm. Dementsprechend, ja, diese ganze kleine... Kleinigkeit hier, brauchen wir uns eigentlich gar nicht jetzt anschaue, weil du wahrscheinlich sowas hier willst. Ja. Was schön massiv breit in die Fresse... Mhm. Genau. So. Also, hätte wir halt diese hier, oder ich sag jetzt mal, ein bisschen kompaktet ist hier. Ja. Ich... All right. Ich würde... Ich würde... Ich würde... Ich würde... Ich würde gerade unbekannt angerufen. Ja. Ich sagte zum Typ, hören Sie mir zu. Dann hast du ja mitgekriegt, der Anfang. Dann habe ich ihm gesagt, dann sag, was ist. Dann sagt er noch mal, hören Sie mir zu. Also, die Person, die sie suchen, heißt Sven Hurtig. 938105. Gib mir eine Nummer durch und leg da auf. Der Taxi-Fahrer oder was? Kann sein. Das ist Sven Hurtig. Das ist bestimmt der Bruder von Andy Wand. Sven Hurtig. Und dann gibt er mir eine Nummer durch und legt auf. Ja, ist doch cool. Dann hast du auf jeden Fall irgendwo einen Engel, der dir Infos gibt. Wenn du... Dass der überhaupt durch ein Dings gekommen ist, Alter. Das ist so... Bestimmt, dass Deutschland und Eltern sind drohensüchtig und gestorben. Hat das hier gerade passiert, Alter? Ja, soll ich da mal anrufen? Na klar, mach dem Ansage. Sag, jo. Wenn das der Taxi-Fahrer sagt er mir, wenn ich keine 5.000 Dollar bekomme, dann smoke ich dein Ass. Du Wichser. Wirklich? Ja klar, mach dem dicker Ansage. Oh, Seven, Bitch. Irgendwas dabei gewesen, was dich jetzt... Jetzt hat, oder? Du wirst mich hassen, aber ich mochte das schon mit... Mit dem Plexiglas? Entweder mit diesem Gitarre davor oder mit Plexiglas. Das mit Plexiglas sieht richtig schön aus. Na gut, wenn du es hab willst, ne? Go for it. Wäre nicht meins, aber ja. Ist deine Lade. Oh Gott, was soll das denn, Alter? Einfach Bass boosted, Mike. Dann auf die Frontscheibe. Können wir theoretisch Sonneblende raufklatschen, ne? Verschiedene Variante. Fuck all you. Da würde ich aber sagen, gucken wir am Ende nochmal drüber. Wenn du dann quasi Livery ausgewählt hast, weil es gibt manche Folie. Oder ich sag mal, wenn du dir das clean lässt, wäre das eher unpassend. Vielleicht, ne? Das gucken wir uns dann einfach nachher nochmal an. All right. Wir haben einen Tee, du älter Dienstlack. Genau. Scheinwerferabdeckungen gibt es theoretisch noch. Die schauen wir uns aber auch an, wenn wir den Lack machen, weil eventuell finden wir eine Lack und dann dazu passende Scheinwerferabdeckungen. Gut, dann schauen wir uns jetzt an die Seite. Hier haben wir zur Verfügung wunderschöne Carbon-Anbauteile oder erstmal so kleine Unterlippchen in verschiedene Farbe. Verschiedene Materialien. Gut, hier halt auch wieder, ne? Diese, ich sag jetzt mal, Standard-Teile. Gut, hier fängt es dann an. Eine so eine große Flosse. Oder hier vorne ist eine kleine und hier hinten ist eine große. Ich glaub lieber die große nur. Quasi die hier. All right. Gut, dann würde ich mir jetzt gleich auch noch mit die Spiegel anschauen. Die können wir theoretisch in Primär oder in Carbon machen. Also so dunkel mag ich nicht. Und? Wir müssen ihn erschießen. Was hat er gesagt? Also Primär oder Sekundär? Ich hab gesagt, was das war. Für 5.000 würde ich ihn in Ruhe lassen. Die hat das zu zahlen für die Wortwahl. Wenn er das macht, lass ich ihn in Ruhe. Wenn nicht, wird er gesmogt. Das heißt, wir schießen. Irgendwas hat er gesagt. Er kommt aus Deutschland. Und dann hat er gesagt, okay, viel Spaß und aufgeregt. Ja, der Sven Hultik hat, hat keine Angst vor dem Ronny Hobbs. Das ist richtig. Also, fahr ich da jetzt vorbei und schießt ihn ab? Ja. Das ist die Frage. Warte. Ja. Oder wie? Wo sind die Lampen? Machst du die? Wie? Ich hab alles. Ich hab schon die Hebebühne aufgestellt und so. Ja. Hast du keine Lampen bekommen? Ja, doch, klar. Aber ich hab jetzt gar keine Zeit dafür. Und ich stell die auf. Oha. Ich hab mich schon ein paar von meinen Farbigen aufgestellt. Ja, aber haben die Schlösser? Ja. Okay. Dann haben Roy seine Sachen auch Schlösser. Das ist gut. Ja, ja, eben. Ich hab jetzt ein paar bunter aufgestellt, so ein bisschen verteilt über den Parkplatz. Ja, ich will das in Ruhe machen. Weil wir haben gerade nur... Ähm. Ja, ja, wir brauchen halt nur an den Hebebühnen weiße. Jo, das ist ja kein Problem. Die kosten ja nix. Ja, gut. Achso, habt ihr weiße? Habt ihr keine bekommen? Nee, nur farbige. Okay, nee. Weiße besorgen wir gerade. Ja, okay. Aber die Hebebühnen stehen zwar schon, aber die müssen nur verrückt werden. Ich hab die jetzt einfach mit Morales aufgebaut. Ich find, das passt hier hinten. Ja, aber die sind schief. Das triggert mich. Ja, okay. Ein bisschen. Ja, gut. Die Werkzeugschränke müssten anders da gestellt werden. Die hab ich auch einfach nur hingestellt. Okay, 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 okay. Okay. Aber hier hinten in der Ecke ist geil. Jo. Okay. Okay, dann bist du später oder wir machen das morgen. Okay, nee, dann machen wir das morgen. So komplett in Ruhe. Alles gut. Alles klar. Danke, Herr Schuss. Bye-bye. Bis dann. Ja, Pins, was soll ich dir sagen? Der Sven Hurt, ich hatte keinen Respekt vor dir. Ja, also knall ich ihn ab. Ja, wenn du den findest, nimm mal Patsch und mal du knall den weg. Wenn es das ist, was du willst. Ja, wie? Du hast gesagt, er soll bezahlen. Er will den bezahlen, hat er aufgelenkt. Soll ich jetzt sagen, okay, er hat gewonnen oder wie? Wenn ich ihm doch eine Ansage drücke. Okay, pass auf. Was hast du jetzt gemacht? Ich würde jetzt warten, bis morgen, bis Kaiser da ist. Dann nehmen wir Apache, nachdem er seine Prüfung hat. Dann nehmen wir Kaiser mit. Dann gehst du und ich. Und dann fahren wir da hin. Und dann machst du dem Chef eine Ansage. Was? Ja, wir müssen jemanden umbringen, Apache. Du musst ja eine Gnalle sagen. Und dann gehst du zu dem Chef. Und dann suchen wir den Wichser. Ja, okay, wen bringen wir um? Sven Hurtig. Sven Hurtig. Ich hab die Nummer von dem. Jo, wir können das so machen, dass Apache den anruft und sich ein Taxi bestellt. Dann kommt er und dann smokest du den durch die Windschutzscheibe einfach. Und das musst du durchziehen, Penzel. Ja, ich zieh dann durch. Wo du jetzt hinfährst? Ja, dann können wir das auch gleich machen. Von mir aus fahr ich da jetzt hin. Nee, gleich. Wenn Mila mit der Karte fertig ist, dann ruft Apache den an und fragt, ob er im Dienst ist. Er braucht ein Taxi. Dann kommt er in irgendeine Seitengasse. Dann kommst du da hin und dann smokest du den durch die Windschutzscheibe. Direkt, weil er weiß ja jetzt Bescheid, dass du auf den schießen willst. Ja. Wenn er nicht zahlt. Aber du musst erst die Reifen wegschießen. Nein, der hält doch an. Ja, aber dann mit der Knarre vor die Ding. Und wenn er bei mir ankommt, dann schießt er los. Aber der sieht doch, der sieht doch, der sieht mich doch kommen. Der weiß, ob ich aussehe bestimmt. Finden solltet. So. Doch, glaub mir. Hör doch, was der Apache gerade gesagt hat. Wir verstecken uns beim Apache zu Hause. Und wenn der da anhält und der Apache, ne? Weißt du, was wir machen? Wir klauen. Wir holen uns im Krankenhaus ja einen Rollstuhl. Überleg dir was. Ich will mir das krankucken. Pass auf. Puh, das ist jetzt ein Junge, Junge, Junge. Ähm. Dann hast du halt den. Boah, ich finde den Kleinen besser. Ja, diese Kleine hier, aber der ist halt auch ein bisschen zu klein für meinen Geschmack. Weißt du, wie du das siehst? Mhm. Ähm. Hat dann auch wieder drei verschiedene Kombinationen. Der hat dann diese Boge. Ja, der ist halt wirklich winzig. Ja, ich mag's aber auch nicht zu groß. Das kann ich bestätigen. Anyway. Ähm. Ja, und dann kommen halt die, äh, große Karbonen. Mhm. Ähm, Fretetheke. Halt hier ohne, äh, zusätzliche Lippe. Und dann halt hier noch mit zusätzlicher Lippe. Und dann halt hier noch mit Aufhängung. Und, äh, ja. Bedeckt halt so ein bisschen das Kennzeichen. Hm. Ich glaube, boah. Ich würde, äh, das glaube ich nehmen. Ja, ich nehme das einfach. Ich mache jetzt einfach mal groß. Gut. Wir können dir da noch so eine kleine Spoiler-Lippe ran. Würde ich nicht schlecht, okay? Zusätzlich da. Könnt ihr dazu zusätzlich noch so eine Spoiler-Lippe mit ran setzen? Mhm. Oder halt auch nicht. Je nachdem. Wo du Bock hast, ne? Ähm. Boah, aber wenn, dann würde ich... Nicht, würde ohne machen. Alright. Dann nehmen wir ohne. Gut. Dann wäre das jetzt der Punkt, wo wir uns, äh, erstmal einer Livery zuwende. Uns die Liverys anschaue. Mhm. Mhm. Da ist nochmal in schwarz. Mhm. Dann... Diese Liverys, ein bisschen Einkaufsliste, ne? In weiß. Die haben wir auch nochmal in schwarz da. Mhm. Dann... Diese geometrische Figur. Mhm. Dann, ja. Diese Kizama-Livery. Kizama-Beer-Livery. Die finde ich bisher am besten. Dann... Ja. So ein bisschen, ne? Geometrie mit Motorsport-Kombination... Äh, Einflüsse, ne? Mhm. Dann... Ja. Die Filmanspielungen. In zwei verschiedene Farbe. Dann... Was auch immer das ist. Ähm... Ja, noch eine andere Racing-Optik. Mhm. Xero-Gas Racing-Optik. Und diese Halbtarn. Ähm, ne? Den mag ich überhaupt nicht. Ich muss mir drüber gucken. Ne. Das ist super uck. Alright. Gut. Äh, ich denke mal, du hast dich auf die, äh... Mit den... Griffzeichen eingeschossen. Ja. Alright. Gut. Mila, ja, für die entscheidende... Ähm, hast du farbliche Vorstellungen gehabt, wo du dir den Waage zugelegt hast? Ähm, ja, habt ihr so metallische Farben? Ja. Wie... Wann dachtest du da jetzt? Also so, ähm... Wie nennt man nochmal dieses, ähm... Geschrubbte... Geburstete Stahl? Ja, genau. Das wollte ich einmal anschauen. Das ist Black-Stil jetzt und das wäre normaler Stil. Mhm. Und dann würde ich die einmal in Gold-Licht anschauen. Willst du die Karre Gold machen, Mila? Na, ich will mir das doch erst mal anschauen. Nein, das ist lange eine Frage, zick mich gerne. Ja, dann halt die Klappe, wenn du... Aber ehrlich gesagt, Gold fühl ich auf dem, ich hatte meine auch schon Gold. Zicker. Vorsicht, sonst gibt's Dexiby-Nahverfahren. Genau. Vorsicht, dass grad dein Augie beleidigt. Und Mila muss als Augie nicht mal in der Gang sein. Ach so, ich dachte, du meinst das richtige Gold. Das wäre dieses Gold, dann hätten wir noch... ...bei andere, nämlich... Gib mir eine Sekunde. ...einmal Brushed Gold. Mhm. Und einmal Pure Gold. Das glänzt da dann ein bisschen mehr, ne? Mhm. Aber ich glaube, ich bin... ...ich glaube, ich bin eher für den Stahl, den Gebürsteten. Alright. Aber ich glaub, dann vielleicht andere Aufkäfer... Ja gut, Gebürsteter, der Stahl ist halt relativ dunkel, ne? Ja. Gut, dann wäre halt jetzt die Frage, was wir da für Delivery draufklatschen. Ich mein, was ich jetzt anbieten würde, ne? Die hier in weiß, weil das sieht man dann einigermaßen gut drauf. Ja, das stimmt. Ich fack das voll ab, dann immer, wenn der aufhört zu reden... ...sein Mikrofon so kurz durchgehen? Also, Jester-Streife in weiß und in schwarz. Dann weiße Einkaufsliste. Ja. Die in schwarz. Dann Jackal Racing in... Ja, mit weißer Schrift. Ja, das kommt von dem. Und hier dem roten Streich. Das ist eigentlich schon auch ganz cool. Joa. Ich weiß nicht, ob wir das rot da haben, aber vielleicht könnten wir sogar dann die sekundäre in demselben rot machen. Das hätten wir theoretisch auch noch mit schwarzer Schrift. Hm. Dann... Komplett... Ja, das ich gerade schon gezeigt hatte. Das ist in schwarz. Dann diese geometrische Figur drauf. Das, was du gerade drauf hattest. Dann... Stellt euch das nicht, wenn einer rufst? Joa. Boah, der Fader. Das ist die Filmanspielung mal. Das wäre natürlich auch noch... Das sieht auch frisch aus. Das sieht auch richtig cool. Joa. Da könnte... Dann könnte man halt jetzt überlegen, ne? Ich würde dir das einmal ganz kurz zeigen. Gib mir eine Sekunde. Muss immer durch die komplette Katalog blättern. Na und kann mich trotzdem stören, scheiße. So ein gerades Rot noch drauf packt. Als Akzent. Ne? Ist schon geil. Ist auch annähernd derselbe Farbton. Mhm. Was auch nochmal gut ist. Und, äh... Joa. Und dann könnte man halt die jetzt noch... Gucke, dass man hier ein paar ordentliche Felge draufkriegt. Oder ein paar andere. Je nachdem. Boah, mit Felgen kenne ich mich nicht so gut aus. Nimmst du das, was dir gefällt? Boah. Ich würde dir da einfach mal die Street-Kategorie zeigen, ne? Kommende von vorn bis hinter. Okay, ja gut, ne? Stahlfelge müssen wir jetzt, glaube ich, nicht drüber da halten. Verschiedene Variante. Dann so ein bisschen Nes-Karmes-Gefelge. Du bist immer krank. Du hast immer Schlupf. Dann Chrom-Tiefbett. So eine simple Stern. So ein bisschen was in Richtung Muscle Car. Dann, ja. Händos. Chrom-Tiefbett. Ja, auch so, ne? Pufo-Felge. Äh, ja. Hier wird's dann interessant. So, äh, ja. Konkabe Five-Stars. Sieht schon gut aus. Dann halt, ja. Rough-Wide Ultra-Deep, ne? Mhm. Gehen halt gut. Bei dem. So was ein bisschen Simpleres, ne? Doppelspeichelfelge. Die nochmal ein bisschen eckiger. Boom. Dann halt so sechsspeichige Felge. Ja, hier mit Zentralverschluss. Hier so Rally-mäßig. Dann so ein bisschen was Moderneres. Äh, ja. Vielleicht das Tiefbett, Doppelspeichelfelge, Chrom-Tiefbett. Würde ich jetzt eher auf einem Muscle Car sehen. Hier zum Beispiel. Aber die könnte man da auch gut drauf packen. Wobei... Ja, das ist mir ein bisschen zu viel. Naja. Die gibt's halt auch nochmal mit, äh, ein bisschen drecklich, damit sich zulaufen. Würde ich auch sagen bei dem. Ja, dann halt hier so was Vierspeichiges, ne? Die, die grad drauf sind. Das sind die geilsten. Ne, warte mal. Die sind das gerade. Dann so leicht Tiefbett mit Niederrand. Finde ich persönlich auch auf dem ganz geil. Und dann noch so konkabe, extremst viele Speicher. Ne, das ist mir zu viel. Irgendwas gehabt, wo du sagst, äh... Das ist gut, oder? Ja. Das hier. Die, die, die fünf Speicher, oder? Ich glaube, ja. Können wir nochmal da hin? Sicher? Ja, schon krass. Jawohl, die sehen gut aus. Ich fühl die Farbe nicht so. Ich fühl dieses gebürstete Stahl nicht. Livery ist geil. Spoiler fühl ich auch nicht so. Aber es ist ja Mila Skar. Weil? Kannst du dich auch gerne mal reinsetzen? Äh? Komm, bist du mir das in den Wolf? Ich will den Typ abknallen. Ja, mach mal du gleich schon nicht. Vater, der muss bluten. Bluten. Ich will dir aber zeigen, ja? Ich hab schon eine Idee, wie wir das machen. Wie dann? Ich hab Apache so sowas gegeben. Wenn du irgendwas siehst, was dir gefällt, sagst du irgendwas Stopp. Das muss er an den Kofferraum liegen lassen. Dass der Typ aussteigen muss. Und dann schlagen wir es zu. Penzel, du musst da einmal reinhalten in die Windschutzscheibe. Dann ist der Wake vom Fenster. Ja. Warum fahren wir nicht einfach zum Taxi hin? Ja. Aber das ist zu viel Windisch. Hm. Oh, das ist cool. Gieß es hier? Ja. Alright. Machen wir wieder rein. Gut. Dann können wir dir da drüben noch eine Boostmeter hinpacken. Damit du den Ladedruck, wenn du das Tor wohl auch das sehen kannst. Mhm. Und jo. Ich glaub, das war's bei dem innenausbaumäßig schon. Bei? Ich glaub, wir können da noch, äh... Ja. Das Dashboard austauschen, ne? Ja, das sieht gut aus. Das könnte sein, das ist so ein Garage-Meister-Ding, ne? Also, da bin ich mir grad nicht sicher. Alright. Ja, 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 ist gut. Apache, bleib gleich. Ja? Hm, hm. Dann Fucaro in weiß, das ist schwarz. Wird sie nicht, ist da besser, wenn wir da so eine Kaisershow draus machen? Die mein macht? Ich hab ja gesagt, ich würde nur auf Kaisershow warten. Ich würde auch auf Kaisershow warten. Ich würde auch auf Kaisershow warten, tatsächlich. Ich würde auf Kaisershow warten, damit ich da reinreiten. Okay, dann gib da Ding zurück. Wird's Ding? Ach ja, stimmt's. Ja, wee. Ja, business. Ja, du hast mir keine gegeben. Wird ich auch nicht. Warte. Und, was wir auch noch uns anschauen können, ja? Den kostet 2500 Dollar. Das sind die Abdeckungen für den Scheinwerfer. Für die Scheinwerfer. Hä? Hier vorn. Hm? Hier in grün, in rot. Boah. Oh, rot ist cool. In blau. In gelb. Und in so, ja, regeboge mäßig. Ich würde rot nehmen. Right. Kriegen wir hin. Leuchtet das Licht denn rot? Nee, nee. Das ist nur die Abdeckung. Das hast du da nur so Folie drüber. Das Licht ist immer noch Xenonfarbe. Gut. Dann würde ich dich einmal bitte diese wunderschöne Gefährt von die Fläche ein Stückchen zu fahren, dass wir uns die Unterbordelbeleuchung mal anschauen können. Hm? Ich verstehe die Farbe von dem Auto, ne? Das ist gebürsteter Stahl. Aber der, das sieht immer anders aus. Ja, das ist hier wegen den Lampen oben. Ach, ich muss anmachen. Hast du farbmäßig eine Idee, was du haben willst? Ähm, ich denke, rot wäre dazu noch ganz cool auch, oder? Joa. Und zur Not, wenn du da nochmal was anderes haben willst, ne, kommst du rum. Wir können das easy einstellen. Das ist nicht das Problem. Alright. Gut. Dann, eine Sache hätten wir, glaube ich, noch. Nämlich Drift-Talisman. Wobei ich da auch nicht sicher bin, ob das so eine Garage-Meister-Ding ist. Mhm. In der Hände ist ein kleiner Ring. Oder eine Herzchen. Das Herzchen. Was ist das für ein Spoiler? Was ist denn das für eine Frage? Das ist ein King-Spoiler. Der Wack ist sogar beim Fahren das Ding da unten. Ja, ja. Ja, Oggi. Ja, ich nehme das Herzchen. Also, sieht richtig gut aus, außer der Spoiler, den finde ich wack. Das ist ja Oggi-Spoiler. Der Spoiler ist richtig frei. Ich hab's schon gar nicht. Alright. Dann wären wir tatsächlich durch. Hi. Ja, geil, Lu. Ähm, mein Mann scheint. Ne, das ist im Preis ingegriffen. Ach so, ach ja, stimmt. Das ist halt, da müsste Bangs so gesagt. Hm. Okay. Gut, dann fährst du den Ammon nach draußen und auf die rechte Seite und, äh, ja. Bei einer halben Stunde. Auch wieder für Knopf. Draußen sieht, guck mal gleich von draußen, sieht der schon viel besser aus. Da drin, das Licht ist Katastrophe. Geile. Geile Matiko. Find alles nice, außer dem Spoiler. Den kann man ja aber auch noch wechseln. Aua. Ne, lass mal an und steig nochmal aus und guck die Karri jetzt draußen an. Hier sieht viel, boah, das sieht böse aus. Und morgen machen wir den Dings. Formula. Ja. Boah. Hast du abgeschlossen? Äh, ja. Ja. Ja, sexy, hexi, maxi. Das ist mein Nochi-Kar. Ja, ist ja eh Geschmackssache, Topsen. Ich finde eher die kleineren besser. Ich weiß auch nicht, warum. Aber sieht cool aus. Ja, ja, Motor war auch alles, alles komplett turbo. Jawohl. So, und hast du Danke noch sagen? Ja. Und ich sag doch, um 12 Uhr sind wir fertig. Ken, sie ist sauer. Ja, ja. Danke. Na, zufrieden? Na, danke schön, Mr. Banks. Ich bin voll zufrieden. Ich hab das Baby gepimpt. Sehr, sehr geil. Guten Morgen, der Komoda-Breitbau. Oh, ja, das wird schon... Oh, der muss richtig böse gemacht werden. Boah. Oh, Gott. Alright, dann rufe ich mal Levi noch an. Dann ist das auch erledigt, ne? Sagst du dann morgen Bescheid, wenn der Dings da ist? Ähm, ich klingel durch, ja. Ach, klar. Die klingelt Pinsel schon wieder mit dem? Ich hab keine Ahnung, was der Typ macht die ganze Zeit. Der ist hypernervös. Wer kann, geh mir denn morgen abholen, oder Milo? Gleich schon 12 Uhr. Von? Erst. Ja, wo? 20 Uhr. Na, auf jeden Fall. Die Zeit geht so schnell um. Der hat sein Handy aus, so mit dem Morgen. Du hättest das Recht gehabt vorhin, ne? Ja, ich sag doch. Nichts gemacht, das ist schon wieder 12. Aber hat gefühlt nur Bewerbungsgespräche geführt. Ja, ne, Shorty. So, sehr gut. Alles klar. Vielleicht geh nochmal zu deinen Karren. Wir sind noch mal. Schönen Abend noch euch. Macht's gut. Tschüssi. Bis, Bobby. Peace. Das ist eine Mod-Karre. Sachsen-Bowler. Die findest du in GTA Online nicht. Das ist extra für den Singleplayer und so. Und für RP-Server. Weißt du, so ein richtiger Autofreak wird dir Props geben, wie du die Karre gemacht hast. Ja, das fang nicht. Echt jetzt? Nein. Na, Karo. Steig mal ein und mach einen Motor an. Und guck mal, wie das... Nein, steig mal aus. Guck mal, wie das mit Licht unten aussieht. Super böse. Und jetzt steig mal aus. Guck mal. Boah. Absolute Höldenmaschine. Ich bin Herr Girl. Dann können wir ja morgen mal ein bisschen rumcruisen in der Stadt. Geiles Teil. Was ist denn das hier für eine... Was ist denn... Ach, das ist doch vom Dings hier von oben, von dem Rocker, ne? Boah, guck dir mal den Todenschädel an. Hm. Von welcher Rocker? Na, von oben, von diesem Pfalter, der saß da vorhin dann drin. Ach, ja, stimmt. Hm, nicht... Was denn? Da hat sich was bewegt in dem Auto. Die Leiche, Mann. Bist du auf Crank oder so? Ich schwör, die hat sich bewegt. Ja, wie. Die hat mir zugezinkert, Mann. Ah, fuck. Schau mal. Wo ist die, Herr, du? Komm sofort da raus, du Wixer. Die hat mir zugezinkert. Ich knall dich ab, du Motherfucker. Komm sofort da raus. Das ist kein echt Leiche. Aber die hat gezinkert, Mann. Ah, die ist halt einfach nur tot. No. Haha, du bist tot und ich nicht. Bin voll am Leben und du nicht. Haha. Life is life, my fucker. Was ist mit dir, Pinsel? Ja, Pinsel, what's wrong? Hä? Ich überlege. Was überlegst du? Ich verstehe das nicht. Was denn? Ich bin, ich kann, ich kann kein Oggie sein. Ja, wie? Du bist, ehrlich, ich dachte schon, ich bin jemand, der viel nachdenkt, ne? Aber du bist ja eine komplette Katastrophe. Ja, Pinsel, what up? Ich kann kein Oggie sein. Du bist so eine laufende Katastrophe, Junge. Du machst dir viel zu viele Gedanken. Wo ist der Pinsel hin, der alles in einer Sekunde entscheidet und dann immer ins Felddämpfchen tritt? Ich wollte entscheiden, du sagst, ich darf nicht. Na klar, du kannst machen, was du willst. Warum bin ich dann jetzt hier los? Du hast dann mal abgeknallt. Ja, du, dann frag mich nicht nach Rat. Du hast gesagt, wenn man das morgen macht. Oder würde ich es morgen machen mit Kaiser und Apatio? Hallo, Valentina. Mit Mila, wenn die morgen auf dem Haus kommt. Also, ich hätte ihn jetzt erschossen. Ja, dann sag, Apatio soll ihn irgendwo hinlocken und dann knallst du ihn ab. Ich gehe ins Taxi und dann eben rein und schieße ihn ab. Ja, wer weiß, ob der überhaupt da ist. Dann lass uns da vorbeifahren. Dann hoppst du raus. Ich habe ihn eben angerufen. Ich wette, morgen ist er nicht da. Ja, pass auf. Dann fahren wir jetzt da vorbei. Wenn er da ist, hoppst du raus und knallst ihn ab. Nee. Dann hoppst du in die Karre und dann... Ja, wie? Ja, wie? Nö. Siehst du, im Dessal will Mila und ich keine Kinder haben. Aber ich habe keinen Bock haben, dass ich rotzbelang. Ja, oder so. Ey, jetzt hört auf, Mann. Wir sind doch ein Kuh. Wir steigen jetzt in die Karre. Wir fahren jetzt... Weißt du, wie der aussieht? Nö. Let's go. Dann hoppst du aus der Karre, rufst du aus, hab ihn, bitch, und knallst ihn ab. Ich komme mit. Morgen. Heute möge ich nicht. Okay, dann morgen. Aber du sagst ja mal zu mir... Doch auch nicht. Oh, dann mach doch einfach. Dann ist okay. Pinsen, ich bin nicht dein... Ich bin nicht dein O.G. oder so. Wechseln, Tricker, wechseln. Du hast ja alle gebeten. Ja, aber du musst doch nicht immer das machen, was ich sage. Du musst doch... Du hast doch deinen eigenen Guck. Du musst die Calls geben, Mann. Genau. Dann gehe ich jetzt in den Shoppers rum. Ja, warum, Alter? Dann gehen wir jetzt in den Scheiß-Shoppers... Ihr wollt'n Shoppers rum, aber ihr wisst nicht mal, wo unsere Karre steht. Da vorne. Nee, halt mal, ich mach gar nichts. Nix. Gebt mich einfach an die Straße. Komm, ich mal. Ja, gut, ne? Du machst das schon. Alles klar. Was ist denn mit dem Pinsen los? Das soll machen, worauf der Bock hat, Alter. Die Fans. Mila, fahr von mich rüber. Da hab ich wenigstens im Krankenhaus was zu tun. Was ist denn jetzt mit dem? Okay. Ja, und dann werden wir bis 5 Uhr morgens im Knast landen. Ja, let's go. Who cares? Welchen Shop willst du machen, Oki? Ich krieg den Scheiß nicht mehr hin. Ich kann den nicht. Du hast du mal nicht ins Pity gegangen, sondern mit uns auf die Straße. Dann würden dich halt alle grüßen mit dir, Oki, Pinsen. Pinsen, das ist das Hörer nicht schon wieder, ja? Mach dir nicht so viele Gedanken. Mach mir keinen Gedanken. Ich kann's mir nicht ausstehen, wenn ich nix zu tun hab. Ja, dann sag ich jetzt, welchen Shop wir machen. Und irgendwie zieht das Leben komplett an mir vorbei, hab ich halt gefühlt. Vier Stunden. Die hat komplett an mir vorbei. Pinsen, wir haben heute auch nix gemacht. Fünf Stunden lang nicht. Ja, das ist ja dann schlimmer. Und ich... ...mach immer jemanden machen. Das ist eigentlich produktiv heute bei mir, Waffen und die einen auf die Schnauze zu kriegen. Ja. Achso, du magst das Geräusch. Komm, wir gehen Kart fahren. Was? Komm, wir gehen einfach Kart fahren. Geräusch. Geräusch. Was ist denn richtig, ja? Wo kann man denn Kart fahren? Aber Pinsen, fühl dich, was du sagst. Wenn wir heute nicht diese Gespräche oder Karten gekauft hätten, hätten wir nix zu tun gehabt. Ja, aber... Deshalb hab ich gesagt, wir brauchen irgendeine Aufgabe. Wir brauchen irgendwie ein legales Business oder ein illegales irgendwas, worum wir uns kümmern können. Weil ich sag dir ganz ehrlich, du warst ja die ganzen... Mit den ganzen Autos... Ja? Mit den ganzen Autos hab ich doch gar nix im Hut. Ja, aber du warst nur... Niemand hat dich gezwungen, bei uns zu bleiben. Du hättest doch lossehen können. Du hättest doch einfach einen OG-Call geben können. Ich will kein Spielfallderber sein, aber ich werde da nicht reingehen. Ich hab gar keinen Bock auf Knast. Oder wir können... Wir können auch eine Show abziehen. Ich dachte, wir gehen Kart fahren. Dachte ich jetzt auch. Jo, was ist denn hier los? Wir ärgern die Kops da vorne. Ach. Ja. Ich glaub, das wird heute nichts mehr... Wolltest du jedenfalls in Rom kochen? Wolltest du jedenfalls in Rom kochen? Wolltest du Kodein? Und der hat gesagt, es ist faszin. Geh jetzt da rein. Jo, wir fahren jetzt da rein und du fragst, wo dein Kodein ist. Ich ruf mich in einer Stunde nochmal an, hat der gesagt. Der hat gesagt, dass er in einer Stunde wieder kommt. Na gut, mach ich. Ruf ihn mal an, bitte. Ich ruf ihn an, ich geh da hin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, hier wird gescheppert. Hier wird gescheppert. Was macht der denn? Pinzeln! Gott! Ey, der wird so sterben, der Junge. Warum der hat doch einen Polizeidienst schon einmal geschossen? Wollen wir auf die Dächer gehen und zugucken? Gerade die, die auf den Dächern sind, werden abgeknallt. Einfach mal durch. Wir sagen einfach, wir haben das Blaulicht nicht gesehen. Ja, falls ihr erwischt werden, sagt, ich hab dich jetzt also genommen. Oh Gott, hier wurde... Oh, der... Oh Gott. Guck, was der macht, der Pinzeln. Ja, nichts macht der. Ähm, sie sind alle weg. Juhui. Ja, wir sind hier gerade alle durch die Gasse gepusht. Ja, wei, aber es wurde doch geschudelt. Ja, und dann sind alle dahin gerannt. Oh. Ja, sollen wir jetzt hier die Tankstelle ausrauben? Nee. Ja, wir wollten links und jetzt war ich schon wieder weg davon. Immer geradeaus, nach links und links, übernächster. Ach, ihr wollt gerade fahren? Ja. Ja, und du sagst, nö, da steigst du rein. Wie, lass doch da rumfahren. Vielleicht schießt einer von uns, dann können wir den smoken. Da links und vorbei. Mann, du musst es doch sagen. Da rechts und vorbei. Ja, wie? Geradeaus. Da unten ist es noch viel los. Aber ich wollte es ja still nicht haben, ne? Ähm, da ist die Kartbahn. Aber wie komme ich da hin? Na, du bist schon richtig gefahren. Echt? Ja. Wir waren doch schon mal mit Raven fahren, weißt du nicht mehr? Lange her, Alter. Es ist lange her. Und mein... Also ich bin froh, wenn ich mich an die letzten 10 Minuten erinnern kann. Wir müssen doch irgendwo rechts rein, können wir. Oh, nein. Ja, hier oben. Hier. Oh, wir sind gerade einfach raus. Kann man nicht machen. Niemals nie. Ich kann jetzt probieren. Jo, das ist doch Big P, Mann. Der war ein Name, der eine Kartbahn. Aber finde ich gut, dass der schon einen Job hat. Ja. Peanut, my boy. Jo, Peanut, was geht ab, Mann? Wir wollen nur eine Kartbahn. Ja, wie geht's deiner Alten? Halt die Bus fern von mir. Jo, danke. Gott. Mein Zweitcharakter hat einfach schon einen Job. Jo, das ist kein Autoscooter. Aua. Das nutzt hier auch keiner, oder? Oh, mein Gott. Das ist auch wieder was für ein Shorty, Alter. Eigentlich so ein cooles Feature. Das ist auch wieder was für ein Shorty. Ja, ich muss immer wieder... Das ist auch wieder eine Kartbahn. Ich bin sehr süß. bleiben die denn er kommt nicht an die bremsende big peanut der bolt die dinge aus ja wo ist der rest vermitten reno war okay erzählt ja die schummeln schon ja ist okay wixer ja du hast geräumt man das ist doch kacke du hast geräumt noch eine runde noch eine runde ja komm der rammt schon wieder ach komm fettig pensel ohne ramm oh gott ja der rammt auch schon wieder fängt nicht fängt nicht die haben gewinnt wir haben gewinnt safety car safety car der hat sich selber platt gefahren der idiot safety car pensel ja wir sind das safety car wir sind das safety car ich verdiene gerade geld hat man kann man geld verdienen warte mal ja du musst ihn da hinbringen man geld verdienen warum halb ich habe zwei dollar bekommen ja das ergibt keinen sinn das ergibt keinen sinn was was wa c war das mein kart so deshalb ist das so komisch ich habe ja komm wir verdienen mann nix haltemohl ich merke den einfach der welt verpackt und du kriegst pro tour so eine million dollar ich habe gerade die lieferung abgegeben hat er mit auto weggenommen der wegser so wollen wir noch eine runde fahren nur was haben wir vor damit kommst du gar nicht raus ja ja die kamen wir müssen uns auf jeden fall wird einfallen lassen der pinsel hat schon recht hätten wir heute dann nicht mit den gesprächen und den autos gab und so wissen wir nicht was wir tun und so auf kampf dieses jahr lass uns den shop machen ist halt auch nicht das wahre brauchst halt eine beschäftigung mehr p du musst halt irgendwas aufbauen das stimmt schon und sonst haben wir ja auch immer so gespielt habe wir einfach zu events gefahren sind und da fälle welle gemacht haben und bla 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 der pinsel muss halt wieder sein spirit zu finden wir machen sie wir sind komplett im crime drin also ich zumindest ich mache aufträge für paletti und so liefer waffen aus und drogen sind da haben wir jetzt noch die tuning szene die baut sich gerade auf also viel mehr als der night white heute aber es hat nicht jeden tag was zu tun deshalb brauchen wir unbedingt irgendwas ein solcher warum hast nur hier keine welt gemacht ja wie es ist richtig die präte roter scheppern Ah, da kriegst du Bann, Junge, da kriegst du Bann. Ach, Patsdans, welchen Banane. Ach, du bist scheiße. Häng dich. Oder Raub, absolut Lame, Geiselnahmen, das Lameste, was es gibt im RP. Also komplett Lame. Lame ist noch harmlos ausgedrückt. Und was willst du den Leuten denn wegnehmen? Auf Sektor gibt es nicht diese Farmer, die du berauben kannst. Das sind super wenige auf dem Feld. Und jetzt rumlaufen und auf Krampf darfst du auch nicht. Du brauchst halt RP-Hintergrund, um jemanden Hubs zu nehmen. Die Leute haben auch kein Geld dabei und so ein Shit. Warum auch? Naja, Geiselnahmen auf gar keinen Fall, Alter. Achso, Grieco. Ah, die Growth-Zeiten sind schon lange vorbei. Wir haben zwischenzeitlich mal Junkie-Pack gespielt, so Hoover-mäßig. Das ist ja fünf Jahre her, ne? Nein, mit Ex-Pack. Nein, vielleicht auch. Du brauchst halt auf sechs Plastels oder so. Du brauchst irgendwas. Du brauchst nochmal extra Schlagsahne und Stäusel drauf. Aber einmal die Schokostäusel und einmal die bunten und die Perlen dann gerne noch. Seit wann gibt es am Hotdog schon Eis? Nee, das ist Hotdog mit Sahne und Stäusel. Achso, hier liegen noch zwei. Kann ich einen haben? Dankeschön. Guck mich, wo ist Lutsch? Gut. Geil, Sau. Ja, sowas geht mir da aber hier nicht, Grieco. Kannst kein Lager oder so Hubs nehmen. Gibt keinen Camper oder so ein Shit. Gibt... Einbrecher-Bande. Selbst wenn das nix gibt, Alter. Aber das Problem ist, wir könnten so Einbrecher spielen. Und wir kriegen dafür nicht mal was. Und wir landen sofort im Knast. Für ein paar Stunden. Verstehe nicht, warum wir hier kein Event machen. Grad fand Bock doch übel. Machen wir so Rundenzeit halt, wenn die schnellste Runde fährt. Aber das gab's doch schon. Gab's doch schon. Ja, oder wo, wenn man sich rausquäscht, der dann verloren hat. Wann willst du denn überhaupt dein Event machen, Pinsel? Ja, wenn live im Runde an die Pöse... Ach ja, stimmt, stimmt, stimmt. Voll abgehoben bist du. Och du Gott, oh Gott. Doch gleich bist du weg. Wie dieser chinesische Wetterballon. Gleich bist du runtergeholt. Oh Gott, Alter. Komm, wir cruisen ein bisschen durch die Stadt und überlegen, was wir machen können. Also so in die nächsten Tage. Pinsel, ich sag's dir, wie es ist. Wir brauchen irgendein Business. Ja, ich sag doch... Ich find das cool mit dem Laser-Tag. Da kriegst du so viel mit, weil die alle da hinfahren wollen. Ja, doch, Baril, du landest schon ein bisschen. Wenn sowas möglich wäre. Allein, wenn du auf Staatsanwaltschaft wartest und du bist schon locker eine Stunde drin. Da bin ich auch für. Ja, der Mila-Riegelmann. Mit LSD. Mann, komm jetzt. Vertreib nicht. Ja. Ja, Junge, komm. Dumm wie Pfefferkorn. Mach doch auch. Aber hübsch. Das war Pinsel. Ich hab gar keinen Schlüssel. Ach, sowohl. Ja, ja, ja. Siehst du, dann war Pinsel. Ach ja, ich war das nicht. Du hast schon recht, du hast schon recht, Pinsel. Aber wir müssen uns Gedanken machen, was wir aufbauen wollen. Egal, ob es illegal ist oder legal. Was? Meinen das denn denn böse? Ich meine, wir müssen was zu tun haben. Nein, nein, nein. Ich fühle das genauso wie du. Aber ich meine, du musst halt gucken, dass es nicht dasselbe ist. Zum Beispiel kannst du sagen, alles klar, man geht in, ich sag jetzt einfach mal. Oh Gott. Du machst zum Beispiel so Aufgaben für das Hotel, alles unter der Hand, dass keiner mitkriegt. Aber wo bleibt da der Spaß? Du musst auch mal irgendwas an der Oberfläche machen, dass die nur Chance haben, dich so erwischen, wenn sie es geschnallt kriegen. Weißt du, was ich meine? Ich bin halt Schloss, so lange, dass du hier warst. Ich bin halt nur so... Pinsel, ich verstehe dich komplett. So undercover ist halt echt blöd, weil die werden es ja nie rauskriegen, weil wir sind ja die Besten da drin. Ah, ah. Ja, dann müssen wir eine Einbrecherbande machen. Dann gehen wir uns Dings besorgen und dann nehmen wir ganze Hotels, ganze Hotels nehmen wir Hopps. Jeder nimmt sich immer ein Zimmer vor und dann ratzfatz. Ja, halt auch was anderes, ne? Zum Beispiel Piep hat Probleme, ruft er uns, ist ja scheißegal, dann rutscht er da und da und überall rein. Dass man halt mehrere verschiedene Sachen zu tun hat. Ja, aber Piep ruft uns der Mann, wir sind ein Söldner. Ja, da muss halt... Ich finde, du musst halt gucken, dass mehrere Sachen... Was hier nicht immer nur so im Undercover-Style... Wenn du mich so schnell hast, fühl das auch, was du sagst... Hätten wir heute das mit den Karren nicht gehabt und so hätten wir nichts zu tun gehabt. Doch, ich hätte den Tim vom Taxi so weit von aus dem Undercover-Style... Ja, aber warum sagst du denn dann nichts? Sag doch, wenn du das unbedingt machen willst. Als mich unbekannt angerufen hat... Das war jetzt von einer Stunde oder so. Außerdem... Ich denke mal, ich rede für Mila und für Patsche auch mit. Wir sind bei allen dabei. Ja, ich weiß. Meine... Meine gar nichts böse. Für mich war das heute okay, schön, spannend. Guck mal, was wir jetzt machen können, zum Beispiel die Lagerhalle abchecken, die wir letztens gefunden haben. Lass mal gucken, ob die Türen da aus sind. Wenn ich nichts zu tun hätte, würde ich was finden. Und wenn ich bei Sand auf der Straße... ...und 200 Dollar klaue... ...tun was finden... Du musst ja erst mal gleich anfangen, wenn es dann Leute abziehen ist. Ich finde immer irgendwas, wo ich zu tun habe. Ja, das Problem ist nur, wenn du dann nur auf der Straße unterwegs bist und Leuten das Geld klaust... ...ne, meinen dich die Leute. Was ist das hier? Letty City? Was zum... Aber du musst doch mal mit da mal reingucken gehen. Was ist denn da? Aber du musst doch trotzdem... Willst du das... Willst du das die Leute, die ich möge? Pinsel, mir ist doch scheißegal. Na, siehst du mir doch auch. Was ist denn das hier? Hallo? Wollen wir hier was klauen? Guck mal, da ist ein Safe. Ja, tschau, komm da. Blackout, danke schön für Luis am 1. Ich verstehe den Pinsel. Ja, müssen wir ein bisschen in die Richtung gehen. Bleibt uns nichts anderes übrig. Ja, Pinsel, guck den Scheiß-Safe an den Grünen. Solche Scheiße müssen wir knacken, Alter. Ich hätte auf. Hast du Dietrich dabei? Natürlich. Du weißt schon, dass eine 700 Megapixel-Kamera gerade auf dich guckt, ne? Und du hast keine Maske auf. Ich glaube, das wird nix, Pinsel. Aber was ist das hier für ein Laden? Okay, ich habe nie eine Idee. Was, warum könnte das? Yo, warning. Kamer ist abrückend. Ich habe seinen Kopf verloren. Wie ist es jetzt? Was, hat jemand verloren? Jemand hat seinen Kopf verloren, Pinsel. Ich habe jetzt eine Maske an. Das kann ich. Ja, ja. Kennst du noch die ganze alte Serie, ne? Die dummsten Verbrecher-Gewelt. Guck mal, Mila. Was geht da? Das ist nicht Pinsel, der sich gerade vor deinen Augen verkeilt hat. Stimmt, stimmt. Fuck. Warte. Stimmt. Das ist nicht die Kamera drin. Das ist ein Lachen. Das ist ein Lachen. Wir sollten morgen noch herkommen. Aber wir können hinten den Hintereingang checken. Kennst du die ganze alte Serie noch? Diese dümmsten Verbrecher der Welt? Ja. Ja, da habe ich echt Bock Platz 1 zu holen. Ja. Ich glaube, so etwas würde ich hinkriegen. Was ist denn ein Brownstream? Ein was? Ein Brownstream. Keine Ahnung. Rechts an der Wand. Die Leute erkennen dich trotzdem, auch wenn du machst du auch was. Ich komme auch auf dein Schoß. Auch wenn das in den Regelwerk steht und so ein Shit, manche Leute interessieren das nicht. Ja, was steht da? Hängen da nicht dran. Ach, Streak. Oh, perfekt. Jetzt kannst du knacken gehen. Hallo, Rico. Ja, hier ist keine Kamera. Was? 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 Was ist denn da? Boah. Da rein? Gut. Warte mal, das gehört Paletti, ne? Ich habe... Jo, ähm... Jo, Pinsel... Schwierig. Jo, keine Ahnung. Versuch zu knallen. Nein, ich habe Angst. Pinsel, ich glaube, es ist schon spät, ne? Ja. Die brauchen ein bisschen Sunny-Fig. Aber du kannst doch auch einfach... Pinsel, ich glaube, du unterschätzt auch deine Macht, die du als OG hast. Ich habe gar keinen Mann, was man als OG machen kann, aber du gibst mir keinen Grash-Kurs. Jo, zum Glück sind wir nicht eingebrochen. Guck mal in uns. Jetzt fragen wir den Typen davon, ob der Wigan will. Willst du Wigan? Hallo. Ob du Wigan willst? Was will ich? Ob du Wigan willst. Wigan? Was heißt denn Wigan? Heißt, dass ich dich um den Block ziehe und dann haue ich auf die Fresse, Wichser. Meinst du das? Hä? Komm mal raus und probiere es. Der hat dich herausgefordert, Mann. Fahr, der hat dich voll herausgefordert, Mann. Sieh den ab, Mann. Der lässt sich hier Schlüssel nachmachen. Der coolere Mann. Jetzt darf so einen Schwanz nicht einziehen, Mann. Oh, siehst du die da hinten? Dann muss ich nur einmal zeigen, dass du ein Augi bist. du hast doch bestimmt so ein headset im ohr business typ und man hat schon sein haus geworfen wo sind die nein doch hast du recht schon verstärkungen feigling du wichser immer die leute mit der roten 1 aber warum hast du jetzt den schwanz eingezogen wo hast du ihn mit sich auf die schnauze gehauen ich hatte mitleid da wurden hier weißt du was pinsel du kannst sachen nicht erzwingen das problem du musst mal wieder die schose atmen was meinst du mit der schwingen na du kannst nicht einfach krampf sache machen du brauchst doch kein rücksicht auf uns nehmen sie haben vor dein ding durch bekommt dafür sie brauchen lebensabschluss gefährden angerufen mit den worten die polizei sucht mich und ich habe ein taxifahrer auf die fresse und haben die kopf nicht gesucht das ist ja das problem ich kann machen was ich will ich das gefühl hat noch gesagt die sind einfach total belastet bei dem dem money weg ist brechen die komplett zusammen die sind einfach nur inkompetenz alle ja nicht alle grösser saftladen ist das grösser saftwaren du weißt doch ganz genau wer da arbeitet du kennst die leute ich kenne nur ein paar leute alle anderen sind für mich exakt dieselbe person es gibt hier nur so ein paar leute die kann ich aufsehen und dann gibt es allemann ja das war's wo du fack es ist ein körper auto wer ist meins moralis jojo was geht willst du eine socke kaufen hat man kennen moralis ist das der moralis warum will der mir eine socke verkaufen der schreibt mir bei weenet ob ich eine socke kaufen wollen vielleicht verschaut vielleicht ist das ein codewort krieg ja nicht mal anruf auf weenet mir verkauft keine socken mach jetzt ein post fertig und sag ich kaufe so wir müssen noch mal gucken wo was abgeht weißt du noch pinsel vor monaten haben wir mal im ticke lande eine gitarre geklaut der wird jetzt dann rumgeschossen ne perfekt würde ich machen könntest du das ist es ich schliebe von heute auf morgen der rest ist mir scheißegal wenn nichts passiert dann sorge ich dass du das mal passiert zum beispiel hier die abknallen fiesig warte ich guck halt auf dem tablet das sind die kaufs den willst du abknallen die kaufs ja bist du mit oh god halte pinsel schnell weg hier schnell weg hier ich kann ja auf einmal hat er ja ne ich werd nicht schlau aus dem jungen fickt euch ihr wichser wichser ich geb dann kompletten fickt hast du noch mal geschossen hab nicht geschossen ich wollte gerade sagen das interessiert mich gar nicht ich kann machen was ich will ich habe keine sau den schießen blatten soll ich machen mach ich kann nicht ja mach 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 wenn du so krass bist hallo ich fahre an die karriere ja das darf ich nicht gerade ist fertig du musst dich durchsetzen pinsel steig doch einfach raus und schießt auf die karriere ja nein ja weißt du hat er ja ja du soll mal zeigen wer du bist pinsel fahr mal kurz in dem taxi vorbei ja guck mal wer ist das ist der das nein ist das nicht der taxifahrer fahr mal zurück ich frag ihn mal das wird ganz schlecht werden das wird ganz schlecht enden und dann ist er es und dann steigst du aus du knallst ihn ab und steigst in die karre rein während da 15 bullen stehen ne ich fahr dann weg ich will nur wüsste mir aussehen ich hab vergessen glaubst du ihm sein taxi oder was ne der hat die saiten auf null der war das nicht hat die saiten der war das nicht ja okay ne jetzt fahr hin ne doch fahr mal hin ich bin mir nicht ey pinsel ich schau dich gleich weg der kommt der kommt der kommt jetzt entscheidet euch entschuldigung entschuldigung taxi ich habe meine frage wie viel wenn du von a nach b fährst ja was kostet das Sven ich bin nicht Sven aber such dir Sven nein ok wie viel kostet es pro Kilometer max ach so ca so 10 dollar ja dankeschön siehst du dann können wir morgen auch Taxi fahren wie war das das war super das war aber nicht Sven ich überlasse die bewerten wieder Max Max Mustermann und Sven wie hieß der hurig wie ja hurig hurdig ach so da gehen ein paar Bikes umtreten oder so ja genau er hat echt Langeweile ne der Typ mit alter der ist sogar zu dumm in den Beigum zu treten sogar nach oben bin ich zu blöd ja dann zert er von da im Taxi Auto steig einfach rein alter zert er von da im Taxi Auto kann gar nix Jörn die auch Pinsel gehen in den Beigum treten er versucht zu boxen 3 mal 4 mal ach ich kann ja nicht mehr dafür hab ich ein Becher Wasser auf was sag ich denn den Dings Jörg der raucht nicht auf ne mhm Pinsel leider du bist du bist du du bist eine lösche komm wir fahren uns den Lala noch Da wurde gestern umgeschossen. Das hast du schon dreimal gesagt, Leute. Der Patsch hat aber auch einen Fall in den Kopf, Junge, Alter. Ja, was denn? Ich mach nur Vorschläge. Wir gehen jetzt da reinpinseln und dann prügeln wir uns einfach, okay? Warum? Du hast doch Langeweile. Das ist ne Bar. Da kann man sich schlagen. Ich schlag mich doch nicht im halben 1 am Morgen. Ich kann ausschrauben. Dann gehen wir jetzt da rein und du sagst, du willst Schutzgeld haben oder so. Da musst du ja irgendwann mal einen Namen machen. Das haben sie auch schon versucht. Gott, Alter. Oh, hier schaffst du es, ne? Da. Ja, der ruft schon seine Kumpels an. Ah, trägigen Falschparker. Ja, der ruft das schon an. Ja, doch, wir sind oben. Jo, da ist so ein Typ draußen in grün, der tritt ja die Bikes um. Was? Jo. Oh, ich liebe dich. Komm schnell, die Pinsel wird verkloppt. Komm, Pinsel wird verkloppt. Achso, okay. Komm schnell. Das kann was werden. So, Pullover, Brille, Schnuffeltuch. Was für ein Schnuffeltuch. Aber was hast du denn da? Das ist ein Bondana. Sag ich doch, Schnuffeltuch. Jetzt steck mal das Ding weg. Sonst werde ich wild. Oh Gott, deine Knarre in der Hand. Will ich auch nicht, aber... Du bist mich nicht wilder, der mich weiß, wenn mir den Scheiß-Bike umgekickt hat. Kannst du mir da drinnen eine Gitarre rausspringen? Du hast eine Freude eigentlich hier, ne? Das wird nicht vergessen. Das haben wir nicht vergessen, du ja. Ich würde gerne noch einen blauen. Das machst du nicht nochmal. Ey, mal bist du das? Oh mein Gott. Apache meinst du? Das ist dein Ernst. Weißt du, mich machst du hier blöd an und guck mal, mir einfach angerufen. Was? Die Apache ist mir doch egal. Da kommt doch keine Sau. Wie sieht das aus? Wer hat denn die Bikes umgekriegt, ey? Ich bin einfach sauer gerade. Der Mann hier mit dem grauen Haar. Ja, oui. Was? Nicht hier. Glaubt das nicht, Sau. Der ist ja voll rübergefahren mit dem Auto. Hat sie abgestellt. Das ist kaputt. Was? Was ist das hier? Versuchst du dich jetzt rauszureden, dass du die Bikes umgetreten hast? Wer? Du. Habt ihr das gesehen? Die haben hier Kameras, ne? Hier, warte. Warte, guck mal. Hier. Hier sieht man die Streifen. Ich kam von da. Man sieht die Streifen. Was für Streifen? Die Streifen hast du in der Buchse, du Schwanne. Ich bin nicht einmal. Kremsstreifen oder was? Oh Gott. Ich bin nicht einmal in die Richtung gefahren. Das sieht man auf der Straße. Ne, sieht man gar nicht. Ja, doch, hier sind Streifen, ne? Da fahren so viele Autos lang. Ich hatte aufgemalt. Was soll ich dir jetzt erzählen? Also hier ist eine Bremsspur und da vorne steht das Auto. War ganz komisch. Ganz seltsam ist das Ding. Also kommst du eigentlich von dieser Richtung? Die Wichser, was habt ihr mir angetan? Der kommt mir in der Knarre gepusht. Ja wie, nix. Mila wollte nur singen. Okay, sollen wir singen gehen? Ja, wie klären wir das? Hau dich jetzt gegenseitig auf die Fresse oder nicht? Hast du das gesehen, dass er mal die Bikes umgehauen hat? Ja, papp ich, das war der. Ich muss mal in den anderen rufen. Ja wie, jetzt ist es Stärkung? Warte mal, du rufst jetzt einen Anwalt an. Das sind zwei Bikes, ne? Außerdem steht hier schon Anwalt. Der Patsch ist Anwalt. Stopp, nee. Naja, ab morgen erst. Du hast nun das Ding, ja? Pinscher hat aber nur das eine geteten. Komm mal vor die Tür, wir müssen Pinscher aus morgen holen. Oh, nee, weißt du. Ja, wie, zwei gegen eins? Ja, dann mach ich aber mit. Dann ist es wenigstens fair. Nee, ich mach mit. Holte Mila. Ja gut, dann machen wir ein Zwei gegen Zwei draus. Fair. Oh Gott. Der hat sein Weib umgekickt und meins auch. Nein, das eine habe ich umgeschubst. Welches? Ungefähr so? Hi. Okay. Schlägerei. Kleine Waffen. Wollt ihr ein Zwei gegen Zwei? Wusel, wir müssen gerade boxen hier. Okay, ein Drei gegen Drei. Aber wir sind doch nur fünf. Achso, ich dachte, der ruft schon wieder Verstärkung. Alter, dann hol noch eine. Mach gerade das mit. Wir haben Drei gegen Drei. Das Hässliche da vorne. Beide. Beide? Ja, was soll ich hier sagen? Aus wie dem Müll. Was ist das? Ich bin so ein richtiger Brandstifter, ne? Aber der ist langweilig. Das hier. Oh Gott, hallo, keine Waffen. Aber das hier auch. Wir haben sofort die Waffe holen da. Hallo? Das ist meins. Ja, die Beine hier. Ich habe eine Gum-Gum-Pistole in der Hand. Wir waren vorher beim Los und ich habe es nicht geschafft, also musste ich trainieren. Kein Baseball-Schläger. Dann steck den mal wieder in deinen Schlübber und zieh ab. Oh Gott, ist der frech. Hier ist ein Zwei gegen Zwei, ich bin der Gang. Ich bin so frech wie Spiel. Warte, machen wir jetzt doch Zwei gegen Zwei? Mein Bike ist kaputt. Ich weiß es ja nicht, dass er die Frage, die sich gerade nicht rausstellt. Ich bin jetzt verwirrt. Das war ich gestern erst reparieren, ey. Das ist voll unfair. Aber wenn wir mit einer Person mit Baseball-Schläger machen, dann bin ich dabei. Ähm, ähm. Du bist eigentlich nicht so Bock, einen Baseball-Schläger. Ja, die Frau hat dabei in der Hand. Ja. Von welcher redest du jetzt? Von der mit dem Baseball-Schläger? Von der mit dem Bommel? Ich frage jetzt, wer ist mein Kampf dabei? Wir hauen uns jetzt eher los auf die Fresse, aber ohne Geräte. Was gehen ab, sonst ich schon knarre, verdammte Scheiße. Nee, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, wir knallen uns jetzt ab. Also das ist jetzt auch ein bisschen... Warte, 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 warte. Ja, okay, pass auf. Wenn die einen Baseball-Schläger nehmen, dann nehme ich den Knarre. Ja, nimm mal die Knarre runter, bist du verrückt? Ist du irre? Was ist denn mit euch? Hans, ab in hier! Warte, wenn du eine Waffe, dann nehme ich auch eine Waffe. Okay, aber dann halt du sieben an den Kopf. Dann nehme ich auch eine Waffe. Ja, wie, aber du, das soll den Baseball-Schläger. Dann nehme ich auch eine. Ja, aber wie? Ja, warte, dann halt du deinem Kumpel das an den Kopf. Warte mal. Nicht dir? Ich lege mich oben. Joop, du musst zu mir. Ich muss da hin. Du musst zu den anderen Typen. Was passiert hier? Hände, knallt, Hände, knallt. Du musst weggehen hier, du. Das ist unfair sonst. Wieso, es geht auch mit fünf Leuten. Weird. Mit fünf? Ja, könnte es leider... Wollen wir das einfach ohne? Halt, du Gurschen, da unten. Wird ihr euch nicht einfach auf die Schnauze hauen? Können wir uns denn einfach kloppen ohne? Ja, so wie der zivilisierte Norden das tut. Ja, komm. Ich schaue euch auf die Fresse. Ihr kloppt euch jetzt oder Hände knallt. Was? Oh, ich fühl mich so stark. Bedrohst du uns jetzt? Nein. Los, kloppt euch. Okay, warte. Er hat seinen Finger in deinen Auspuff gesteckt. Wer ist denn der Typ hier? Das ist Karl. Das ist Karl. Gemeint sind vier gegen vier. Die Frau nimmt das Ding jetzt endlich runter, weil die Frau jetzt mich kloppt. Und euch drei. Ja, oui. Und die Frau. Ich bleib jetzt erstmal hier stehen. Also die Frau macht jetzt erstmal nicht mit. Die Frau macht nicht mit. Hey, Moment. Wir gehen jetzt erstmal hinten auf den Parkplatz und da kämpfen wir. Oh Gott, warum schlä... Was machst du? Ich dachte, du willst den Match gehen. Warum schlägst du nur deinen eigenen Freund? Hör mal, die kann mit dem Knüppel aber auch nicht umgehen, ne? Wo sind wir denn hier gelandet, Alter? Ich glaube, der ist tot. Ich glaube, wir haben schon drei. Ja gut, wir haben gewonnen, ne? Oh Gott, Vorsicht, jetzt nochmal mal. Ich will auch sagen, das ist so lieb. Will, du schlägst uns jetzt mit deinem Handy. War das jetzt ein Eins gegen drei oder was ist jetzt los? Hilfe, Hilfe. Hilfe, wir sind verwirrt. Helft uns mal. Was ist denn hier? Jo, das war's, wenn die Feier, nur ohne die Spenden. Was ist denn jetzt los? Ja, warum denn auf unserer Seite? Was ist denn hier denn? Na, die Frauen hier mit dem blauen Haar hat den Mann mit dem Baseballschläger geschlagen. Wer hat den Mann mit dem Baseballschläger geschlagen? Die Frau davon. Das ist tot mir leid. Mit dem blauen Haar. Wir sind gerade noch nach gewissen Paz-Situation hier. Ja, wir haben Paz. Äh, 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 es kann sein, dass er aus Versehen, wo war man eben eigentlich? Er ist wahrscheinlich abgekriegt hat. Aus Versehen. Aus Versehen. Mit Hass. Aus Versehen, ja. So sieht er auch aus. Moment, Moment. Äh, so. Ja, wollen sie Anzeige erstatten? Nein. Schade. Was passiert hier? Genau, das macht es da aus. Er kriegt eine Astra. Genau, das macht es da aus. Du siehst die Situation. Ja, ein Astra. Ist ja bald. Was bekommt denn Astra? Er trinkt immer Astra. Das ist mein Chef. Du schlägst deinen Chef mit einem Baseballschläger. Jo, hier will ich auch arbeiten. Das gibt eine Gehaltskürzung. Das gibt kein Weihnachtsgeld. Ja, die arbeiten im Teglala. Das ist der Chef vom Teglala. Was hast du eure Ehr an, Curtis, ne? Was? Was hast du gesagt? Meine Güte, ey. Ich hab gesagt, Curtis, ich passe euch eure Ehr an. Ja, tatsächlich. Das ist so eine Kleiderwoche. Mila, hast du gehört, was der gesagt hat? Ja, ich hab gesagt, das stimmt. So, ja, okay. Was geht noch hier ab? Warten wir uns eigentlich gerade bloßen, aber... Wann ist das eigentlich der Typ, der mich grünen will? Wir haben auf einmal gewonnen. Und er ist unterwegs. Ey, wo ist ein Pinsel jetzt schon wieder hin? Ja, der ist ein Laden noch. Nein, der hat ein Bier. Das ist Gunnar. Das ist ganz schnell. Ja. Die Sportmediziner, schön. Oh, da kommt der Besen. Los, raus, der Besen. Der hat die Gitarre geklaut. Schon wieder. Der hat schon wieder die Gitarre geklaut. Ja, das ist nicht mein Laden. Moment, geh mal ganz... Mila, geh mal kurz ein Stück auf Seite. Danke. Oh Gott. Gunnar, Gunnar, Gunnar. Was geht denn jetzt? Jetzt seid ihr auch hier beide. Oh, ihr beide. Die... Ich hasse dich, Gunnar. Kaum seid ihr gerade mal aufeinander. Wo will ich gerade jetzt hin? Ja, wollte ich jetzt sagen. Ja, deswegen sag ich ihr beide. Ja, wei, was... Ich hab einen Baseballschläger am Kopf bekommen. Schlag den kaputt. Das klingt nicht, der ist eh schon dumm. Ja, du sagst ihn doch nicht dumm schlagen. Warte, ich brauche... Da kann man eh nicht mehr viel kaputt machen, das ist traurig. Aber mach die Kippe aus. Aber warum denn? Ja, wei. Wo bin ich hier gelandet, Alter? Der steht da einfach. Nee, ich hab das mitgekriegt, dass er sich mit einem... Soll ich drüber reden, oder soll ich drüber reden? Ähm, warte mal... Hat er jetzt wieder eine Gitarre geklaut? Ja. Hat er ein Auto hier? Das muss ich kaputt machen, ey. Doch nicht. Nee. Ist er bei dir mitgefahren? Ja. Das ist schlecht. Er hat schon wieder die E-Gitarre geklaut. Ja. Das zweite Mal. Das letzte Mal. Das letzte Mal, dass mich noch interessiert. Ich mach dir da mal... Warum hast du dir... Oder Körnchen. ... eine Punk-Visur gemacht? Weil er ein Punk ist? Das ist der Papa vom Pinsel, das der HB ist... Ja, ja. Genau deswegen. Ich hab eine Schere. So, plastisch ist das. Darf mal, oder? Nein, mach das besser nicht. Versuch mal. Wenn die stumpf wird, sagst du Bescheid. Da ist fünf Wettertaft drin. 30 Wettertaft, mein Freund. Ja, damit geht er in eine Steinmine. Ja, ja. Und dann geht's los. Ja. Weißt du, wie viele Steine pro Stunde du so machst? Ja, ja. Ein. Nee. Fünftausend. Ja, ja. Den mieten wir irgendwann mal, wenn wir drei Rasenkattensteine wieder sauber machen wollen. Schön. So ein großer Steinhofen. Ja, ja. Ja, ich hab... Sag, oder erzähl mal, was hattest du jetzt damit bekommen? Mach um nach. Bei dem, wo er mich erst auf den East-East-Highway geschickt hat und eigentlich auf dem West-Highway war. Meinst du das? Ich weiß nicht, wovon der Mann spricht. Weil er Himmelsrichtung in dir auseinanderhalten kann. Und ich will dann treffen mit einem... Ja, normalerweise wie auf dem East-Highway, ja, wie auch immer, jetzt ist ja egal. Also dann hat er uns mal sein Outfit gezeigt. Da hat er eine komplette rote, lange Badehose angehabt. Und den Mantel, den Jupp auch hat. Jupp, hast du den Mantel noch? Ja, hab ich noch. Zieh den Mantel mal an. Zieh den mal ganz kurz an. Ich liebe diesen Mantel, aber ich darf ihn nicht tragen auf der Arbeit. Soll ich den jetzt echt anziehen? Ja, ja, zieh den mal kurz an. Nur zum Zeigen. Zu seiner unglaublich schönen grünen Frisur. Unglaublich schönen grünen Frisur. Mit einem gelben Stirnband. Ja, ja, und gelben Stirnband. War ja super interessant. Wieso hattest du... Mina, sollen wir weiter, Pacho? Ja, wo ist die Hunde mit dem Typen von der Hoca? Ich hab keine Ahnung, wo das. Geh dich an seinen Täter, ey. Wir machen auch noch mal eine Wette draus, aber dieses Mal stecke ich da mit ein. Du bist du. War Cash or Trash war das. Mina? Ja, und dann hat er sich halt auf dem West-Highway einfach aufs Dach gerufen. Ich bin Maxima, ich bin super verwirrt. Hm, ich fahr. Okay. Dann können wir dich auch sammeln. Gut. Was war das? Weiß nicht. Was ist das? Dann kommen wir da hin. Ich hab dich SMSed. Ich hab dich auch SMSed. Ist er ja. Hast du gehört, Mila, Oki? Was machen wir? Was steht da? Nein, wir machen einem Wilden Party mit. Mit was? Mit Sexton. Was ist denn Sexton? Mila, fahr mal zu Auto Exotic. Wo ist das? GPS gemacht. Was ist denn Sexton? Na, Liebe machen. Oh Gott. Ja, we. Wir haben eine schöne Band. Ja, und wo ist der hier, der Penner? Bei Auto Exotic. Na, hier sind wir doch. Das hieß doch nicht Auto Exotic. Wo ist denn Auto Exotic? Da ist doch Benefactor hier. Wo ist denn Auto Exotic? Äh, dreh mal um. Nein, das da hinten ist Rapid Car. Jetzt fahr geradeaus. Aber geradeaus durchbadern. Nee, das ist Rapid Car. Was ist denn denn da gelaufen? Da ist der niemals hingelaufen. Er hat gesagt, der ist da. Ja, aber das da vorne ist Rapid Car. Nee, fahr weiter, geradeaus. Weiter, weiter. Mehr aufs Glas drücken. Schneller. Niemals im Leben ist der da hingerannt. Ja, und die nächste links. Und ab und an den Hefter schwiegt. Er ist nicht hier. Er hat gesagt, er ist hier. Aber der ist nicht hier. Ja, gut, das ist aber auch Pinsel, ne? Kenza, wo bist du? Na, bei dem Abschild. Bei dem Ding. Auto Exotic. Wie heißt'n? Junge, hast du ein Schnappekist gesoffen, Mann? Alice C. Ach so, Alice Customs. Ja, wo? Was denkst du, wie weit ich jetzt gehande bin? Jo, der Apache hat gesagt, du bist bei Exotic Cars. Ich hab ihn auch gefragt, er hat gesagt, ja. Doch, nicht so weit. Da hin. Mila, bitte. Okay, bis dann. Bis gleich. Apache, du wirst dein Arbeitsdienst niemals schaffen. Warum? Ich hab sogar gefragt bei Auto Exotic. Er hat gesagt, ja. Alles Customs, Mann. Ja. Ja, aber dann ist Pinsel sein, geben es ein Fehler. Und der falsche Sack. Hast du auch wohl recht. Und jetzt reicht's. Gibt's den Laden überhaupt? Jo, der geht mir so auf den Sack, ne? Wo ist der hier? Vielleicht Ota. Boah. Boah. Komm, steig ein, du Kleinkind. Er sucht dich übrigens, der Typ, ne? Ja, mein Gott. Ich würde sagen, nach Hause, oder? Ja, nach Hause. Das geht nix mehr ab. Ja, los, fahren wir zu Kürtel nach Hause. Ja, wir wohnen sowieso alle zusammen. Ist so. Wir haben ein Haus im Möberpark. Die ist auch schon total verkrackt. Ja. Die Tapete stinken auf Scheiße. Ja. Vor allem da wo der Pinsel mal schläft. Na gut. Ups. Und morgen gehen wir den Wichsers Smoken, Pinsel. Ja. Wir haben heute absolut nix erlebt. Nee. Aber weißt du was? Das ist nicht schlimm. Aber er war trotzdem lustig. Nur ist nicht so schlimm. Es ist nicht so schlimm. Pinsel, du kannst ein gewisses Level eh nicht auf Dauer halten. Wichs ist. Na, dein action-lasting Charakter, den du seit deiner Geburt hast. Du bist immer auf Action, oder? Nein, ich bin nicht auf Action. Mir ist alles egal. Ich will einfach nur was machen. Ich will was zu tun haben. Ich hasse zu warten und zu warten und zu stehen. Da krieg ich Pickel. Da krieg ich Wasserbeine. Wasserbeine. Warte mal, das ist vom Dings der Haupt... Das war, glaube ich, da aus Porsche. Mein Auto hab ich auch verloren. Wo ist denn deine Karte? Wo sind sie? Keine Bahn ist wie weg. Willst du hier auch wohnen? Ich brauch übrigens von dem Auto noch einen Schlüssel. Ja, warum gib ich den Morgen? Wenn wir deinen Kommode holen. Ja, ich dachte, wir machen heute Pyjama-Party. Nee, wir schlafen immer nackt bei uns im Haus. Da kannst du auch nackt eine Pyjama-Party machen. Aber dann heißt er doch nicht Pyjama-Party. Egal, ich zieh mein Pyjama eh immer heimlich nach einer Weile überm Kopf. Ja. Da kommt jetzt ein unauffälliges Auto noch vorbei. Okay, dann wagen wir kurz. Ich guck mir das noch an. Das ist von Quincy. Der hat gesagt, ey, guck dir mal mein Penumbra Custom an. Wie, da hat auch einen? Ich dachte, die sind begrenzt auf zehn Stück. Ganz Stadt fährt ein. Ja, keine Bahn. Ich fühl mich so krass, wenn ich das mache, ne? Wieso? Ja, frag nicht, wie ich das mache, du Idiot. Ich weiß, wie du das machst. Oh, ich glaube. Oh Gott. Oh, der hat keinen Motorhobel. Oh Gott, da guckt die Schnecke raus. Ist der doch eh nicht? Ich hab mir gedacht, das soll halt der unauffällige... Das ist Kincy aus Teenie-Sin, der ist cool. Aua. Ist alles gut? Runter vom Rasen. Hat ich gelofft. Was soll das denn heißen? Ja, das sieht richtig fett aus ohne die Motorhaube. Das schreit ja wohl komplett, Tuna, oder? Oh Gott, das sieht komplett krank aus. Aber der fährt sich ohne die Motorhaube komplett wie Arsch. Echt? Hat so viel Unterschied? Oh ja, der ist so freundlastig. Ich glaube, ohne Motorhaube wählt er mehr für Show. Weißt du, wenn ich ihn auf der Karte stelle? Ja, aber dann kannst du die Motorhaube aufmachen und einfach fahren. Ja, ja, Ewe. Ewe, das ist ja das Gute. Ich kann auch das bitte Dach, weißt du? Ich hab's ja in dem Kofferraum liegen, ne? Du bist auch so im Kofferraum. Warst du halt beim Nightwild dabei? Äh, hi. Nix, hi. Doch, hi. Ich war mal dabei. Hast du schon gesehen? Die Dings sind alle schon da, ne? Ewe-Bühnen und so? Ne. Wir waren runter weggefahren. Und dann hatte ich den hier abgeholt. Und das hat ewig gedauert. Und dann hab ich quasi eins zu eins dieses Auto, wenn ich's so gesehen. Ich glaub, Mina ist schon reingegangen. Wo hab ich denn die Eier hierher? Wie viele sind jetzt schon davon verkauft worden? Boah, das weiß ich nicht. Zehn Stück sind die begrenzt, ne? Äh, Judo, das musst du mit Roxy klären. Das ist irgendwie, ich weiß ja nicht genau, wie sie das hatte gemacht. Wie cool ist das? Ich bin nur die Neue in Gefahr, bis du die nächsten Tage kommst. Ja, Mr. Lou, danke schon für die Prankstab im vierten Monat, danke schon. Da ist einer bei, ne? Was? Das kann man noch eine paar. Breitbaute. Achso, wir haben schon einen bestellt. Wir haben schon einen gekauft. Die Kommoda, ne? Ja. Ich bin nur die... Ich weiß nicht, wie der heißt, es war er rot. Und Mina hat sich einen Jester gekauft. Breitbau. Jester Breitbau? War hat er mit dabei? Ach, die Jester-App. Ja, genau. Hi, der ist auch geil. Also, Mila hat jetzt quasi Komoda, also wir haben Komoda, Mila Jester, ich den ZR. Aber ZR habe ich auch überlegt, ne? Aber ich habe halt schon ZR, weißt du, du? Ja, aber nicht Breitbau. Nee, aber das war ja der Erste, der auf der Insel importiert wurde. Ja, dann guck mal meinen Nummernschild an. Weri, du hast meine Nummernschild, wenn du meine Nummernschild geklaut hast. Na, ich reiße das hier ab. Ich sage dir das. Baue das hier ab. Kannst du nicht. Das hat der Morales dran gemacht. Ach so, ja gut, ich dachte schon. Okay, nee, dann ist er gut. Warum möchtest du nur mein Schild hast du denn? Ich will bei meinen noch, ich habe aktuell nicht so viel Kohle wegen dem Auto da. ZR1 einfach draufschreiben, weil er ist halt der Erste, der in den Start geabheizt. Also eine Starter. Und ich habe den ersten Breitbau. Oh, bist du so cool. Ja, siehst du? Wir sind einfach ZR-Buddy. Deshalb bin ich auch OG. Komm, zieh dich aus, Baby. Und Mila bekommt auch ein Jester Tupi drauf. Nicht die Jacke. Ich muss... Moment. Wieder hier auch ZR1 verschlossen. Ja. Ich habe deinen Hühnerbrust gesehen. Ich gehe jetzt Penny Pisser. Ja, mach dir das. Alles denn, wir konnten heute leider nicht mitmachen beim Night White. Und du, das wird ja nicht der Letzte sein. Ja, ich kann das ja nicht so viel zu tun. Ja, heute war wirklich besser im Film mit Autos klein. Aber wir müssen uns eh ein bisschen mehr was einfallen lassen. Ja, du, Race & Chase kam halt so an, als ich es angebote habe, wie immer. Die Leute, die Reitbau fahre, die Leute, die teure Autos für Racing fahre, haben wir gehört, Moment, ihr wollt racen und sind alle abgehauen. Ja, aber wir können ja diesen Night White, das ist ja auch cool. Hi. Ja, ja, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ich muss das regelmäßig machen. Ja. Ansonsten treffen wir uns immer, Alter. Ich gehe jetzt rein. Mach dir das. Wenn sie macht Tür zu später. Gute Nacht. Gute Nacht. Schau, so grumpy zu deinen Perl. Bin nicht grumpy. Komm gleich ins Bett zu Milo mir. Mila. Perfekt. Ja, da hatte ich ja heute meinen chilligen Stream. Das ist schön. Halt es nicht super, aber fühlt sich auch schon besser. Aber kann sein wegen Tablette. Ich hoffe, dass das nicht schlimmer wird. Weil Dienstag Herr Potter, Alter. Sag wie das. Ich guck mal eben. Vielleicht hab ich schon ein E-Mail bekommen. Ich muss da gleich eh sowieso noch mal kaufen. Nö. Schön, 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 schön. Morgen auch? Ja. Ja. Ja, ja. Also wenn morgen nicht schlimmer wird. Das war ja jetzt auch wie so ein Test heute. Kommt das hin auf ihm Hals? Dann komm ich morgen auch und Dienstag dann Herr Potter. Dienstag dann endlich dich canceln. Gibt kein Preload. Halt Mohl. So, ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Und hallo Slavik. Warte mal, warst du gar nicht im RP heute? Hab dich nicht gesehen. Lasst euch nicht anquatschen. Bleibt gesund. Ich hoffe, ihr hattet trotz des Schilling Streams trotzdem Unterhaltung und Spaß. Aber im Dauereinsatz. Ja, wir müssen auch mal wieder an Dings kommen. Alter, Mila will unbedingt. Machen wir auch wieder. Bleibt gesund. Dankeschön fürs dabei sein. Dankeschön für den Support. Gute Nacht. Kuss, kuss, chat. Vielen lieben Dank. Aus tiefstem Herzen. Dankeschön. Bye-bye. Bis nachher. Weiss. Bye-bye. Alles. Bye-bye. Vielen Dank.